Gennaro stieg vorsichtig über Nidris Leiche. Maldun trug die Röhre zu dem anderen Jeep und legte sie auf den Rücksitz. Dann setzte er sich hinter das Lenkrad. »Fahren wir.« »Was ist mit ihm?« fragte Gennaro und deutete auf die Leiche. »Was soll mit ihm sein?« entgegnete Maldun. »Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns.« Er legte den Gang ein. Als Gennaro sich noch einmal umdrehte, sah er, dass die Kompis schon wieder weiterfraßen. Einer sprang hoch, hockte sich auf Nidris klaffenden Mund und nagte an seiner Nase. Der Dschungelfluß wurde immer schmaler. Die Ufer kamen so nahe, dass die überhängenden Äste sich berührten und ein Blätterdach bildeten, das die Sonne verdeckte. Tim hörte Vögel kreischen und sah kleine piepsende Dinosaurier von Ast zu Ast hüpfen. Doch ansonsten war es still und die Luft heiß und schwer unter dem Waldach hin der Blätter. Grant sah auf die Uhr. Es war acht Uhr. Friedlich trieben sie zwischen Sonnenlichtflecken dahin. Die Strömung schien etwas kräftiger geworden zu sein. Grant, der wieder aufgewacht war, lag auf dem Rücken und starrte hoch in das Blätterdach. Lex saß im Bug und streckte die Arme nach den Zweigen aus. »Hey, was machst du da?« fragte er. »Glauben Sie, dass man diese Beeren da essen kann?« Sie zeigte auf die Bäume. Einige der überhängenden Äste waren so nah, dass man sie berühren konnte. Tim sah Trauben leuchtend roter Beeren an den Zweigen. »Nein«, sagte Grant. »Warum nicht? Die kleinen Dinosaurier fressen Sie doch auch.« Sie deutete auf ein paar kleine Mikroceratopsiden in den Bäumen. »Nein, Lex«. Sie seufzte. Seine Autorität passte ihr nicht. »Wenn nur Daddy hier wäre«, sagte sie. »Daddy weiß immer, was man tun muss.« »Was redest du denn da?« sagte Tim. »Der weiß doch nie, was man tun muss.« »Doch, weiß er schon«, seufzte sie und starrte die vorbeiziehenden Bäume an, deren dicke Wurzeln bis an den Wasserrand reichten. »Nur weil du nicht sein Liebling bist«, Tim wandte sich ab und erwiderte nichts. »Aber denk dir nichts. Daddy mag dich auch, obwohl du auf Computer stehst und nicht auf Sport.« Tim wandte sich an Grant. »Daddy ist nämlich ein totaler Sportfanatiker«, sagte er. Grant nickte. »Oben in den Bäumen hüpften knapp ein halben Meter große, hellgelbe Dinosaurier von Ast zu Ast. Sie hatten gebogene Schnauzen, die an Papageienschnäbel erinnerten.« »Weißt du, wie die heißen Lex?«, fragte Tim. »Mikroceratopsiden«, sagte er. »Na toll.« »Ich hab mir gedacht, das interessiert dich vielleicht.« »Nur sehr kleine Jungs interessieren sich für Dinosaurier«, erwiderte sie. »Wer sagt das?« »Daddy«. Tim fing wütend an zu schimpfen, aber Grant legte ihm die Hand auf den Arm. »Seid still, Kinder«, sagte er. »Warum?«, fragte Lex. »Ich kann tun, was ich will, und wenn ich...« Sie verstummte plötzlich, denn jetzt hörte auch sie es. Es war ein Schrei, bei dem einem das Blut in den Adern gefrohr. Es kam von irgendwo flussabwärts. »Wo zum Teufel ist dieser verdammte Rex?«, fragte Maldun ins Funkgerät. »Hier sehen wir ihn nämlich nirgends.« Sie waren wieder im Sauropodenteritorium, auf der zertrampelten Wiese, wo die Hadrosaurier durchgegangen waren. »Ich seh gleich mal nach«, antwortete Arnold und schaltete ab. »Seh gleich mal nach«, wiederholte Maldun sarkastisch. »Warum hat er das nicht schon vorher getan? Warum hat er ihn nicht im Auge behalten?« »Keine Ahnung«, erwiderte Gennaro. »Er zeigt sich nirgends«, sagte Arnold einen Augenblick später. »Was soll das heißen, er zeigt sich nirgends?« »Er ist nicht auf den Monitoren. Die Bewegungsmelder finden ihn nicht.« »Scheiße«, sagte Maldun. »Apropos Bewegungsmelder. Haben Sie Grant und die Kinder gesehen?« »Auch die finden die Bewegungsmelder nicht.« »Na, und was sollen wir jetzt tun?«, fragte Maldun. »Warten«, erwiderte Arnold. »Schaut, schaut!« Direkt vor ihnen erhob sich die hohe Kuppel des Aviariums. Grant hatte es bis dahin nur aus der Entfernung gesehen und erkannte erst jetzt, wie riesig es war, mindestens ein halber Kilometer im Durchmesser. Die Verstrebungen glänzten matt in dem leichten Dunst, und Grants erster Gedanke war, dass das Glas mindestens eine Tonne wiegen musste. Doch beim Näherkommen sah er, dass es gar kein Glas gab, sondern nur die Verstrebungen. Dünne Netze hingen zwischen den einzelnen Elementen. »Es ist noch nicht fertig«, bemerkte Lex. »Ich glaube, das soll so offen sein«, erwiderte Grant. »Dann können die Vögel ja alle heraus?« »Nicht, wenn es sehr große Vögel sind«, sagte Grant. Der Fluss trug sie unter dem Rand der Kuppel hindurch. Sie sahen nach oben. Jetzt waren sie im Inneren der Kuppel und trieben weiter. Nach wenigen Minuten war die Kuppel so hoch, dass sie im Dunst kaum noch zu sehen war. »Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es hier noch ein zweites Hotel«, sagte Grant. »Wollen Sie anhalten?«, fragte Tim. »Vielleicht finden wir ein Telefon oder einen Bewegungsmelder.« Grant steuerte zum Ufer. »Wir müssen versuchen, mit dem Kontrollraum Kontakt aufzunehmen, sonst wird es langsam zu spät.« Auf dem schlammigen Boden, immer wieder ausgleitend, kletterten sie ans Ufer, und Grant zog das Floß aus dem Wasser. Dann band er es an einem Baum fest, und sie machten sich durch einen dichten Palmenwald auf den Weg. Aviarium Ich verstehe das einfach nicht, sagte John Arnold in den Hörer. Ich sehe den Rex nicht, und auch Grant und die Kinder sehe ich nirgends. Er saß vor seiner Konsole und trank seine x-te Tasse Kaffee. Überall im Kontrollraum lagen Pappteller und halbgegessene Sandwiches verstreut. Arnold war erschöpft. Es war Samstagmorgen, 8 Uhr. In den 13 Stunden, seit Nidri das Computerprogramm, das den Dino-Paar kontrollierte, zerstört hatte, hatte Arnold geduldig ein System nach dem anderen wieder aktiviert. »Alle Systeme sind aktiviert und funktionieren ordnungsgemäß. Die Telefone gehen wieder. Für sie habe ich bereits einen Arzt gerufen.« Malcolm am anderen Ende der Leitung hustete. Er lag in seinem Zimmer im Hotel. »Aber Sie haben Probleme mit den Bewegungsmeldern?« »Na ja, ich finde nicht, was ich suche.« »Den Rex zum Beispiel?« »Von dem ist im Augenblick überhaupt nicht zu sehen. Vor ungefähr 20 Minuten ist er am Ufer der Lagune entlang nach Norden losmarschiert, und dann habe ich ihn verloren. Ich weiß nicht warum, außer dass er sich vielleicht wieder schlafen gelegt hat.« »Und Grant und die Kinder können Sie auch nicht finden?« »Nein.« »Die Sache ist ganz einfach,« sagte Malcolm. »Die Bewegungsmelder decken nur ein inadäquates Gebiet ab.« »Inadäquat?« wiederholte Arnold pikiert. »Sie decken 92 Prozent der Landfläche.« »Ich weiß,« unterbrach ihn Malcolm. »Aber wenn Sie sich den Rest auf der Karte ansehen, werden Sie sicher feststellen, dass diese 8 Prozent topologische Kontinuität besitzen, »das heißt, sie hängen zusammen.« »Das bedeutet, dass ich ein Tier im ganzen Park frei bewegen kann, ohne entdeckt zu werden, indem es dem Verlauf einer Wirtschaftsstraße, des Dschungelflusses, der Küste oder ähnlichem folgt.« »Auch wenn das so wäre,« erwiderte Arnold, »sind die Tiere doch zu blöd, um das zu wissen.« »Es ist noch gar nicht klar, wie dumm die Tiere sind,« sagte Malcolm. »Sie glauben, dass Grant und die Kinder das tun?« fragte Arnold. »Auf gar keinen Fall,« antwortete Malcolm und hustete wieder. »Grant ist kein Dummkopf. Er will ja von Ihnen entdeckt werden. Grant und die Kinder werden wahrscheinlich vor jedem Bewegungsmelder, an dem sie vorbeikommen, stehen bleiben und winken. Aber vielleicht haben sie andere Probleme, von denen wir nichts wissen. Vielleicht sind sie aber auch am Fluss. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Ufer sind sehr schmal. Man kann an ihnen nicht entlanggehen. Würde der Fluss sie hierher zurückbringen? Ja, aber es ist nicht gerade der sicherste Weg. Er fließt durch das Aviarium. »Warum gehörte eigentlich das Aviarium nicht zur Besichtigungstour?« fragte Malcolm. »Wir hatten Probleme bei der Fertigstellung. Ursprünglich war dort ein zweites Hotel geplant, ein Pfahlbau hoch über dem Erdboden, von dem aus die Besucher die Petyrodaktylen in Flughöhe beobachten könnten. Wir haben inzwischen vier Daktylen im Aviarium. Genau genommen sind es Ciara-Daktylen, große Fischräuber. Was ist mit denen? Also, während der Fertigstellung des Hotels haben wir die Daktylen ins Aviarium gebracht, um sie zu akklimatisieren, aber das war ein schwerer Fehler. Wir haben nämlich gemerkt, dass unsere Fischräuber Revierverhalten zeigen. »Revierverhalten?« »Ein äußerst ausgeprägtes Revierverhalten«, sagte Arnold. »Sie kämpfen untereinander um ihre Reviere, und sie greifen jedes Tier an, das in ein von ihnen markiertes Gebiet eindringt.« »Sie greifen es an?« »Es ist ein eindrucksvolles Schauspiel«, sagte Arnold. »Die Daktylen schweben bis zur Spitze des Aviariums, klappen die Flügel ein und tauchen ab. »Ein dreißig Pfund schweres Tier wirft einen Mann zu Boden wie eine Tonne Ziegel. Die haben schon Arbeiter bewusstlos geschlagen und sie übel zugerichtet.« »Die Daktylen verletzen sich dabei nicht?« »Bis jetzt noch keiner.« »Wenn also die Kinder im Aviarium sind...« »Sind sie nicht«, entgegnete Arnold. »Ich hoffe es wenigstens.« »Ist das das Hotel?«, fragte Lex. »Was für ein Drecksloch!« Unter der Kuppel des Aviariums ragte das Pteratops Hotel auf dicken, hölzernen Pfählen aus einer Tannengruppe. Aber das Gebäude war unfertig und noch ohne Anstrich, die Fenster vernagelt. Bäume und Gebäude waren mit breiten, weißen Farbstreifen bespritzt. »Sie haben bestimmt einen Grund gehabt, warum Sie es nicht fertig gebaut haben,« sagte Grant und versuchte, seine Enttäuschung zu verbergen. Er sah auf die Uhr. »Kommt, lasst uns zum Boot zurückgehen.« Unterwegs brach die Sonne durch und machte den Morgen etwas fröhlicher. Grant betrachtete das Gitterwerk der Schatten, das die Verstrebungen der Kuppel auf die Erde warfen. Auf Blättern und auf dem Erdboden bemerkte er die gleiche kalkweiße Substanz, mit der auch das Hotel bespritzt war. Außerdem lag ein ausgeprägter, säuerlicher Geruch in der morgendlichen Luft. »Hier stinkt,« sagte Lex. »Was ist denn das ganze weiße Zeugs?« »Sieht aus wie Reptilienkot, wahrscheinlich von den Vögeln.« »Warum haben Sie das Haus nicht fertig gebaut?« »Das weiß ich nicht.« Sie betraten eine grasbewachsene, mit Wildblumen überwucherte Lichtung. Ein langgezogener, leiser Pfeifton war zu hören. Vom anderen Ende des Waldstücks kam als Antwort ein zweiter. »Was war das?« »Weiß ich nicht.« Dann sahen sie auf der Wiese vor sich den dunklen Schatten einer Wolke. Der Schatten bewegte sich sehr schnell. In wenigen Sekunden war er über sie hinweggezogen. Grant hob den Kopf und sah eine riesige dunkle Gestalt über ihnen schweben, die die Sonne verdeckte. »Puh«, sagte Lex, »ist das ein Pterodactyl?« »Ja«, antwortete Tim. Grant schwieg. Er war verzaubert vom Anblick dieses riesigen fliegenden Tieres. Leise pfeifend segelte der Pterodactyl hoch oben in der Luft einen anmutigen Kreis. »Warum bekommt man die eigentlich bei der Tour nicht zu sehen?« fragte Tim. Grant hatte sich diese Frage auch schon gestellt. Es war wunderschön, das anmutige Schweben dieser Flugsaurier zu beobachten. Ein zweiter Pterodactyl tauchte auf, dann ein dritter und ein vierter. »Vielleicht, weil sie das Haus nicht fertig gebaut haben«, sagte Lex. Grant dachte eben, dass dies keine gewöhnlichen Pterodactylen sein konnten. Dafür waren sie viel zu groß. »Es waren wahrscheinlich Ciara-Dactylen«, große, fliegende Reptilien aus der frühen Kreidezeit. Hoch oben in der Luft sahen sie aus wie kleine Flugzeuge. Als sie dann etwas tiefer flogen, sah er ihre Spannweite von über fünf Metern, die pelzigen Körper und die krokodilähnlichen Köpfe. »Es waren Fischfresser gewesen«, fiel ihm ein, »in Südamerika und Mexiko.« Lex hielt sich die Hand über die Augen und sah nach oben. »Können Sie uns was tun?« »Ich glaube nicht. Sie fressen nur Fische.« Einer der Dactylen sauste spiralförmig nach unten, ein huschender, dunkler Schatten, der in einem Schwall warmer Luft einen säuerlichen Geruch hinter sich herziehend an ihnen vorbeirauschte. »Wow«, rief Lex, »die sind aber wirklich groß.« Und dann fügte sie hinzu, »Sind Sie sicher, dass Sie uns nichts tun können?« »Ziemlich sicher.« Ein zweiter Dactyl stürzte, noch schneller als der erste, auf sie zu. Er kam von hinten und strich knapp über ihre Köpfe hinweg. Grant sah kurz den zahnbewährten Schnabel und den pelzigen Körper. »Wie eine große Fledermaus«, dachte er. Er war überrascht, wie zart und zerbrechlich diese Teere wirkten. Die riesigen Flügel bestanden aus einer feinen, rosafarbenen Membran, die so dünn war, dass die Sonne durchschien. »Au«, rief Lex plötzlich und fasste sich an den Kopf. »Er hat mich gebissen!« »Was?«, fragte Grant. »Er hat mich gebissen!« »Er hat mich gebissen!« Als er die Hand wegzog, sah er Blut an ihren Fingern. Die beiden Dactylen oben am Himmel zogen ihre Flügel ein und rasten als kleine dunkle Körper auf die Erde zu. Während des Sturzflugs stießen sie eine Art Schrei aus. »Kommt«, rief Grant und fasste die Kinder an den Händen. Die näher kommenden Schreie in den Ohren rannten sie über die Lichtung und Grant warf sich, die Kinder mitreißend, gerade noch rechtzeitig zu Boden, während die Dactylen kreischend und flügelschlagend über sie hinwegpfiffen. Grant spürte, wie Clown sein Hemd am Rücken aufrissen. Dann war er wieder auf den Beinen, zerrte Lex hoch und lief mit den Kindern an der Hand ein paar Schritte, während über ihn die beiden anderen Vögel kreisten und dann schreiend auf sie zustürzten. Im letzten Augenblick warf er die Kinder zu Boden und die großen Schatten flatterten vorbei. »Igitt«, sagte Lex angeekelt. Er sah, dass sie mit weißem Vogelkot bekleckert war. Grant rappelte sich wieder hoch. »Los, weiter!« Er wollte eben anfangen zu laufen, als Lex entsetzt aufschrie. Er drehte sich um und sah, dass einer der Dactylen sie mit den Klauen an der Schulter gepackt hatte. Die riesigen, durchscheinenden Flügel flatterten links und rechts von ihr. Der Dactyl versuchte abzuheben, aber Lex war zu schwer, und während er sich abmühte, schlug er immer wieder mit seiner langen, spitzen Schnauze auf ihren Kopf ein. Lex schrie und wedelte wild mit den Armen. Grant tat das Erste, was ihm in den Sinn kam. Er rannte zu ihr, sprang hoch und warf sich gegen den Körper des Dactyls. Er warf ihn zu Boden und stürzte auf den pelzigen Körper. Das Tier kreischte und schnappte nach ihm. Grant zog den Kopf ein und stieß sich ab, während die riesigen Flügel seinen Körper umflatterten. Es war, wie wenn man bei Sturm in einem Zelt sitzt. Grant sah nichts und hörte nichts. Um ihn war nichts als Flattern und Kreischen und die ledrigen Membranen. Die klauenbewährten Beine schlugen wild nach seiner Brust. Lex schrie. Grant löste sich von dem Dactyl und das Tier schnatterte und kreischte, während es Flügelschlagen versuchte, sich umzudrehen und aufzustehen. Schließlich zog es wie eine Fledermaus die Flügel ein, rollte sich auf den Bauch, stützte sich auf die Flügel klauen und begann so zu gehen. Grant hielt erstaunt inne. Das Tier konnte auf seinen Flügeln laufen. Der Forscher Lederer hatte mit seiner Hypothese also recht gehabt. Aber dann sausten die anderen Dactylen schon wieder auf sie herunter. Grant war benommen und aus dem Gleichgewicht und musste entsetzt zusehen, wie Lex die Arme über dem Kopf zusammenschlug und davonlief. Und Tim schrie sich die Lunge aus dem Leib. Der erste der Dactylen stieß herab. Lex warf ihm etwas zu und plötzlich stieg er pfeifend wieder in die Höhe. Die anderen stiegen ebenfalls und jagten dem ersten nach. Der vierte folgte mit unbeholfenen, flatternden Flügelschlägen. Grant hob den Kopf und kniff die Augen zusammen, um zu sehen, was passiert war. Die drei Dactylen verfolgten mit wütenden Schreien den ersten. Sie waren wieder alleine auf der Lichtung. »Was ist passiert?«, fragte Grant. »Sie haben sich meinen Handschuh geschnappt«, erwiderte Lex. Grant und die Kinder setzten ihren Weg fort. Tim legte Lex die Arme um die Schulter. »Bist du in Ordnung?« »Natürlich, du Blödmann«, sagte sie und schüttelte ihn ab. Sie sah nach oben. »Hoffentlich ersticken sie an ihm.« »Ja«, sagte Tim, »das hoffe ich auch.« Ein Stück weit vor ihnen sahen sie das Boot am Ufer liegen. Grant schaute auf die Uhr. »Acht Uhr dreißig.« »Noch zweieinhalb Stunden.« Lex jubelte, als sie wieder unter der silbrigen Kuppel hindurchglitten. Dann rückten die beiden Ufer wieder näher, und die Äste der Bäume berührten sich über ihren Köpfen. Der Fluß wurde noch schmaler als zuvor. An manchen Stellen war er nur drei Meter breit, und die Strömung wurde sehr schnell. Lex griff im Vorbeitreiben nach den Ästen. Grant lehnte sich zurück und lauschte dem Gurgeln des Wassers unter der warmen Gummihaut. Sie kamen jetzt schneller vorwärts. Die Äste über ihren Köpfen glitten rascher vorbei. Das war angenehm, und es bedeutete, dass sie früher zurück sein würden. Grant wußte nicht genau, wie weit sie schon gekommen waren, aber bestimmt waren sie schon einige Kilometer von dem Wirtschaftsgebäude entfernt, in dem sie die Nacht verbracht hatten. Sieben oder acht Kilometer vielleicht. Vielleicht sogar mehr. Von der Stelle, wo sie den Fluß verlassen mußten, war es dann vielleicht nur noch eine Stunde Fußmarsch bis zum Hotel. Nach dem Erlebnis im Aviarium hatte es Grant allerdings nicht sehr eilig, den Fluß zu verlassen. Im Augenblick kamen sie gut vorwärts. »Wie es Ralph wohl geht?« fragte Lex. »Wahrscheinlich ist er tot oder so.« »Es geht ihm bestimmt gut.« »Ich frag mich nur, ob er mich hätte reiten lassen.« Sie seufzte. Die Sonne hatte sie schläfrig gemacht. »Es wäre lustig, auf Ralph zu reiten.« Tim wandte sich an Grant. »Wissen Sie noch gestern Abend bei den Stegosauriern?« »Ja.« »Warum haben Sie die anderen nach Froschdehen es gefragt?« »Wegen der Fortpflanzung,« antwortete Grant. »Die können sich doch nicht erklären, warum die Dinosaurier sich fortpflanzen, wo sie angeblich alle bestrahlt und außerdem weiblich sind.« »Ja.« »Aber die Bestrahlung ist generell sehr unzuverlässig und funktioniert wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich glaube, das wird sich hier noch zeigen. Bleibt das Problem, dass alle Dinosaurier weiblich sind. Wie können sie sich vermehren, wenn sie alle weiblich sind?« »Ja, wie?« »Na ja. Im Tierreich gibt es außergewöhnlich viele verschiedene Arten von sexueller Fortpflanzung.« »Tim interessiert sich sehr für Sex,« warf Lex ein. Beide ignorierten sie. »Zum Beispiel,« fuhr Grant fort, »pflanzen sich viele Tiere fort, ohne je im eigentlichen Sinn sexuell zu verkehren. Das Männchen stößt eine Samenkapsel ab, die das Sperma enthält, und das Weibchen nimmt sie später auf. Diese Art von Austausch verlangt keinen so deutlichen körperlichen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen, wie wir ihn normalerweise erwarten. Bei einigen Tieren sind sich Weibchen und Männchen viel ähnlicher als bei Menschen.« Tim nickte. »Aber was ist mit den Fröschen?« Plötzlich hörte Grant kreischen in den Bäumen. Die Mikroceratopsiden stoben erschreckt auseinander und brachten die Äste zum Schwanken. Am linken Ufer brach der große Kopf des Tyrannosauriers aus dem Blätterwerk hervor und schnappte nach dem Floß. Lex heulte entsetzt auf, und Grant paddelte zum entgegengesetzten Ufer, doch an dieser Stelle war der Fluss nur knappe drei Meter breit. Der Tyrannosaurier hatte sich in der dichten Vegetation verfangen. Er wandte sich, drehte den Kopf hin und her und brüllte. Dann zog er den Kopf wieder zurück. Durch die Bäume am Uferrand sahen sie die riesige, dunkle Gestalt des Tyrannosauriers nach Norden weiterziehen. Er suchte eine Lücke zwischen den Bäumen. Die Mikroceratopsiden waren alle ans gegenüberliegende Ufer geflüchtet, wo sie aufgeregt kreischend auf- und abhüpften. Grant, Lex und Tim auf dem Floß konnten nur hilflos zusehen, wie der Tyrannosaurier durchzubrechen versuchte. Aber die Bäume am Uferrand standen zu dicht. Der Tyrannosaurier zog weiter flussabwärts und versuchte es ein Stück vor dem Boot noch einmal. Wütend rüttelte er an den Ästen, aber er schaffte es nicht. Schließlich trottete er davon, weiter flussabwärts. »Ich hasse ihn«, sagte Lex. Grant lehnte sich schlaff an den Gummiewulst. Er war bestürzt. Wenn der Tyrannosaurier durchgebrochen wäre, hätte Grant für die Kinder nichts mehr tun können. Der Fluß war an dieser Stelle kaum breiter als das Floß. Es war wie in einem Tunnel. Immer wieder schabten die Gummiewulste über Schlamm, während das Boot von der schnellen Strömung weitergetrieben wurde. Grant sah auf die Uhr. Fast neun. Das Floß trieb weiter flussabwärts. »He«, rief Lex, »hört mal!« Ein Knurren war zu hören, und dazwischen wiederholte Eulenschreie. Die Geräusche kamen hinter einer Biegung etwas weiter flussabwärts hervor. Grant horchte und hörte wieder die Schreie. »Was ist das?«, fragte Lex. »Ich weiß es nicht«, erwiderte Grant. »Aber es sind auf jeden Fall mehrere Tiere.« Er paddelte das Floß ans gegenüberliegende Ufer und griff dort nach einem Ast, damit die Strömung es nicht wieder losriss. Erneut war das Knurren zu hören. Und dann die Schreie. »Es klingt wie ein Schwarm Eulen«, sagte Tim. Malcolm stöhnte. »Ist es noch nicht Zeit für das Morphium?« »Noch nicht«, sagte Ellie. Malcolm seufzte. »Wie viel Wasser haben wir hier?« »Keine Ahnung, aus der Leitung kommt jede Menge fließendes Wasser.« »Nein, ich meine, wie viel auf Vorrat?« »Überhaupt etwas?« Ellie zuckte die Achseln. »Nein.« »Gehen Sie in jedes Zimmer auf diesem Stockwerk«, sagte Malcolm, »und lassen Sie die Badewannen volllaufen.« Ellie runzelte die Stirn. »Außerdem«, fuhr Malcolm fort, »haben wir Walkie-Talkies, Taschenlampen, Streichhölzer, Sternokocher, solche Sachen eben?« »Ich seh mich mal um. Richten Sie sich vielleicht auf ein Erdbeben ein?« »Etwas in der Richtung«, erwiderte Malcolm. »Der Malcolm-Effekt impliziert katastrophale Veränderungen.« »Aber Arnold sagt, dass alle Systeme wieder perfekt funktionieren.« »Genau dann passiert's«, sagte Malcolm. »Sie mögen Arnold nicht besonders, hm?«, fragte Ellie. »Er ist in Ordnung. Ein Ingenieur eben. Bei Wu ist es das Gleiche. Beides Techniker. Sie haben keine Intelligenz. Sie haben bloß das, was ich als Dünntelligenz bezeichne. Sie sehen nur die augenblickliche Situation. Sie denken beschränkt, nennen es aber detailgenau. Sie sehen das Umfeld nicht, überlegen sich keine Konsequenzen. Und genau damit kommt eine Insel wie diese zustande, durch dünntelligentes Denken. Man kann nämlich kein Tier erschaffen und erwarten, dass es sich nicht lebendig verhält, nicht unberechenbar ist, nicht versucht auszubrechen. Aber das verstehen die einfach nicht. »Glauben Sie nicht, dass das in der Natur des Menschen liegt?«, fragte Ellie. »Mein Gott, nein«, sagte Malcolm. »Das ist so, als würde man sagen, Rührei mit Schinken zum Frühstück liegt in der Natur des Menschen. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine typisch westliche Angewohnheit, und dem Großteil der restlichen Welt wird's schon bei dem Gedanken daran schlecht.« Er krümmte sich vor Schmerz. »Das Morphium macht mich philosophisch.« »Wollen Sie etwas Wasser?« »Nein. Ich sag Ihnen, was das Problem mit Technikern und Wissenschaftlern ist. Die Wissenschaftler plappern immer groß daher, wollen die Wahrheit über die Natur herausfinden. Was natürlich stimmt, aber das ist es nicht, was sie antreibt. Kein Mensch lässt sich von Abstraktionen wie der Suche nach Wahrheit antreiben. Was die Wissenschaftler wirklich antreibt, ist der Drang, etwas zu erreichen. Sie konzentrieren sich nur darauf, ob sie etwas tun können, und stellen sich nie die Frage, ob sie es tun sollten. Weil es ihnen am besten in den Kram passt, bezeichnen sie solche Überlegungen als sinnlos. Wenn sie die Forschungen nicht betreiben, tut's ein anderer. Die jeweilige Entdeckung, so glauben sie, ist unausweichlich, also versuchen sie es einfach als Erste zu tun. So sind die Spielregeln der Wissenschaft. Sogar noch die reine wissenschaftliche Entdeckung ist ein aggressiver, penetrierender Akt. Umfangreiche Hilfsmittel sind zu einer Entdeckung nötig, und danach verändert sie die Welt. Teilchenbeschleuniger durchziehen den Boden und hinterlassen radioaktive Nebenprodukte. Astronauten lassen auf dem Mond Abfall liegen. Es gibt immer Spuren, dass Wissenschaftler irgendwo waren und ihre Entdeckungen gemacht haben. Jede Entdeckung ist eine Vergewaltigung der Natur. Immer. Und die Wissenschaftler wollen es so. Sie müssen überall ihre Instrumente hineinstecken. Sie müssen einfach ihre Spuren hinterlassen. Sie können nicht einfach nur zusehen. Sie wissen nicht so zu würdigen, wie es ist, denn sie können sich einfach nicht in die natürliche Ordnung der Dinge einfügen. Sie müssen etwas Unnatürliches geschehen lassen. Das ist die Arbeit des Wissenschaftlers, und inzwischen haben wir ganze Gesellschaften, die versuchen, wissenschaftlich zu sein. Er seufzte und sank in die Kissen. Glauben Sie nicht, dass Sie übertreiben? fragte Elli. Wie sehen Ihre Ausgrabungsstätten ein Jahr danach aus? Ziemlich übel, musste Elli zugeben. Nach den Grabungen bepflanzen Sie nicht neu, richten das Land nicht wieder her? Nein. Warum nicht? Sie zuckte die Achseln. Wahrscheinlich, weil kein Geld da ist. Es ist nur genug Geld da zum Graben, nicht zum Reparieren. Na ja, wir arbeiten doch nur im Ödland. Nur im Ödland, wiederholte Merkum. Nur Abfall, nur Nebenprodukte, nur Nebeneffekte. Ich versuche Ihnen klarzumachen, dass die Wissenschaftler es genau so wollen. Sie wollen Nebenprodukte und Abfall und Nebeneffekte. Das ist für Sie eine Art der Selbstbestätigung. Es gehört zum Wesen der Wissenschaft, und es entwickelt sich immer mehr zur Katastrophe. Wo liegt der Ausweg? Man muss die Dünntilligenten loswerden, ihnen die Macht nehmen. Aber dann verlieren wir jeden Fortschritt. Welchen Fortschritt? fragte Merkum unwirsch. Die Anzahl der Stunden, die eine Frau mit Hausarbeit zubringt, hat sich seit 1930 nicht geändert, trotz aller Fortschritte. Trotz der ganzen Staubsauger, Waschmaschinen, Trockner, Abfallpressen, Müllschlucker, bügelfreien Stoffe. Warum dauert ein Hausputz noch immer so lange wie 1930? Elli erwiderte nichts. Weil es keinen Fortschritt gegeben hat, fuhr Merkum fort. Keinen wirklichen. Die Menschen, die vor 30.000 Jahren die Höhlenmalereien von Lascaux schufen, arbeiteten 20 Stunden pro Woche, um sich mit Nahrung, Kleidung und Unterkunft zu versorgen. Den Rest der Zeit konnten sie spielen oder schlafen oder tun, was sie wollten. Und sie lebten in einer natürlichen Umgebung mit sauberer Luft, sauberem Wasser, wunderbaren Bäumen und Sonnenuntergängen. Denken Sie mal darüber nach. 20 Stunden pro Woche. Vor 30.000 Jahren. »Wollen Sie die Uhr zurückdrehen?« fragte Elli. »Nein«, erwiderte Merkum, »ich will, dass die Leute aufwachen. Seit 400 Jahren gibt es die moderne Wissenschaft und inzwischen sollten wir wissen, wozu sie gut ist und wozu nicht. Es ist Zeit für eine Veränderung. Bevor wir den Planeten zerstören?« fragte sie. Er seufzte und schloss die Augen. »Ach, meine Liebe«, sagte er, »das ist das Letzte, worüber ich mir Sorgen machen würde.« Im dunklen Tunnel des Dschungelflusses hangelte Grant sich an den Ästen entlang und schob so das Floß vorsichtig vorwärts. Er hörte die Geräusche noch immer. Und schließlich sah er die Dinosaurier. »Sind das nicht die, die Gift spucken?« »Ja«, sagte Grant, »die Lophosaurier.« Zwei Lophosaurier standen am Ufer. Ihre gut drei Meter großen Körper waren gelb und schwarz gesprengelt. Die Bäuche waren grün wie bei Eidechsen. V-förmige Kämme ragten von den Stirnen hoch. Die Ähnlichkeit mit Vögeln wurde noch verstärkt von der Art ihrer Bewegungen, der Art, wie sie sich vorbeugten, um Wasser aus dem Fluß zu trinken, und sich dann wieder aufrichteten, um zu knurren und zu schreien. »Sollen wir aussteigen und zu Fuß weitergehen?«, flüsterte Lex. Grant schüttelte den Kopf. Die Dinosaurier waren kleiner als der Tyrannosaurier, klein genug, um durch die dichte Vegetation am Uferrand zu schlüpfen. Außerdem schienen sie sehr schnell zu sein. »Aber im Floß können wir an ihnen nicht vorbei«, sagte Lex. »Die sind doch giftig.« »Wir müssen aber«, entgegnete Grant, »irgendwie.« Die Dilophosaurier tranken und schrien wieder. Ihr Verhalten untereinander hatte etwas eigentümlich Rituelles und Repetitives. Das Tier links beugte sich vor, um zu trinken. Es öffnete dabei sein Maul, zeigte eine Reihe scharfer Zähne, und dann schrie es. Darauf schrie das Tier rechts und beugte sich vor, um zu trinken, in spiegelverkehrter Imitation des Ersten. Und diese Abfolge wiederholte sich immer wieder auf die gleiche Art. Grant bemerkte, dass das rechte Tier kleiner war. Auch die Punkte auf dem Rücken waren kleiner, und der Kamm war von einem stumpferen Rot. »Unglaublich«, sagte er, »das ist ein Paarungsritual.« »Können wir an Ihnen vorbei?« »Nicht, wenn Sie so bleiben, wie Sie sind. Sie stehen direkt am Wasser.« Grant wußte, dass solche Paarungsrituale oft Stunden dauerten. Die Tiere fraßen in dieser Zeit nicht, und sie achteten auf nichts anderes. Er sah auf die Uhr. Zwanzig nach neun. »Was sollen wir tun?«, fragte Tim. Grant seufzte. »Keine Ahnung.« Er setzte sich ins Floß, und plötzlich begann die Dilophosaurier erregt und hektisch zu schreien. Grant sah hoch. Beide Tiere hatten sich umgedreht. »Was ist los?«, fragte Lex. Grant lächelte. »Ich glaube, wir bekommen Hilfe.« Er stieß das Boot vom Ufer ab. »Ich will, dass ihr beide euch jetzt flach auf den Boden legt. Wir fahren so schnell dran vorbei, wie wir können, aber denkt daran, egal, was passiert, seid still und rührt euch nicht. Okay?« Das Floß begann stromabwärts zu treiben, auf die schreienden Dilophosaurier zu. Es wurde immer schneller. Lex lag zu Grants Füßen und starrte ihn mit ängstlichem Blick an. Immer näher kamen sie den beiden Tieren, die aber dem Fluss weiter den Rücken zudrehten. Trotzdem zog Grant vorsichtshalber seine Luftpistole heraus und überprüfte die Kammer. Das Floß trieb weiter, und sie nahmen einen eigenartigen Geruch wahr. Süß-säuerlich und ekelerregend. Es roch wie getrocknetes Erbrochenes. Das Schreien der Dilophosaurier wurde lauter. Sie kamen um das letzte Stück der Biegung herum, und Grant hielt den Atem an. Die Dilophosaurier waren nur noch einen guten Meter entfernt und schrien zum anderen Ufer hinüber. Wie Grant befürchtet hatte, war es der Tyrannosaurier, den sie anschrien. Der Tyrannosaurier versuchte, durch die Bäume zu brechen, und die Dilophosaurier schrien und stampften im Schlamm. Das Floß trieb an ihnen vorbei. Der Gestank war ekelerregend. Der Tyrannosaurier brüllte, wahrscheinlich hatte er das Floß entdeckt, und plötzlich... Ein dumpfer Schlag! Das Floß bewegte sich nicht mehr. Wenige Meter von den Dilophosauriern entfernt waren sie am Ufer auf Grund gelaufen. »Na super«, flüsterte Lex. Es gab ein langes, dumpf kratzendes Geräusch, als das Floß über den Schlamm schabte. Dann wurde es wieder ins Wasser geschwemmt. Sie trieben weiter flussabwärts. Der Tyrannosaurier brüllte ein letztes Mal und verschwand. Einer der Dilophosaurier schaute ihm überrascht nach und schrie. Der Zweite antwortete ihm. Das Floß schwamm flussabwärts. Tyrannosaurus Unter gleißender Sonne holperte der Jeep vorwärts. Maldun steuerte. Gennaro saß neben ihm. Sie fuhren auf einer freien Wiese. Der dichte Vegetationsgürtel, der den Flussverlauf markierte, lag hinter ihnen, etwa hundert Meter östlich. An einer Steigung hielt Maldun an. »Verdammt, ist das heiß«, sagte er, und wischte sich mit dem Unterarm über die Stirn. Er trank einen Schluck Whisky aus der Flasche, die er während der Fahrt zwischen den Knien gehalten hatte, und bot sie dann Gennaro an. Gennaro schüttelte den Kopf. Er ließ den Blick über die in der vormittäglichen Sonne flirrende Landschaft gleiten. Dann sah er hinunter auf den Monitor am Armaturenbrett. Er zeigte verschiedene Ansichten des Parks. Noch immer keine Spur von Grant und den Kindern oder von dem Tyrannosaurier. Das Funkgerät knisterte. »Maldun?« Maldun nahm das Gerät in die Hand. »Ja?« »Haben Sie Ihren Bordcomputer eingeschaltet?« »Ich habe den Rex gefunden. Er ist in Planquadrat 442, bewegt sich in Richtung 443.« »Einen Augenblick«, sagte Maldun und stellte den Monitor ein. »Ja, jetzt hab ich ihn. Folgt dem Flusslauf.« Das Tier schlich offenbar in nördlicher Richtung durch den Ufer bewuchs. »Aber nichts überstürzen. Betäuben Sie ihn nur.« »Schon gut«, erwiderte Maldun und blinzelte in die Sonne. »Ich tue ihm schon nichts.« »Vergessen Sie nicht«, sagte Arnold. »Der Tyrannosaurier ist unsere Haupttouristenattraktion.« Maldun schaltete das Funkgerät ab. »So ein Trottel«, sagte er, »der redet immer noch von Touristen.« Er ließ den Motor an. »Jetzt suchen wir uns, Rexi, und verpassen ihm eine Dosis.« Der Jeep holperte über das Gelände. »Sie freuen sich wohl darauf«, bemerkte Gennaro. »Ich möchte dem großen Mistkerl schon eine ganze Weile eins verpassen«, erwiderte Maldun. »Und da ist er schon«, er bremste scharf. Durch die Windschutzscheibe sah Gennaro den Tyrannosaurier zwischen den Palmen am Uferrand. Maldun leerte die Whiskyflasche und warf sie auf den Rücksitz. Dann griff er nach seinem Schussgerät. Gennaro sah auf den Monitor, der den Jeep und den Tyrannosaurus zeigte. Irgendwo hinter ihnen musste eine Kamera sein. »Wenn Sie helfen wollen«, sagte Maldun, »dann holen Sie die Munition aus dem Koffer zwischen Ihren Beinen.« Gennaro bückte sich und öffnete den Halliburton-Stahlkoffer. Er war innen mit Schaumstoff verkleidet. Vier Zylinder, jeder etwa von der Größe einer Literflasche, steckten in dem Schaumstoff. Sie trugen die Aufschrift »Moro 709«. Er nahm einen davon heraus. »Brechen Sie die Spitze ab und schrauben Sie eine Nadel drauf«, sagte Maldun. Gennaro fand eine Plastikpackung mit großen Nadeln, jede etwa mit dem Durchmesser seiner Fingerspitze. Er schraubte eine davon auf einen der Zylinder. Am anderen Ende des Zylinders befand sich ein rundes Bleigewicht. »Das ist der Schlagbolzen. Drückt beim Aufprall den Inhalt heraus.« Maldun beugte sich über die Waffe auf seinen Knien. Es war eine schwere graue Metallröhre, die Gennaro an eine Bazooka oder einen Raketenwerfer erinnerte. »Was ist Moro 709?« »Gebräuchliches Betäubungsmittel für Tiere«, antwortete Maldun. »Wird in Zoos auf der ganzen Welt benutzt. Wir fangen mal mit tausend Kubikzentimetern an.« Maldun öffnete die Kammer, die so groß war, dass er seine Faust hineinstecken konnte. Er legte den Zylinder ein und schloss die Kammer wieder. »Das sollte reichen«, sagte Maldun. »Ein durchschnittlicher Elefant bekommt ungefähr 200 Kubikzentimeter, aber der ist ja nur zwei bis drei Tonnen schwer. Der Tyrannosaurus Rex wiegt acht Tonnen und ist viel hinterlistiger. Das spielt bei der Dosierung eine Rolle.« »Warum? Die Dosierung richtet sich nach dem Körpergewicht und dem Temperament des Tieres. Angenommen, Sie verpassen einem Elefanten, einem Nilpferd und einem Nashorn jeweils die gleiche Dosis. Den Elefanten machen Sie damit bewegungsunfähig. Der steht da wie eine Statue. Das Nilpferd machen Sie langsamer. Es wird etwas schläfrig, läuft aber weiter. Und das Nashorn fängt an zu toben. Aber wenn Sie andererseits ein Nashorn nur fünf Minuten lang mit dem Auto jagen, bekommt es einen Adrenalinschock und fällt tot um. Komische Mischung aus zäh und empfindlich. Er fuhr langsam auf den Tyrannosaurier zu. »Aber das sind alles Säugetiere. Wir wissen eine Menge über Säugetiere, weil die großen Säuger wie Löwen, Tiger, Bären und Elefanten die Hauptattraktionen der Zoos sind. Über Reptilien wissen wir viel weniger. Und über Dinosaurier wissen wir gar nichts. Dinosaurier sind uns als Tiere ganz neu. Betrachten Sie sie als Reptilien? Nein, sagte Maldun und schaltete. Dinosaurier passen in keine der vorhandenen Kategorien. Er wich einem Felsen aus. Wir stellen fest, dass die Dinosaurier im Prinzip genauso unterschiedlich sind wie unsere heutigen Säugetiere. Einige sind zahm und niedlich, andere fies und gefährlich. Einige sehen gut, andere nicht. Einige sind dumm und andere sehr, sehr intelligent. »Wie die Raptoren?«, fragte Gennaro. Maldun nickte. »Raptoren sind gerissen. Sehr gerissen. Glauben Sie mir, alle Probleme, die wir bis jetzt hatten, sind nichts im Vergleich zu denen, die wir bekommen würden, sollten die Raptoren je aus ihrem Pferch ausbrechen. So, ich glaube, jetzt sind wir nah genug an unserem Rexy.« Vor ihnen steckte der Tyrannosaurier den Kopf durch die Äste und starrte auf den Fluss hinunter. Er versuchte durchzubrechen. Dann trottete er ein paar Meter Fluss abwärts und versuchte es noch einmal. »Frag mich nur, was er da unten sieht,« sagte Gennaro. »Schwer zu sagen,« entgegnete Maldun. »Vielleicht will er zu den Mikroceratopsiden, die in den Ästen rumhüpfen. Sie würden ihn ganz schön auf Trab halten.« Maldun hielt etwa fünfzig Meter vor dem Tyrannosaurier an und wendete den Jeep. Den Motor ließ er laufen. »Setzen Sie sich ans Steuer,« sagte er zu Gennaro, »und schnallen Sie sich an.« Er nahm einen zweiten Zylinder und hängte ihn sich ans Hemd. Dann stieg er aus. Gennaro rutschte auf den Fahrersitz. »Haben Sie das schon oft gemacht?« Maldun rülpste. »Noch nie. Ich versuche, ihn hinter dem Gehörgang zu treffen, und dann sehen wir schon, was passiert.« Er ging zehn Meter hinter den Jeep und ließ sich auf einem Knie im Gras nieder. Dann hob er sich die Waffe auf die Schulter und klappte das dicke Visier hoch. Maldun zielte auf den Dinosaurier. Noch hatte das Tier sie nicht bemerkt. Es gab eine kleine Explosion. Blasses Gas trat aus, und Gennaro sah einen weißen Pfeil auf den Tyrannosaurier zuschießen. Aber es schien nicht zu passieren. Doch dann drehte sich der Tyrannosaurier langsam um und sah sie neugierig an. Er bewegte den Kopf von einer Seite zur anderen, als wollte er sie abwechselnd mit dem einen und mit dem anderen Auge ansehen. Maldun hatte die Waffe von der Schulter genommen und lud den zweiten Zylinder. »Haben Sie ihn getroffen?«, fragte Gennaro. Maldun schüttelte den Kopf. »Daneben. Verdammtes Laservisier. Sehen Sie mal nach, ob Sie im Koffer eine Batterie finden.« »Eine was?«, fragte Gennaro. »Eine Batterie, ungefähr so dick wie ein Finger. Graue Beschriftung.« Gennaro bückte sich zu dem Stahlkoffer. Er spürte das Vibrieren des Jeeps und hörte das Summen des Motors im Leerlauf. Eine Batterie fand er nicht. Der Tyrannosaurier brüllte. Es klang furchterregend in Gennaros Ohren. Ein donnerndes Geräusch, das tief aus dem riesigen Brustkorb des Tieres kam und über die Landschaft dröhnte. Er setzte sich wieder auf, legte die Hand ans Steuerrad und griff nach dem Ganghebel. Aus dem Funkgerät kam eine Stimme. »Maldun, hier ist Arnold. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Ende.« »Ich weiß, was ich tue,« sagte Maldun. Der Tyrannosaurier griff an. Maldun wich nicht zurück. Obwohl das Tier auf ihn zuraste, hob er langsam und methodisch die Waffe, zielte und feuerte. Wieder sah Gennaro die Gaswolke und den weißen Pfeil, der auf das Tier zuschoss. Nichts passierte. Der Tyrannosaurier rannte weiter. Maldun war aufgesprungen und rief im Laufen, »Losfahren! Losfahren!« Gennaro legte den Gang ein und Maldun warf sich gegen die Beifahrertür, als der Jeep mit einem Ruck anfuhr. Der Tyrannosaurier kam schnell näher. Maldun riss die Tür auf und sprang hinein. »Fahren Sie, verdammt, fahren Sie!« Gennaro trat das Gaspedal durch. Der Jeep machte einen gefährlichen Satz. Die Schnauze stieg so hoch, dass sie durch die Windschutzscheibe nur Himmel sahen, krachte dann wieder auf die Erde und das Auto schnellte vorwärts. Gennaro raste auf eine Baumgruppe links von ihnen zu, bis er im Rückspiegel sah, dass der Tyrannosaurier sich mit einem letzten Brüllen abwandte. Gennaro bremste. »Mein Gott!« Maldun schüttelte den Kopf. »Ich hätte schwören können, dass ich ihn beim zweiten Mal getroffen habe.« »Ich würde sagen, Sie haben daneben getroffen.« »Wahrscheinlich ist die Nadel abgebrochen, bevor der Schlagbolzen das Mittel herausdrücken konnte.« »Geben Sie es doch zu, Sie haben nicht getroffen.« »Ja«, sagte Maldun seufzend, »ich hab nicht getroffen. Die Batterie in dem verdammten Laservisier war leer. Mein Fehler, hätte sie überprüfen sollen, nachdem sie die ganze Nacht im Freien gelegen hat. Fahren wir lieber zurück und holen uns mehr Munition.« Der Jeep fuhr nach Norden auf das Hotel zu. Maldun griff zum Funkgerät. »Kontrollraum?« »Ja«, antwortete Arnold, »wir kommen zur Basis zurück.« Der Fluss war sehr schmal, die Strömung sehr heftig. Das Fluss wurde immer schneller. Es erinnerte allmählich wirklich an eine Fahrt in einem Vergnügungspark. »Juhu«, rief Lex und hielt sich am Gummiewulst fest. »Schneller, schneller!« Grant kniff die Augen zusammen und sah nach vorne. Der Fluss war noch immer schmal und dunkel, aber ein Stück weiter vorne hörten die Bäume auf. Er sah helles Sonnenlicht und hörte ein entferntes Donnern. Der Fluss schien abrupt in einer eigentümlich flachen Linie zu enden. Das Fluss wurde immer schneller und schneller. Grant griff nach den Paddeln. »Was ist das?« »Ein Wasserfall«, sagte Grant. Das Fluss schoss aus der Dunkelheit der überhängenden Äste ins helle Sonnenlicht und trieb in der schnellen Strömung auf die Kante des Wasserfalls zu. Das Donnern wurde immer lauter. Grant paddelte, so kräftig er konnte, aber damit brachte er das Fluss nur in eine Kreisbewegung. Es trieb weiter auf die Kante zu. Lex drückte sich an ihn. »Ich kann nicht schwimmen!« Grant sah, dass sie ihre Schwimmweste nicht zugehakt hatte, aber er konnte nichts mehr dagegen tun. Mit furchterregender Geschwindigkeit rasten sie auf die Kante zu und das Donnern des Wasserfalls schien die Welt auszufüllen. Grant rammte ein Paddel tief ins Wasser und spürte, dass es Halt fand und das auf der Strömung tanzende Gummifloß direkt an der Kante stoppte. Grant stemmte sich gegen das Paddel und sah über die Kante. Über 15 Meter stürzte das Wasser in die Tiefe, in ein brodelndes Becken. Und in diesem brodelnden Becken stand der Tyrannosaurier und wartete auf sie. Lex schrie in panischer Angst und plötzlich wirbelte das Boot herum. Das Heck kippte weg. Ein Augenblick lang hingen sie in der Luft und der tosenden Gischt. Dann fielen sie. Grant ruderte mit den Armen und plötzlich wurde die Welt um ihn herum leise und still. Grants Fall schien Minuten zu dauern. Er hatte Zeit zu beobachten, wie Lex, die Schwimmweste umklammert, neben ihm herabstürzte und wie Tim fiel, das Gesicht der Tiefe zugewandt. Er hatte Zeit, die eisig-weiße Wasserwand zu betrachten und das blubbernde Becken unter ihm, auf das er ganz langsam und lautlos zufiel. Dann traf Grant mit einem harten Schlag auf das kalte Wasser, ging unter und plötzlich waren nur noch sprudelnde Blasen um ihn. Er taumelte und drehte sich. Kurz tauchte ein Bein des Tyrannosauriers neben ihm auf. Er trudelte daran vorbei und trieb aus dem Becken hinaus wieder in den Fluss. Grant schwamm ans Ufer, bekam einen Ast zu fassen und zog sich daran aus der Strömung. Keuchend hiefte er sich auf die warmen Felsen und als er sich umdrehte, sah er das braune Gummifloß auf dem Fluss an sich vorbeitreiben. Dann entdeckte er Tim, der gegen die Strömung ankämpfte. Er streckte die Hand aus und zog ihn an Land, wo der Junge sich hustend und zitternd neben ihn legte. Als sich Grant zum Wasserfall umdrehte, sah er, dass der Tyrannosaurier den Kopf direkt vor ihm in das Becken tauchte. Der Urzeit-Riese schüttelte sich. Wasser spritzte nach allen Seiten. Er hatte etwas zwischen den Zähnen. Dann hob der Tyrannosaurier den Kopf wieder. Aus seinem Maul hing Lex' orangefarbene Schwimmweste. Ein Augenblick später tauchte Lex' Kopf neben dem langen Schwanz des Dinosauriers auf. Sie trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Die Strömung zog sie flussabwärts. Grant sprang in den tosenden Fluss zurück und schwamm hinter ihr her. Augenblicke später zerrte er sie an Land. Ein lebloses Bündel. Ihr Gesicht war grau. Wasser lief ihr aus dem Mund. Grant beugte sich über sie, um sie von Mund zu Mund zu beatmen, aber sie hustete. Dann erbrach sie eine gelblich-grüne Flüssigkeit und hustete noch einmal. Ihre Lieder flatterten. »Hallo«, sagte sie und lächelte schwach. »Wir haben es geschafft.« Kim fing an zu weinen. Sie hustete wieder. »Hörst du auf? Warum flennst du denn?« »So halt.« »Wir haben uns Sorgen um dich gemacht«, sagte Grant. Kleine weiße Flocken trieben auf der Wasseroberfläche. Der Tyrannosaurier zerfetzte die Schwimmweste. Noch drehte er ihnen den Rücken zu, aber er konnte sich jeden Augenblick umdrehen und sie entdecken. »Kommt, Kinder«, sagte Grant. »Wohin gehen wir denn?« fragte Lex hustend. »Kommt schon!« Grant sah sich nach einem Versteck um. Flussabwärts sah er nur eine grasbewachsene Ebene, die keinen Schutz bot, und flussaufwärts stand der Dinosaurier. Dann entdeckte er einen Trampelpfad am Flussufer. Er schien zum Wasserfall hinaufzuführen. Und im Lehm sah er deutlich die Abdrücke eines Schuhs. Die Spur führte den Pfad hinauf. Wie erwartet drehte sich der Tyrannosaurier schließlich um und starrte auf die weite Grasfläche hinaus. Er schien bemerkt zu haben, dass sie an ihm vorbeigekommen waren. Jetzt suchte er sie flussabwärts. Sie duckten sich hinter die großen Farnbüschel am Uferrand. Vorsichtig führte Grant die Kinder flussaufwärts. »Wohin gehen wir denn?« fragte Lex. »Wir gehen ja zurück.« »Ich weiß.« Je näher sie dem Katarakt kamen, desto lauter wurde das Donnern der fallenden Wassermassen. Die Felsen wurden glitschig, der Pfad schlammig. Ein feiner Dunst hing in der Luft. Es war, als würden sie durch eine Wolke gehen. »Ich weiß.« Der Pfad schien direkt in das stürzende Wasser zu führen, doch beim Näherkommen sahen sie, dass er hinter den Wasserfall führte. Der Tyrannosaurier sah noch immer flussabwärts, hatte ihnen also den Rücken zugedreht. Sie eilten auf den Wasserfall zu und hatten ihn schon beinahe erreicht, als Grant sah, wie der Tyrannosaurier sich umdrehte. Doch dann standen sie plötzlich hinter der silbrigen Wasserwand und Grant sah gar nichts mehr. Grant blickte sich überrascht um. Sie befanden sich in einer kleinen Nische, kaum größer als ein Schrank, und vollgestellt mit Maschinen. Summende Pumpen, große Filter und Röhren. Alles war nass und kalt. »Hat er uns gesehen?«, fragte Lex. Sie musste schreien, um den Lärm des Wassers zu übertönen. »Wo sind wir? Was ist das hier? Hat er uns gesehen?« »Moment mal«, sagte Grant. Er sah sich die Geräte an. Sie dienten ganz offensichtlich zur Steuerung des Parks, und da sie zum Funktionieren Strom brauchten, gab es hier vielleicht auch ein Telefon. Er suchte zwischen Filtern und Röhren. »Was machen Sie denn?«, rief Lex. »Ich suche nach einem Telefon.« Es waren zwischen beinahe zehn Uhr. Sie hatten nur noch eine knappe Stunde, um das Schiff anzurufen, bevor es das Festland erreichte. An der hinteren Wand der Nische entdeckte er schließlich eine Metalltür mit der Aufschrift »Wartung 04«, aber sie war fest verschlossen. An der Seite befand sich ein Schlitz für eine Code-Karte. An der Wand neben der Tür sah Grant eine Reihe Metallkästen. Er öffnete sie eine nach dem anderen, fand aber nur Schalter und Timer, kein Telefon. Und nichts, womit man die Tür öffnen konnte. Beinahe hätte er den Kasten auf der linken Seite der Tür übersehen. Er öffnete ihn und entdeckte dahinter ein Tastenfeld, das mit grünlichen Schimmelpunkten gesprengelt war. Aber es sah so aus, als ließe sich damit die Tür öffnen, und er hatte aus irgendeinem Grund das Gefühl, dass sich hinter der Tür ein Telefon befand. Ins Metall des Kastens war die Nummer 1023 eingekratzt. Er tippte sie ein. Mit einem Zischen öffnete sich die Tür. Dahinter nur gähnende Dunkelheit und eine Betontreppe, die in die Tiefe führte. An der Wand sah Grant die Aufschrift »Warte Fahrzeug 04-22 Ladegerät« und einen nach unten zeigenden Pfeil. Sollte das wirklich bedeuten, dass da unten ein Auto war? »Komm, Kinder!« »Nein!«, sagte Lex. »Ich geh da nicht runter.« »Komm schon, Lex!«, sagte Tim. »Nein!«, entgegnete Lex. »Da ist kein Licht und nichts. Ich geh da nicht runter.« »Schon gut«, sagte Grant. »Für langes Reden war keine Zeit.« »Bleibt hier. Ich bin gleich zurück.« »Wohin gehen Sie?«, fragte Lex, die es plötzlich mit der Angst bekam. Grant trat durch die Tür. Mit einem elektronischen Piepsen schnappte sie hinter ihm wieder zu. Unvermittelt stand Grant in vollkommener Dunkelheit. Nach einer Schrecksekunde wandte er sich der Tür zu und fühlte ihre feuchte Oberfläche. Es gab keinen Knauf, keinen Riegel. Dann tastete er auch die Wände ab und suchte nach einem Schalter, einem Kontrollkasten, irgendetwas. Aber da war nichts. Panik stieg bereits in ihm auf, als seine Finger sich um einen kalten Metallzylinder schlossen. Seine Finger glitten über einen vorstehenden Wulst, eine glatte Oberfläche, eine Stablampe. Er schaltete sie ein. Der Strahl war überraschend hell. Er richtete ihn auf die Tür und sah, dass sie sich nicht öffnen ließ. Er musste warten, bis die Kinder sie öffneten. Aber in der Zwischenzeit... Grant stieg die Treppe hinunter. Die Stufen waren feucht und schlüpfrig vom Schimmel. Er musste aufpassen, wohin er trat. Etwa auf halbem Weg nach unten hörte er ein Schnuppern und das Geräusch von Klauen, die über Beton kratzten. Er zog seine Luftpistole aus dem Gürtel und ging vorsichtig weiter. Die Treppe machte eine Kurve, und als er mit der Taschenlampe darum herumleuchtete, funkelte ihm eine eigenartige Reflexion entgegen. Einen Augenblick später sah er, was es war. Ein Auto. Es war ein Elektroauto, ähnlich einem Golfkarren, und es stand am Anfang eines langen Tunnels, der sich meilenweit durch den Berg zu erstrecken schien. Ein rotes Licht leuchtete neben dem Lenkrad. Vielleicht war das Auto also sogar aufgeladen. Wieder hörte Grant das Schnuppern, diesmal hinter sich. Im selben Moment, als er herumfuhr, sah er eine blasse Gestalt mit weit aufgerissenem Rachen auf sich zuspringen. Grant schoss, ohne zu überlegen. Das Tier landete auf ihm und warf ihn zu Boden. Erschrocken rollte er weg, der Lichtkegel seiner Taschenlampe zuckte kreuz und quer durch den dunklen Raum. Aber das Tier stand nicht wieder auf, und Grant kam sich fast ein wenig dumm vor, als er sah, wogegen er sich so vehement gewehrt hatte. Es war ein Velociraptor, aber ein sehr junger, kaum ein Jahr alt. Er war nur einen guten halben Meter groß, etwa wie ein mittelgroßer Hund. Er lag auf dem Rücken und atmete nur noch schwach. Der Pfeil steckte in seinem Hals. Wahrscheinlich war die Dosis zu hoch für sein Körpergewicht. Grant zog das Geschoss deshalb schnell wieder heraus. Der Velociraptor sah ihn mit glasigen Augen an. Grant spürte deutlich die Intelligenz, die dieses Tier ausstrahlte, zugleich eine gewisse Sanftheit, die in krassem Gegensatz stand zu der aggressiven Bedrohlichkeit, die er bei den erwachsenen Tieren im Pferch erlebt hatte. Er streichelte ihm den Kopf in der Hoffnung, ihn zu beruhigen, und sah an dem Körper hinunter, der jetzt, da das Betäubungsmittel zu wirken begann, leicht zitterte. Und dabei sah er, dass es ein Männchen war. Ein junges Männchen. Was er sah, ließ keinen Zweifel daran. Dieser Velociraptor war in freier Wildbahn zur Welt gekommen. Aufgeregt über diese Entdeckung lief er die Treppe hoch zur Tür. Mit der Taschenlampe suchte er die glatte, flache Oberfläche der Tür und die Innenwände ab. Während er mit der Hand über die Tür strich, kam ihm langsam zu Bewusstsein, dass er die Tür nicht öffnen konnte und eingeschlossen war, wenn die Kinder nicht die Geistesgegenwart besaßen, sie für ihn zu öffnen. Durch die Tür hindurch hörte er schwach ihre Stimmen. »Dr. Grant!«, rief Lex und hämmerte gegen die Tür. »Dr. Grant!« »Jetzt beruhige dich wieder!«, sagte Tim. »Er ist ja gleich zurück.« »Aber wo ist er hin?« »Hör mal, Dr. Grant weiß, was er tut!«, entgegnete Tim. »Er kommt bald wieder!« »Er soll sofort zurückkommen!«, sagte Lex. Sie stemmte die Fäuste in die Hüften und stampfte mit dem Fuß auf. Und plötzlich stieß brüllend der Kopf des Tyrannosauriers durch die Wasserwand. Tim starrte entsetzt den weit aufgerissenen Rachen an. Lex kreischte und warf sich zu Boden. Der Kopf schwang hin und her und zog sich dann wieder zurück. Doch der Schatten des Kopfes auf der Wand stürzenden Wassers blieb. Gerade noch rechtzeitig zog Tim Lex tiefer in die Nische, denn wieder stieß der Kopf brüllend und mit gierig zuckender Zunge durch das Wasser. Tropfen spritzten in alle Richtungen vom Kopf weg. Dann zog er sich erneut zurück. Lex drängte sich zitternd an Tim. »Ich hasse ihn!«, sagte sie und presste sich an die hintere Wand. Aber die Nische war nicht tief genug und vollgestellt mit Maschinen. Sie konnten sich nirgends verstecken. Wieder stieß der Kopf durch das Wasser, aber langsamer diesmal, und der Unterkiefer kam auf dem Boden zu liegen. Der Tyrannosaurier schnaubte, die Nüstern blähten sich. Er atmete die Luft ein. Nur die Augen waren noch hinter der Wasserwand. »Er kann uns nicht sehen«, dachte Tim. »Er weiß, dass wir hier sind, aber er kann uns nicht sehen.« Der Tyrannosaurier schnupperte. »Was macht er denn?«, fragte Lex. »Psst!« Mit einem tiefen Knurren öffnete sich das Maul, die Zunge kroch heraus. Sie war dick, bläulich-schwarz und an der Spitze gespalten. Über einen Meter lang reichte sie leicht bis zur hinteren Wand der Nische. Mit einem kratzenden Geräusch glitt sie über die Filterzylinder. Tim und Lex drückten sich gegen die Röhren. Die Zunge bewegte sich langsam nach links, dann nach rechts, und tastete feucht klatschend die Maschinen ab. Tim sah die Muskelbewegungen der Zunge, die an einen Elefantenrüssel erinnerten. Die Zunge glitt an der rechten Wand der Nische entlang und stieß schließlich gegen Lex' Beine. »Äh!«, machte Lex. Die Zunge hielt inne und schlängelte sich an ihrem Körper hoch. »Rühr dich nicht!«, flüsterte Tim. An ihrem Gesicht vorbei, auf Tims Schulter und schließlich um seinen Kopf. Tim kniff die Augen zusammen, als der schleimige Muskel sein Gesicht bedeckte. Die Zunge war heiß und nass und stank wie Urin. Die Zunge umklammerte Tims Kopf und zog ihn sehr, sehr langsam auf den geöffneten Rachen zu. »Timmy!«, Tim konnte nicht antworten, denn sein Mund war von der flachen, schwarzen Zunge bedeckt. Er konnte sehen, aber nicht reden. Lex zerrte an seiner Hand. »Komm doch, Timmy!«, die Zunge zog ihn auf das schnaubende Maul zu. Er spürte den heißen, keuchenden Atem auf seinen Beinen. Lex zerrte ebenfalls an ihm, konnte aber gegen die Muskelkraft des Sauriers nichts ausrichten. Schließlich ließ Tim Lex los und drückte mit beiden Händen gegen die Zunge. Er versuchte, sie sich über den Kopf zu schieben, konnte sie jedoch keinen Zentimeter bewegen. Selbst als er die Hacken mit seiner ganzen Kraft in den schlammigen Boden grub, zerrte die Zunge ihn Zentimeter für Zentimeter weiter. Lex umschlang seine Taille und hängte sich an ihn. Sie schrie auf ihn ein, aber Tim war hilflos. Er sah Sterne, und allmählich überkam ihn eine eigentümliche Ruhe, ein friedliches Gefühl der Unausweichlichkeit, während er Stück für Stück weitergezerrt wurde. »Timmy!«, plötzlich erschlaffte die Zunge und löste sich. Tim spürte sie von seinem Gesicht gleiten. Ein ekliger weißer Schleim überzog seinen Körper, die Zunge fiel schlapp zu Boden. Die Kiefer klappten zu, Zähne gruben sich in die Zunge. Dunkles Blut spritzte heraus und vermischte sich mit dem Schlamm. Aus den Nüstern kam stoßweises Schnauben. »Was ist denn jetzt los?«, fragte Lex. Langsam, sehr langsam glitt der Kopf aus der Nische, im Schlamm eine lange, tiefe Spur hinter sich herziehend. Schließlich war er ganz verschwunden, und sie sahen nur noch die silbrige Wand fallenden Wassers. Kontrollraum »Okay«, sagte Arnold im Kontrollraum, »der Rex ist erledigt.« Er lehnte sich zurück, zündete sich grinsend seine letzte Zigarette an und zerdrückte die Packung. Das war's dann. Sie hatten den Park wieder voll unter Kontrolle. Jetzt mussten sie den Tyrannosaurier nur noch an einen sicheren Ort schaffen. »So ein Hurensohn«, sagte Maldun und sah auf den Monitor. »Dann habe ich ihn also doch erwischt.« Er wandte sich an Gennaro. »Hat nur eine Stunde gebraucht, bis er es merkt.« Henry Wu betrachtete stirnrunzelt den Monitor. »Aber in dieser Lage könnte er ertrinken?« »Der ertrinkt schon nicht«, entgegnete Maldun. »Ich kenne kein Tier, das schwerer zu töten ist.« »Ich glaube, wir müssen hinaus und ihn wegschaffen«, sagte Arnold. »Das werden wir«, sagte Maldun. Er klang nicht sehr begeistert. »Er ist ein wertvolles Tier.« »Ich weiß, dass er ein wertvolles Tier ist«, entgegnete Maldun. Arnold wandte sich an Gennaro. Er konnte ein Gefühl des Triumphs nicht unterdrücken. »Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass der Park jetzt wieder vollkommen normal funktioniert. Egal, was Malcolms mathematisches Modell auch vorausgesagt hat, wir haben jetzt wieder alles unter Kontrolle.« Gennaro deutete auf den Bildschirm hinter Arnolds Kopf und fragte. »Und was ist das?« Arnold drehte sich um. Es war das Systemstatusfeld in der oberen Hälfte des Bildschirms. Normalerweise war es leer. Arnold sah überrascht, dass es jetzt gelb aufblinkte. AUX-Power-Low. Im ersten Augenblick verstand er gar nichts. Warum sollte die Spannung von AUX-Power des Notstromaggregats zu niedrig sein? Die Systeme wurden doch vom Hauptgenerator gespeist, nicht vom Hilfsaggregat. Vielleicht handelte es sich nur um eine Routineüberprüfung der Füllstände des Tanks und der Batterieladung. »Henry«, sagte Arnold zu Wu, »sehen Sie sich das einmal an.« »Warum arbeiten Sie mit dem Notgenerator?«, fragte Wu. »Das tue ich doch gar nicht.« »Sieht aber ganz so aus.« »Es kann aber nicht sein.« »Drucken Sie mal den Systemstatus aus«, schlug Wu vor. Darin waren alle Vorgänge im System innerhalb der letzten Stunden aufgezeichnet. Arnold drückte einen Knopf und in einer Ecke begann ein Drucker zu rattern. Wu ging hinüber. Arnold starrte den Bildschirm an. Das Sichtfeld blinkte jetzt nicht mehr gelb, sondern rot, und die Angabe lautete AUX-Power-Fail. Das Notstromaggregat war kurz vor dem Stillstand. Auf dem Bildschirm klickten Zahlen von 20 an rückwärts, wie bei einem Countdown. »Was zum Teufel ist da los?«, sagte Arnold. Vorsichtig ging Tim ein paar Schritte über den schlammigen Pfad zurück, bis er wieder Sonnenlicht sah. Er spähte um den Wasserschleier herum und sah den Tyrannosaurier auf der Seite liegend im Becken treiben. »Hoffentlich ist er tot«, sagte Lex. Tim sah, dass er es nicht war. Der Brustkorb hob und senkte sich noch, und ein Vorderlauf zuckte krampfartig. Aber irgendetwas stimmte mit ihm nicht. Dann entdeckte Tim den Zylinder, der knapp hinter dem Ohrloch im Schädel steckte. »Man hat ihn mit einem Pfeil angeschossen«, sagte Tim. »Gut, er hat uns ja fast aufgefressen.« Tim sah, wie schwer der Dinosaurier atmete, und ganz unerwartet tat es ihm leid, dieses riesige Tier so erniedrig zu sehen. Er wollte nicht, dass es starb. »Er kann doch nichts dafür«, sagte er. »Aber nein, überhaupt nicht«, entgegnete Lex, »er hat uns fast aufgefressen, aber er kann nichts dafür. Er ist ein Fleischfresser, er musste das tun. Das würdest du aber jetzt nicht sagen, wenn du in seinem Bauch wärst.« Plötzlich veränderte sich das Geräusch des Wasserfalls. Das ohrenbetäubende Donnern wurde leiser, und die prasselnde Wasserwand wurde dünner, zu einem Tröpfeln, und hörte ganz auf. »Timmy, der Wasserfall hat aufgehört!« Er tröpfelte jetzt nur noch wie ein nicht ganz zugedrehter Hahn. Das aufgewirbelte Wasser im Auffangbecken kam zur Ruhe. Sie standen knapp unterhalb der Kante in einer höhlenartigen Einbuchtung voller Maschinen und sahen nach unten. »Wasserfälle hören doch nicht einfach auf«, sagte Lex. Tim schüttelte den Kopf. »Es muss am Strom liegen. Jemand hat den Strom abgeschaltet.« Die Pumpen und Filter hörten einer nach dem anderen auf zu arbeiten. Die Kontrolllichter verlöschten, die ganze Anlage wurde still. Mit einem Klicken löste sich eine elektronische Verriegelung, und die Tür mit der Aufschrift »Wartung 04« sprang auf. Grant trat heraus, kniff gegen das Licht die Augen zusammen und sagte, »Gute Arbeit, Kinder. Ihr habt die Tür aufgemacht.« »Wir haben gar nichts gemacht«, sagte Lex. »Der Strom war plötzlich weg«, ergänzte Tim. »Egal«, entgegnete Grant. »Kommt mit und schaut, was ich gefunden habe.« Arnold war schockiert. Die Monitore wurden einer nach dem anderen dunkel. Das Licht ging aus, und plötzlich herrschten Dunkelheit und Chaos im Kontrollraum. Alle schrien durcheinander. Maldun öffnete die Jalousien, um Licht hereinzulassen, und Wu kam mit dem Computerausdruck gelaufen. »Sehen Sie sich das an!« »Sie haben heute Morgen um 5.13 Uhr abgeschaltet und dann das System mit dem Notstromaggregat wieder hochgefahren«, sagte Wu. »Mein Gott«, entfuhr es Arnold. Offensichtlich arbeitete der Hauptgenerator seit der Abschaltung nicht mehr. Beim Wiedereinschalten war nur das Hilfsaggregat angesprungen. Arnold fragte sich gerade nach dem Grund, als ihm plötzlich bewusst wurde, dass das ganz normal war. Genau das war beabsichtigt. Es war ja auch sehr einleuchtend. Der Hilfsgenerator sprang zuerst an, und mit ihm startete man dann den Hauptgenerator, weil eine sehr hohe Stromstärke nötig war, um das große Aggregat anzulassen. So war das System konstruiert. Aber Arnold hatte noch nie Anlass gehabt, die Hauptstromzufuhr abzuschalten. Und als die Lichter und Monitore im Kontrollraum wieder ansprangen, war er gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass der Hauptgenerator nicht mit eingeschaltet sein könnte. Aber genau das war er nicht. Und in der ganzen Zeit nach dem Wiedereinschalten, während sie den Rex suchten und noch einiges andere taten, war der Park vom Notstromaggregat versorgt worden. Und das war nicht gerade eine gute Idee. Langsam wurde ihm bewusst, was das für Folgen hatte. »Was bedeutet diese Teile?«, fragte Maldun und tippte mit dem Finger auf die Liste. »Warning. Fence Status. Operative Aux Power.« »Was bedeutet, dass das System eine Warnung an die Monitore im Kontrollraum übermittelt hat?«, antwortete Arnold. »Wegen der Zäune.« »Haben Sie diese Warnung gesehen?« Arnold schüttelte den Kopf. »Nein. Wahrscheinlich habe ich mich da gerade mit Ihnen im Park unterhalten. Aber wie auch immer, nein, ich habe Sie nicht gesehen.« »Und was sagt diese Warnung über den Betriebszustand der Zäune aus?« »Na ja, zu der Zeit wusste ich es ja noch nicht, aber wir liefen ja nur mit Notstrom,« antwortete Arnold. »Und das Hilfsaggregat liefert nicht genug Stromstärke, um auch die Zäune zu versorgen, und deshalb blieben sie automatisch abgeschaltet.« »Die Zäune waren ohne Strom?« »Ja.« »Alle? Seit fünf Uhr heute Morgen seit fünf Stunden?« »Ja.« »Auch die Velociraptorenzäune?« Arnold seufzte. »Ja.« »Mein Gott,« stöhnte Maldun. »Fünf Stunden. Diese Viecher könnten schon längst draußen sein.« In diesem Augenblick drang von irgendwo in der Entfernung ein Schrei zu ihnen herein. Maldun begann plötzlich sehr schnell zu reden. Er ging von einem zum anderen und verteilte die Funkgeräte. »Mr. Arnold geht in den Generatorenraum und schaltet die Hauptstromversorgung wieder ein. Dr. Wu, Sie bleiben im Kontrollraum. Sie sind der Einzige außer Mr. Arnold, der mit den Computern umgehen kann. Mr. Hammond, Sie gehen ins Hotel zurück. Keine Widerrede.« »Nicht jetzt. Verschließen Sie die Tore und bleiben Sie dahinter, bis Sie von mir hören. Ich werde mich um die Raptoren kümmern.« Er wandte sich an Gennaro. »Wollen Sie noch einmal riskant leben?« »Eigentlich nicht,« erwiderte Gennaro. Er war sehr blass. »Gut, dann gehen Sie mit Mr. Hammond ins Hotel.« Maldun ließ ihn stehen. »Das ist alles, und jetzt los.« »Was werden Sie mit meinen Tieren anstellen?« fragte Hammond jammernd. »Das ist eigentlich nicht die Frage, Mr. Hammond,« entgegnete Maldun. »Die Frage ist, was werden die Tiere mit uns anstellen?« Er ging durch die Tür und lief den Gang entlang zu seinem Büro. Gennaro folgte ihm. »Anders überlegt,« knurrte Maldun. »Sie brauchen Hilfe,« sagte Gennaro. »Möglicherweise,« Maldun betrat das Zimmer mit der Aufschrift, »Tierhüter,« packte den grauen Granatwerfer und schloss einen Schrank hinter seinem Schreibtisch auf. Sechs Granaten befanden sich darin. »Das Dumme an diesen verdammten Dinos ist,« sagte Maldun, »dass sie ein auf mehrere Stellen im Körper verteiltes zentralen Nervensystem haben. Die sterben nicht schnell, auch wenn man sie direkt ins Hirn trifft. Außerdem sind sie kräftig gebaut, dicke Rippen machen einen Herzschuss ziemlich schwierig, und sie sind auch mit einem Schuss ins Hinterteil oder die Beine kaum zu lähmen. Sie bluten langsam und sterben folglich langsam.« Er warf Gennaro einen kräftigen Stoffgurt zu. »Legen Sie den um!« Gennaro schnallte sich den Gürtel um, und Maldun gab ihm die Granaten. »Wir können nur hoffen, dass schon der erste Schuss sie zerfetzt. Leider haben wir nur sechs Granaten, aber acht Raptoren im Gehege. Bleiben Sie dicht hinter mir! Sie haben die Munition!« Maldun verließ das Zimmer, lief den Gang entlang und sah dabei über den Balkon zu dem Pfad hinunter, der zur Generatorenhalle führte. Gennaro lief keuchend neben ihm her. Sie erreichten das Erdgeschoss und stürmten durch die Glastür ins Freie, wo Maldun unvermittelt stehen blieb. Arnold stand mit dem Rücken zur Generatorenhalle. Drei Raptoren näherten sich ihm. Arnold fuchtelte abwehrend mit einem Stock und schrie laut. Während sie näher rückten, verteilten sich die Raptoren. Einer blieb in der Mitte, die beiden anderen wichen links und rechts zur Seite aus. Koordiniert. Gewand. Gennaro lief es kalt über den Rücken. Rudelverhalten. Maldun kauerte bereits am Boden und hob sich den Granatwerfer auf die Schulter. »Laden«, befahl er. Gennaro ließ die Granate in den Werfer gleiten. Es gab ein elektrisches Knistern. Aber nichts passierte. »Verdammt! Sie haben sie verkehrt herum hineingesteckt«, sagte Maldun und neigte den Lauf, bis Gennaro die Granate in die Hand fiel. Gennaro lud neu. Die Raptoren knurrten Arnold an, als plötzlich eins der Tiere einfach explodierte. Der ganze Oberkörper flog davon und klatschte wie eine aufgeplatzte Tomate gegen die Gebäudewand. Der Unterkörper stürzte mit zuckenden Beinen und schlagendem Schwanz zu Boden. »Das wird sie auf Trab bringen«, sagte Maldun. Arnold lief auf die Tür des Schuppens zu. Die beiden übrigen Veloziraptoren drehten sich um und nahmen Maldun und Gennaro aufs Korn. Wieder verteilten sie sich beim Näherkommen. Von irgendwo in der Nähe des Hotels drangen Schreie zu ihnen. »Das könnte ein Desaster werden«, sagte Gennaro. »Laden«, befahl Maldun. Henry Wu hörte die Explosionen und sah zur Tür des Kontrollraums. Er ging um die Konsolen herum, blieb dann aber stehen. Er wäre lieber hinausgegangen, wusste aber, dass er im Raum bleiben musste. Sollte Arnold es schaffen, den Strom anzuschalten, und wenn auch nur für ein paar Minuten, dann konnte Wu den Hauptgenerator starten. Er musste im Kontrollraum bleiben. Dann hörte er jemand schreien. Es klang wie Maldun. Maldun spürte einen stechenden Schmerz im Knöchel, stolperte einen Erddamm hinunter und stürzte. Als er zurückschaute, sah er Gennaro in die andere Richtung davonlaufen, auf den Wald zu. Doch die Raptoren verfolgten nicht ihn, sondern Maldun. Sie waren nur noch knappe zwanzig Meter entfernt. Maldun schrie sich die Lunge aus dem Leib, während er aufstand und weiter rannte, fragte sich dabei aber nur kurz, wohin er denn überhaupt noch rennen konnte. Er wusste, dass er nur noch zehn Sekunden hatte, bevor sie ihn schnappten. Zehn Sekunden. Vielleicht noch weniger. Ellie musste Malcolm beim Umdrehen helfen, damit Harding ihm das Morphium injizieren konnte. Malcolm seufzte und sank zurück. Er schien von Minute zu Minute schwächer zu werden. Aus dem Funkgerät drangen blechernde Schreie und gedämpfte Explosionen, die aus der Umgebung des Besucherzentrums zu kommen schienen. Hammond trat ins Zimmer und fragte, »Wie geht es ihm?« »Er hält sich tapfer,« sagte Harding, »ein bisschen deliriös.« »Ganz und gar nicht,« widersprach Malcolm. »Ich bin vollkommen klar im Kopf.« Er horchte auf das Funkgerät. »Klingt wie Krieg da draußen.« »Die Raptoren sind ausgebrochen,« sagte Hammond. »Ach, tatsächlich?« entgegnete Malcolm zwischen zwei flachen Atemzügen. »Wie konnte das denn nur passieren?« »Mit dem System ist etwas schiefgelaufen. Arnold hat nicht gemerkt, dass nur das Hilfsaggregat eingeschaltet war, und so bekamen die Zäune keinen Strom.« »Tatsächlich?« »Gehen Sie zur Hölle, Sie hochnäsiger Mistkerl!« »Wenn ich mich recht erinnere,« sagte Malcolm, »habe ich vorausgesagt, dass der Strom in den Zäunen ausfallen würde.« Hammond seufzte. »Ach, verdammt!« sagte er und schüttelte den Kopf. »Es ist Ihnen doch sicher nicht entgangen, dass das, was wir hier versuchen, im Grunde genommen eine ganz einfache Sache ist. Meine Kollegen und ich haben vor einigen Jahren herausgefunden, dass es möglich ist, die DNS eines ausgestorbenen Tieres zu klonen und es zu züchten. Das schien uns eine wunderbare Idee, eine Art Zeitreise, die einzige mögliche Zeitreise in der Welt. Wir wollten diese Tiere sozusagen ins Leben zurückbringen, und da das alles so aufregend und vor allem möglich war, beschlossen wir, es durchzuführen. Wir haben diese Insel gekauft und uns an die Arbeit gemacht. Es war alles so einfach.« »Einfach«, wiederholte Malcolm. Irgendwie fand er die Kraft, sich im Bett aufzusetzen. »Einfach? Sie sind ein noch größerer Narr, als ich angenommen habe, und ich habe Sie schon für einen ziemlich großen Narren gehalten.« »Dr. Malcolm«, sagte Ali und versuchte, ihn dazu zu bringen, sich wieder hinzulegen. Aber Malcolm wollte nicht. Er deutete auf das Funkgerät, aus dem lautes Rufen und Schreien drang. »Was ist denn das, was da draußen jetzt los ist?«, fragte er. »Das ist Ihre einfache Idee.« »Von wegen einfach.« »Sie erschaffen neue Lebensformen, über die Sie rein gar nichts wissen.« »Ihr Dr. Wu kennt doch noch nicht einmal die Namen von den Dingern, die er da zum Leben erweckt.« »Er kann sich nicht mit solchen Kleinigkeiten aufhalten wie, was das Ding für einen Namen hat, geschweige denn, was das überhaupt für ein Ding ist.« »Sie erschaffen viele von Ihnen in sehr kurzer Zeit, wissen dabei aber rein gar nichts von Ihnen, und doch erwarten Sie, dass Sie tun, was Sie wollen, nur weil Sie sie erschaffen haben und glauben, Sie seien Ihr Eigentum. Dabei vergessen Sie, dass Sie lebendig sind, dass Sie eine eigenständige Intelligenz besitzen, dass Sie vielleicht nicht tun, was Sie wollen, und Sie vergessen, wie wenig Sie über sie wissen, wie inkompetent Sie in den Dingen sind, die Sie so leichtfertig einfach nennen. Mein Gott!« Er sank hustend zurück. »Wissen Sie, was verkehrt ist an der wissenschaftlichen Macht?« fuhr er fort. »Es ist eine Art ererbter Reichtum, und Sie wissen, was für Arschlöcher Leute mit ererbtem Geld sind. Das ist immer das Gleiche.« »Wovon redet er denn?« fragte Hammond. Mit einer Geste deutete Harding an, dass Malcolm deliriere. Doch Malcolm sah ihn nur schief an. »Ich werde Ihnen sagen, wovon ich rede,« sagte er. »Fast alle Arten der Macht verlangen von dem, der sie will, beträchtliche Opfer. Da ist Lernen notwendig und langjährige Disziplin. Egal, welche Macht Sie wollen, als Präsident einer Firma, als Träger eines schwarzen Gürtels in Karate, als spiritueller Guru, als Profisportler, wonach Sie auch suchen, Sie müssen Zeit, Training und Anstrengungen investieren. Sie müssen eine Menge aufgeben, um es zu bekommen. Es muss Ihnen sehr wichtig sein, aber wenn Sie die Macht erreicht haben, gehört sie Ihnen. Man kann sie nicht weitergeben. Sie ist in Ihnen. Sie ist das Ergebnis Ihrer Disziplin. Das Interessante an diesem Prozess ist nun die Tatsache, dass jemand zu dem Zeitpunkt, da er gelernt hat, mit seinen Händen zu töten, auch die Reife erlangt hat, zu wissen, wie er diese Macht zu gebrauchen hat. Er wird sie nie unvernünftig anwenden. Diese Art von Macht besitzt einen eingebauten Kontrollmechanismus. Die Disziplin, die notwendig ist, um sie zu erreichen, verändert einen so, dass man sie nie missbrauchen wird. Aber wissenschaftliche Macht ist wie ererbter Reichtum. Man erreicht sie ohne Disziplin. Sie lesen einfach, was andere getan haben und machen den nächsten Schritt. Man kann das schon in sehr jungen Jahren tun. Man kann sehr schnell Fortschritte machen. Es ist keine jahrzehntelange Disziplin nötig und auch keine Meisterschaft. Alte Wissenschaftler werden einfach ignoriert. Es gibt keine Demut vor der Natur. Es gibt nur die Philosophie des Schnellreichwerdens, des Sich-Schnell-Einen-Namen-Machens. Betrügen, Lügen, verfälschen sie. Kein Mensch schert sich darum. Sie nicht und ihre Kollegen nicht. Niemand wird sie kritisieren. Niemand hat irgendwelche moralischen Bewertungsmaßstäbe. Alle versuchen, das Gleiche zu erreichen, etwas Großes zu schaffen, und das schnell. Und weil sie auf den Schultern von Riesen stehen können, können sie etwas auch schnell erreichen. Sie wissen nicht mal genau, was es ist, aber sie haben es bereits veröffentlicht, es sich patentieren lassen und verkauft. Und der Käufer hat noch weniger Disziplin als sie. Der Käufer erwirbt einfach Macht, wie eine Ware. Der Käufer denkt überhaupt nicht daran, dass vielleicht Disziplin notwendig ist. »Wissen Sie, wovon der redet?« fragte Hammond. Ellie nickte. »Ich habe nicht die geringste Ahnung«, sagte Hammond. »Ich werde es ganz einfach machen«, sagte Malcolm. »Ein Karatemeister mordet nicht mit bloßen Händen. Er verliert nicht einfach die Geduld und bringt seine Frau um. Ein Mensch, der mordet, ist einer ohne Disziplin, ohne Selbstbeherrschung, einer, der sich seine Macht gekauft hat wie eine billige 38er vom Schwarzmarkt. Genau das ist die Art von Macht, die die Wissenschaft ermöglicht und fördert, und genau deshalb glauben sie, dass es einfach ist, einen Park wie diesen zu bauen.« »Es war einfach«, entgegnete Hammond störrisch. »Warum ist es dann schiefgelaufen?« Benommen vor Anspannung schwang John Arnold die Tür zur Generatorenhalle auf und betrat den dunklen Innenraum. Mein Gott, war es da drin finster. Er hätte daran denken sollen, dass die Lichter ausgeschaltet waren. Er spürte kalte Luft und die riesenhaft höhlenartige Ausdehnung des Gebäudes, das zwei Stockwerke in die Tiefe reichte. Er musste den Laufsteg finden, aber er musste vorsichtig sein dabei, sonst würde er sich den Hals brechen. Der Steg. Er tastete herum wie ein Blinder und merkte, dass es sinnlos war. Irgendwie musste er Licht in den Schuppen bringen. Er ging zurück zur Tür und öffnete sie einen Spalt. Das gab genug Licht, aber die Tür blieb nicht offen. Schnell zog er einen Schuh aus und klemmte ihn dazwischen. Er ging zu dem Steg, den er jetzt deutlich sehen konnte. Seine Füße machten auf dem Eisengitter unterschiedliche Geräusche, ein lautes und ein gedämpftes, aber wenigstens sah er jetzt etwas. Vor ihm lag die Treppe, die zu den Generatoren führte. Noch zehn Meter. Dunkelheit. Das Licht war verschwunden. Arnold drehte sich zur Tür um und sah, dass der Körper eines Velociraptors das Licht verdeckte. Das Tier bückte sich und schnupperte an dem Schuh. Henry Wu lief hektisch auf und ab. Seine Hände huschten über Computerkonsolen, seine Finger berührten Bildschirme. Er war in ständiger Bewegung. Er drehte fast durch vor Anspannung. Im Geiste ging er noch einmal durch, was er wann tun musste. Schnell musste er vor allem sein. Dann, sobald der erste Bildschirm aufleuchtete, würde er … Wo? Das Funkgerät knackte. Er griff danach. Ja, hier. Ist der verdammte Strom schon wieder an? Es war Maldun. Seine Stimme klang eigenartig. Irgendwie hohl. Nein, erwiderte Wu. Er lächelte, froh darüber, dass Maldun noch am Leben war. Ich glaube, Arnold hat's bis in den Schuppen geschafft, sagte Maldun. Was danach passiert ist, weiß ich nicht mehr. Wo sind sie? Fragte Wu. Ich stecke fest. Was? Ich stecke in einem verdammten Rohr, sagte Maldun. Und im Augenblick bin ich sehr beliebt. Eingekeilt in einem Rohr trifft's wohl genauer, dachte Maldun. Hinter dem Besucherzentrum hatte er einen Stapel von Röhren entdeckt und war in die erste rückwärts hineingekrabbelt. Es waren Meterröhren, sehr eng für ihn, aber wenigstens konnten sie ihn hier nicht kriegen. Zumindest nicht mehr, nachdem er einem von ihnen ein Bein abgeschossen hatte, als sich der neugierige Mistkerl zu nahe an die Röhre wagte. Heulend war der Raptor davongezogen, und die anderen hatten Respekt bekommen. Immerhin waren sie intelligent genug, das zu kapieren. Er bedauerte nur, dass er nicht gewartet hatte, bis die Schnauze des Tieres vor dem Lauf auftauchte, bevor er abdrückte. Aber vielleicht bekam er noch seine Chance, denn vor dem Rohr lauerten jetzt drei oder vier Raptoren und knurrten und fauchten ihn an. »Ja, sehr beliebt«, sagte er ins Funkgerät. »Hat Arnold ein Funkgerät?«, wollte Wu wissen. »Ich glaube nicht«, erwiderte Maldun. »Bleiben Sie einfach, wo Sie sind, und warten Sie ab, was passiert.« Maldun hatte nicht gesehen, wie das andere Ende des Rohrs aussah. Er war zu schnell hineingekrabbelt, und er sah es auch jetzt nicht. Er steckte fest und konnte nur hoffen, dass das hintere Ende nicht offen war. Die Vorstellung, dass diese Mistkerle sein Hinterteil anknabberten, behagte ihm gar nicht. Arnold wich über den Laufsteg zurück. Der Velociraptor war höchstens drei Meter entfernt und pirschte sich durch die Dunkelheit an ihn heran. Arnold hörte das Klappern der tödlichen Klauen auf dem Metall. Aber der Saurier bewegte sich nur langsam. Arnold wußte, dass das Tier ausgezeichnet sah. Doch das Eisengitter des Stegs, die fremden Gerüche in dem Maschinenraum, hatten ihn vorsichtig gemacht. »Und diese Vorsicht ist meine einzige Chance«, dachte Arnold, »wenn er es bis zur Treppe schaffte und in das Stockwerk darunter steigen konnte.« Er war sich nämlich ziemlich sicher, dass der Velociraptor keine Treppen steigen konnte, auf jeden Fall nicht solche schmalen, steilen Treppen. Arnold sah über die Schulter. Die Treppe war nur noch einen guten Meter entfernt, noch ein paar Schritte, und er hatte es geschafft. Er griff hinter sich, spürte den Handlauf und begann die fast vertikalen Stufen hinunter zu hasten. Seine Füße berührten ebenen Beton. Der Raptor, jetzt gute sechs Meter über ihm, knurrte frustriert. »Leck mich«, sagte Arnold. Er drehte sich um. Das Notaggregat war nicht mehr weit entfernt, noch ein paar Schritte, und er würde es sehen, trotz der Dämmerung. Hinter sich hörte er einen dumpfen Aufprall. Arnold drehte sich um. Der Raptor stand knurrend auf dem Betonboden. Er war gesprungen. Arnold sah sich schnell nach einer Waffe um, aber plötzlich wurde er mit dem Rücken auf den Beton geworfen. Etwas Schweres lastete auf seiner Brust. Er konnte nicht atmen. Da wußte er, dass das Tier auf ihm stand. Er spürte die riesigen Klauen in sein Fleisch stechen. Er roch den fauligen Atem aus dem Maul über ihm. Und er öffnete den Mund zu einem Schrei. Elli hielt das Funkgerät in der Hand und horchte. Eben waren wieder zwei puertorikanische Arbeiter im Hotel eingetroffen. Sie schienen zu wissen, dass sie hier sicher waren. In den letzten Minuten hatten sich allerdings keine anderen gemeldet. Und draußen schien es ruhiger geworden zu sein. Über Funk fragte Maldun. »Wie viel Zeit ist vergangen?« »Vier oder fünf Minuten«, antwortete Wu. »Arnold sollte es inzwischen erledigt haben«, sagte Maldun. »Falls er es geschafft hat.« »Haben Sie eine Ahnung?« »Nein«, erwiderte Wu. »Wissen wir etwas von Gennaro?« Gennaro meldete sich. »Ja, hier.« »Wo zum Teufel sind Sie?«, fragte Maldun. »Ich gehe jetzt zur Generatorenhalle«, sagte Gennaro. »Wünschen Sie mir Glück?« Gennaro kauerte im Unterholz und horchte. Direkt vor ihm lag der baumbestandene Weg, der zum Besucherzentrum führte. Gennaro wußte, dass die Generatorenhalle sich irgendwo östlich davon befand. Er hörte das Zwitschern der Vögel in den Bäumen. Ein leichter Dunst hing in der Luft. Einer der Raptoren brüllte, aber das kam von ziemlich weit. Gennaro ging los. Er verließ den Pfad und bahnte sich einen Weg durch die Vegetation. »Wollen Sie riskant leben?« »Eigentlich nicht.« Es stimmte, er wollte es nicht. Aber Gennaro glaubte, einen Plan zu haben, oder zumindest eine Möglichkeit, die gut gehen konnte. Wenn er sich nördlich der Hauptgebäude hielt, konnte er sich dem Generatorenhaus von hinten nähern. Die Raptoren hielten sich wahrscheinlich bei den Gebäuden im Süden auf. Sie hatten keinen Grund, sich im Dschungel herumzutreiben. Zumindest hoffte er es. Er bewegte sich so leise, er konnte, war sich dabei aber nur zu bewusst, dass er trotzdem eine Menge Lärm verursachte. Er zwang sich langsamer zu gehen und spürte, wie sein Herz hämmerte. Die Vegetation war hier sehr dicht, er hatte kaum mehr als zwei Meter Sicht. Allmählich machte er sich Sorgen, dass er die Generatorenhalle gar nicht finden würde, aber dann sah er rechts von sich das Dach über den Palmen auftauchen. Er kam von hinten auf das Gebäude zu und ging darum herum, zur Vorderseite. Er entdeckte die Tür, öffnete sie und schlüpfte hinein. Es war sehr dunkel. Er stolperte über etwas. Ein Männerschuh. Gennaro runzelte die Stirn und ging weiter. Direkt vor sich sah er einen Laufsteg. Plötzlich merkte er, dass er gar nicht wußte, wohin er sollte. Und das Funkgerät hatte er zurückgelassen. Verdammt! Vielleicht gab es irgendwo im Generatorenhaus ein Funkgerät. Wenn nicht, mußte er das Aggregat auf eigene Faust suchen. Er wußte, wie ein Generator aussah. Wahrscheinlich war er irgendwo in dem unteren Stockwerk. Er entdeckte eine Treppe, die nach unten führte. Weiter unten war es noch dunkler. Er konnte kaum etwas sehen. Mit nach oben ausgestreckten Händen, um sich nirgends den Kopf anzustoßen, tastete er sich an den Röhren entlang. Er hörte ein Tier knurren und erstarrte. Er horchte. Aber das Geräusch wiederholte sich nicht. Vorsichtig ging er weiter. Etwas tropfte auf seine Schulter und den nackten Arm. Es war lauwarm wie Tümpelwasser. Er berührte es in der Dunkelheit. Klebrig. Er roch daran. Blut. Er sah hoch. Der Raptor hockte auf einer Röhre einen Meter über seinem Kopf. Blut tropfte ihm von den Klauen. Mit einem eigenartigen Gefühl der Distanziertheit fragte Gennaro sich, ob das Tier verletzt sei. Und dann begann er zu laufen, aber der Raptor sprang ihm auf den Rücken und stieß ihn zu Boden. Gennaro war ein kräftiger Mann. Er stemmte sich hoch, warf den Raptor ab und rollte sich über den Betonboden weg. Als er sich umdrehte, sah er, dass der Raptor auf der Seite lag und keuchend atmete. Ja, er war verletzt. Sein Bein blutete, aus irgendeinem Grund. Ich muss das Vieh umbringen, dachte er. Gennaro rappelte sich hoch und sah sich nach einer Waffe um. Der Raptor lag noch immer keuchend auf dem Beton. Gennaro suchte verzweifelt nach etwas, irgendetwas, das er als Waffe benutzen konnte. Als er sich wieder umdrehte, war der Raptor verschwunden. Er knurrte und das Geräusch hallte in der Dunkelheit wieder. Mit ausgestreckten Händen tastend drehte Gennaro sich im Kreis und plötzlich spürte er einen scharfen Schmerz in seiner rechten Hand. Zähne. Er biß ihn. Der Raptor machte eine ruckartige Bewegung mit dem Kopf und Donald Gennaro wurde zu Boden gerissen. Malcolm lag schwitzend im Bett und horchte auf, als das Funkgerät knackte. »Und?« fragte Maldun. »Bekommen Sie was rein?« »Kein Wort«, antwortete Wu. »Verdammt«, fluchte Maldun. Eine Pause. Malcolm seufzte. »Ich bin ja schon gespannt auf seinen neuen Plan.« »Ich würde es für das Beste halten«, sagte Maldun, »wenn wir alle im Hotel zusammenkommen und uns dort neu gruppieren. Aber ich sehe keinen Weg, das zu schaffen.« »Vor dem Besucherzentrum steht ein Jeep«, erwiderte Wu. »Wenn ich zu Ihnen heranfahre, würden Sie es bis zum Auto schaffen?« »Vielleicht. Aber dazu müssten Sie den Kontrollraum verlassen.« »Ich kann hier sowieso nichts tun.« »Bei Gott, das stimmt«, warf Malcolm dazwischen. »Ein Kontrollraum ohne Strom ist so gut wie kein Kontrollraum.« »Also schön«, sagte Maldun. »Versuchen wir es. Es sieht nicht gut aus.« Von seinem Bett aus, sagte Malcolm. »Nein, es sieht wirklich nicht gut aus. Es sieht nach einer Katastrophe aus.« »Die Raptoren werden uns zum Hotel folgen«, sagte Wu. »Trotzdem ist es besser so«, erwiderte Malcolm. »Also los!« Die Verbindung wurde unterbrochen. Malcolm schloss die Augen und atmete flach. Er versuchte, seine ganze Kraft zusammenzunehmen. »Entspannen Sie sich«, sagte Ellie. »Immer mit der Ruhe.« »Sie wissen, worüber wir hier eigentlich reden«, sagte Malcolm. »Dieses Bestreben, alles zu kontrollieren. Wir reden über eine typisch westliche Haltung, die fünfhundert Jahre alt ist. Die Sache begann zu der Zeit, als Florenz die wichtigste Stadt der Welt war. Die Definition der Wissenschaft als neue Sicht der Wirklichkeit, als objektive Methode, die unabhängig ist von Glauben oder Nationalität, als Ausdruck der menschlichen Vernunft. Diese Definition war damals neu und aufregend. Sie versprach eine neue Hoffnung für die Zukunft und fegte das jahrhundertealte mittelalterliche System hinweg. Die mittelalterliche Welt der Feudalherrschaft, der religiösen Dogmen und des abscheulichsten Aberglaubens musste der Wissenschaft weichen. Aber tatsächlich geschah das, weil das mittelalterliche System nicht mehr funktionierte. Es funktionierte ökonomisch und intellektuell nicht mehr, und es passte nicht zu der neuen Welt, die eben im Entstehen war.« Markham hustete. »Aber inzwischen«, fuhr er fort, »ist die Wissenschaft auch schon wieder ein jahrhundertealter Glauben, und wie das mittelalterliche System davor, passt auch die Wissenschaft allmählich nicht mehr zu der Welt, wie sie ist. Die Wissenschaft hat inzwischen so viel Macht, dass die Grenzen ihres Funktionierens zutage treten. Vor allem dank der Wissenschaft leben Milliarden von uns in einer kleinen Welt, eng zusammengedrängt und voneinander abhängig. Aber die Wissenschaft hilft uns nicht bei der Entscheidung, was wir mit dieser Welt tun, wie wir leben sollen. Die Wissenschaft kann einen Kernreaktor konstruieren, aber sie kann uns nicht sagen, ihn nicht zu bauen. Die Wissenschaft kann ein Pestizid entwickeln, aber sie kann uns nicht vorschreiben, es nicht zu verwenden. »Und wenn man allmählich den Eindruck bekommt, als sei die ganze Welt verseucht, das Wasser hat die Luft, der Boden, dann liegt das an dieser nicht beherrschbaren Wissenschaft.« Er seufzte. »Zumindest so viel ist doch für jeden offensichtlich.« Eine kurze Stille entstand. Malcolm lag mit geschlossenen Augen da und atmete schwer. Niemand sprach, und Elli glaubte schon, Malcolm sei nun doch eingeschlafen. Doch dann setzte er sich plötzlich wieder auf. Gleichzeitig existiert die große intellektuelle Rechtfertigung der Wissenschaft nicht mehr. Schon seit Newton und Descartes verspricht die Wissenschaft uns die totale Kontrolle. Die Wissenschaft maßt sich die Macht an, irgendwann einmal alles zu wissen, und zwar dank ihres Verständnisses der Naturgesetze, aber im 20. Jahrhundert ist diesem Anspruch jede Rechtfertigung entzogen worden. Zum einen setzt Heisenbergs unschärfe Relation unserem potenziellen Wissen über die subatomare Welt grenzen. »Na und?« »Sagen wir, keiner von uns lebt in der subatomaren Welt. Es hat keine Auswirkungen auf unser alltägliches Leben.« Zweitens setzt Gödels Theoremen der Mathematik, der formalen Sprache der Wissenschaft, also ähnliche Grenzen. »Die Mathematiker glaubten lange, ihre Sprache besitze eine gewisse inhärente Wahrheit, die sich von den Gesetzen der Logik herleitet. Inzwischen wissen wir, dass das, was wir Vernunft nennen, etwas vollkommen Beliebiges ist, nichts Besonderes und Einzigartiges, wie wir das immer glaubten. Und jetzt beweist die Chaos-Theorie, dass die Unberechenbarkeit in unser gewöhnliches Leben quasi eingebaut ist. Sie ist so alltäglich wie das Unwetter, das wir nicht vorhersagen können. Diese drei Theorien haben der jahrhundertealten großen Vision der Wissenschaft, dem Traum von der totalen Kontrolle, in unserem Jahrhundert den Todesstoß versetzt. Sie haben damit der Wissenschaft die Rechtfertigung entzogen für das, was sie tut, und uns die Rechtfertigung, an die Wissenschaft zu glauben. Die Wissenschaft hat immer behauptet, dass sie vielleicht im Augenblick noch nicht alles weiß, dass sie aber irgendwann alles wissen wird. Jetzt sehen wir, dass das nicht stimmt. Es ist eine leere Prahlerei, so töricht und so irregeleitet, wie ein Kind, das von einem Haus springt, weil es glaubt, es kann fliegen. Das ist aber sehr übertrieben, sagte Hammond, kopfschüttelnd. Wir sind Zeugen des Endes der wissenschaftlichen Ära. Die Wissenschaft zerstört sich wie alle überkommenen Systeme selbst. Je mehr Macht sie bekommt, desto unfähiger erweist sie sich, mit dieser Macht umzugehen. Weil jetzt alles sehr schnell passiert. Vor 50 Jahren war die ganze Welt aus dem Häuschen wegen der Atombombe. Das war wirkliche Macht. Keiner konnte sich eine größere vorstellen, aber knapp ein Jahrzehnt nach der Atombombe bekamen wir genetische Macht in die Hand. Und genetische Macht ist viel effektiver als atomare Macht. Bald wird sie jedem verfügbar sein. Es wird sie in Bausätzen für den Hobbygärtner geben, als Experimente für Schulkinder, als billige Labore für Terroristen und Diktatoren. Und das wird jeden zwingen, sich genau die Frage zu stellen, die die Wissenschaft nicht beantworten kann. Was soll ich mit meiner Macht tun? Also, was wird passieren? fragte Ellie. Malcolm zuckte die Achseln. Es wird Veränderungen geben. Welche Art von Veränderungen? Jede große Veränderung ist wie der Tod, sagte er. Man sieht die andere Seite erst, wenn man dort ist. Damit schloss er die Augen. Der arme Mann, sagte Hammond und schüttelte den Kopf. Malcolm seufzte. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung, fragte er, wie unwahrscheinlich es ist, dass auch nur einer von uns diese Insel lebend verlässt? Sechste Iteration Eine Wiederherstellung des Systems kann sich als unmöglich erweisen. Ian Malcolm Rückkehr Mit summendem Elektromotor raste das Fahrzeug durch den dunklen unterirdischen Tunnel. Grant saß am Steuer. Er hatte das Gaspedal ganz durchgedrückt. Der Tunnel war absolut gleichförmig, wenn man von den gelegentlichen Luftschlitzen einmal absah, die gegen den Regen abgeschirmt waren und daher nur wenig Licht hereinließen. Aber Grant entdeckte an vielen Stellen verkrustete weiße Tierexkremente. Offensichtlich kamen sehr viele Tiere hier herein. Lex, die neben ihm saß, richtete die Taschenlampe auf den Velociraptor auf der Ladefläche hinter ihnen. »Warum atmet er so schwer?« »Wegen des Betäubungspfeils, mit dem ich ihn angeschossen habe«, erwiderte Grant. »Wird er sterben?« »Ich hoffe nicht.« »Warum nehmen wir ihn mit?« »Um den Leuten in der Station zu beweisen, dass die Dinosaurier sich wirklich fortpflanzen.« »Woher wissen Sie, dass sie sich fortpflanzen?« »Weil der da sehr jung ist«, erwiderte Grant, »und weil er ein Dinosaurier-Männchen ist.« »Ach wirklich?« fragte Lex und spähte neugierig in den Lichtkreis der Taschenlampe. »Ja, aber jetzt leuchte doch mal nach vorne.« Er streckte die Hand aus und hielt ihr seine Armbanduhr hin. »Wie spät?« »Viertel nach zehn.« »Okay.« »Das heißt, dass wir nur noch 45 Minuten Zeit haben, um mit dem Schiff Kontakt aufzunehmen«, sagte Tim. »Es kann nicht mehr weit sein«, entgegnete Grant. »Ich glaube, wir sind schon fast beim Besucherzentrum.« Er war sich nicht ganz sicher, merkte aber, dass der Tunnel langsam anstieg, auf die Erdoberfläche zu, und »Wow!« rief Tim. Mit erstaunlicher Geschwindigkeit schossen sie ins helle Tageslicht hinaus. Ein feiner Dunst hing in der Luft, der das Gebäude direkt vor ihnen einhüllte. Aber Grant sah sofort, dass es das Besucherzentrum war. Sie waren direkt vor der Garage herausgekommen. »Juhu!« rief Lex. »Wir haben es geschafft! Juhu!« Sie hüpfte in ihrem Sitz auf und ab, während Grant das Auto in der Garage abstellte. An der Wand standen Tierkäfige. Sie legten den Velociraptor in einen und stellten ihm eine Schüssel Wasser hinein. Dann stiegen sie die Treppen zum Erdgeschoss des Besucherzentrums hinauf. »Jetzt besorge ich mir einen Hamburger und Fritten und einen Schokomilchshake. Dinosaurier will ich keine mehr sehen. Juhu!« rief Lex. Sie erreichten das Erdgeschoss und öffneten die Tür. Und verstummten. Die Eingangstür zum Foyer des Besucherzentrums war zerschmettert. Ein kalter, grauer Nebel wehte durch die geräumige Halle. Das Schild mit der Aufschrift »Als Dinosaurier die Erde beherrschten« hing nur noch an einem Gelenk und ächzte im Wind. Der große Tyrannosaurier-Roboter war umgeworfen und lag mit den Beinen in der Luft am Boden. Seine elektronischen Innereien quollen heraus. Durch das Fenster sahen sie draußen Palmenreihen, die im Nebel zu undeutlichen Umrissen verschwammen. Tim und Lex drängten sich an den Metalltisch des Wachpostens. Grant hatte das Funkgerät des Postens in der Hand und probierte alle Kanäle durch. »Hallo, hier Grant. Ist da jemand? Hallo, hier Grant.« Lex starrte die Leiche des Postens an, der hinter dem Tisch lag. Sie konnte nur die Füße und die Beine sehen. »Hallo, hier Grant. Hallo.« Lex beugte sich vor und versuchte, um den Tisch herumzuspähen. Grant packte sie am Ärmel. »Hey, lass das!« »Ist der tot? Was ist das Zeug auf dem Boden? Blut?« »Ja.« »Und warum ist es da nicht richtig rot?« »Du bist morbid,« sagte Tim. »Was ist morbid? So was bin ich nicht.« Das Funkgerät knisterte. »Mein Gott!« hörte man eine Stimme. »Grant, sind Sie das?« »Und dann?« »Ellen?« »Das war Ellie.« »Ja, ich bin's,« antwortete Grant. »Gott sei Dank,« sagte Ellie. »Bist du in Ordnung?« »Ja, mir geht's gut.« »Was ist mit den Kindern? Hast du sie gesehen?« »Die Kinder sind bei mir,« erwiderte Grant. »Sie sind okay.« »Gott sei Dank,« Lex krabbelte um den Tisch herum. Grant schlug ihr auf den Knöchel. »Zurück da!« Das Funkgerät knisterte. »Wo seid ihr?« »Im Foyer. Im Foyer des Hauptgebäudes.« Über Funk hörte er Wu sagen, »Mein Gott! Sie sind da!« »Ellen, hör zu,« sagte Ellie. »Die Raptoren sind ausgebrochen. Sie können Türen öffnen. Möglicherweise sind sie im selben Gebäude wie ihr.« »Großartig.« »Und wo seid ihr?« fragte Grant. »Wir sind im Hotel.« »Und die anderen?« »Maldun und alle anderen?« »Wir haben ein paar Leute verloren. Alle anderen haben wir ins Hotel geschafft.« »Funktionieren die Telefone?« »Nein. Das ganze System ist außer Betrieb. Nichts funktioniert.« »Wie bringen wir das System wieder zum Laufen?« »Wir haben es schon versucht.« »Wir müssen es wieder zum Laufen bringen,« sagte Grant, »und zwar so schnell wie möglich. Wenn wir es nicht innerhalb einer halben Stunde schaffen, erreichen die Raptoren das Festland. Er fing an, von dem Schiff zu erzählen, doch Maldun schnitt ihm das Wort ab. »Ich glaube, Sie verstehen nicht, Dr. Grant. Hier im Hotel haben wir keine halbe Stunde mehr Zeit.« »Wieso das?« »Ein paar Raptoren sind uns gefolgt. Zwei sind auf dem Dach.« »Na und?« »Ins Gebäude selbst können Sie doch nicht eindringen.« Maldun hustete. »Anscheinend.« »Anscheinend doch. Kein Mensch hat daran gedacht, dass die Tiere aufs Dach gelangen könnten.« Das Funkgerät rauschte. »Anscheinend einen Baum zu nahe am Zaun gepflanzt. Die Raptoren sind über den Zaun und aufs Dach geklettert. Die Stahlstangen vor dem Oberlicht sollten ja eigentlich unter Strom stehen, aber die Energieversorgung ist unterbrochen. Die Raptoren beißen die Stangen durch.« »Sie beißen die Stangen durch?« wiederholte Grant. Er runzelte die Stirn und versuchte, es sich vorzustellen. »Wie schnell!« »Ja,« bestätigte Maldun, »mit Ihrem Gebiss sind Sie in der Lage, einen Druck bis zu 1000 Kilogramm pro Quadratzentimeter zu erzeugen. Die sind wie Hyänen. Sie können Stahl durchbeißen und...« Der Kontakt war einen Augenblick lang gestört. »Wie schnell?« fragte Grant noch einmal. »Ich glaube, wir haben noch 10, 15 Minuten, bis Sie ganz durch sind und durch das Oberlicht in das Gebäude eindringen. Und wenn Sie erst einmal herein...« »Ach, ein Augenblick, Dr. Grant!« Die Verbindung wurde unterbrochen. Die Raptoren hatten die erste Stange vor dem Oberlicht über Malcolms Bett bereits durchgebissen. Eins der Tiere packte das Ende der Stange und bog es zurück. Mit einem kräftigen Hinterlauf durchstieß es das Glas. Scherben regneten auf die Bettdecke. »Mein Gott!« sagte Malkim und starrte nach oben. Jetzt, da das Glas zerbrochen war, hörten Sie das Schnauben und Knurren der Raptoren und das Knirschen Ihrer Zähne auf dem Metall der Gitterstangen. An den Stellen, wo Sie bereits genagt hatten, war der Stahl dünner und glänzte silbrig. »Wenigstens können Sie noch nicht herein«, sagte Ellie. »Sie müssen erst noch eine zweite Stange durchbeißen.« »Wenn Grant es irgendwie bis zur Generatorenhalle schaffen würde«, sagte Wu. »Verdammte Scheiße«, entgegnete Maldun und humpelte auf seinem verstauchten Knöchel durchs Zimmer. »Er schafft es nicht schnell genug. Er kann den Strom nicht schnell genug wieder anschalten, nicht um das hier zu verhindern.« Malkim hustete. »Doch«, seine Stimme war leise, fast nur noch ein Keuchen. »Was hat er gesagt?« »Doch«, wiederholte Malkim. »Wir können«, »können was?« »Ablenkung«, er zuckte vor Schmerz zusammen. »Welche Ablenkung?« »Hin Sie zum Zaun.« »Ja, und dort?« Malkim grinste schwach. »Stecken Sie Ihre Hände durch.« »Oh Gott«, stöhnte Maldun und wandte sich ab. »Einen Augenblick mal«, sagte Wu. »Er hat recht. Wir könnten da draußen für Ablenkung sorgen.« »Und dann?« »Dann könnte Grant zur Generatorenhalle laufen und die Aggregate einschalten.« »Und dann in den Kontrollraum zurückkehren und das System wieder hochfahren?« »Genau.« »Keine Zeit«, erwiderte Maldun. »Keine Zeit.« »Aber wenn wir die Raptoren hierher locken könnten«, sagte Wu. »Vielleicht bringen wir sogar die da vom Oberlicht weg. Es könnte funktionieren. Einen Versuch ist es wert.« »Ein Köder«, sagte Maldun. »Genau.« »Und wer wird der Köder sein?« »Ich kann's nicht. Mein Knöchel ist verstaucht.« »Ich mach's«, erwiderte Wu. »Nein«, sagte Maldun. »Sie sind der Einzige, der sich mit dem Computer auskennt. Sie müssen Grant sagen, was er tun soll.« »Dann mach ich's«, sagte Harding. »Nein«, warf Ellie dazwischen, »Malcolm braucht sie.« »Ich mach's.« »Verdammt, das werden sie nicht«, sagte Maldun. Aber Ellie hatte sich bereits gebückt und band ihre Turnschuhe zu. »Aber sagen Sie Grant nichts«, sagte sie. »Das macht ihn nur nervös.« Im Foyer war es still. Kalter Nebel umwehte sie. Seit einigen Minuten hatten sie aus dem Funkgerät nichts mehr gehört. »Warum reden die nicht mehr mit uns?«, fragte Tim. »Ich hab Hunger«, sagte Lex. »Sie versuchen, sich etwas auszudenken«, antwortete Grant. Das Funkgerät knisterte. »Grant, melden Sie sich. Hier Wu, melden Sie sich.« »Ja«, antwortete Grant. »Hören Sie«, kam Wus Stimme aus dem Apparat, »können Sie von Ihrem Standort aus den hinteren Teil des Besucherzentrums sehen?« Grant sah durch die hinteren Glastüren zu den Palmen im Nebel hinaus. »Ja«, antwortete Grant. Dr. Wu sagte, »da führt ein Weg an den Palmen vorbei direkt zur Generatorenhalle. Dort ist die ganze Stromanlage mit den Aggregaten. Ich glaube, Sie haben das Gebäude gestern gesehen.« »Ja«, erwiderte Grant, »ein Augenblick lang war er verwirrt. War es wirklich erst gestern gewesen? Es schien Jahre her zu sein.« »Also hören Sie zu«, fuhr Wu fort, »wir glauben, die Raptoren hierher zum Hotel locken zu können, aber wir sind nicht ganz sicher. Also seien Sie vorsichtig. Geben Sie uns fünf Minuten.« »Okay. Sie können die Kinder in der Cafeteria lassen. Sie müssten dort eigentlich in Sicherheit sein. Nehmen Sie das Funkgerät mit, wenn Sie gehen.« »Okay. Schalten Sie es ab, bevor Sie gehen, damit es draußen keinen Lärm macht, und rufen Sie mich an, sobald Sie in der Halle sind.« »Okay«, Grant schaltete ab. Lex zupfte ihn am Ärmel. »Gehen wir jetzt in die Cafeteria?«, flüsterte sie. »Ja«, antwortete Grant. »Na endlich!« Durch die Nebelschwaden, die das Foyer durchwehten, gingen sie auf die Tür zur Cafeteria zu. »Ich will ein Hamburger«, sagte Lex. »Ich glaube nicht, dass es Strom zum Kochen gibt.« »Dann ein Eis.« »Tim, du musst bei ihr bleiben und dir helfen.« »Das mache ich schon.« »Ich muss für eine Zeit lang weg«, sagte Grant. »Ich weiß.« Als Grant die Tür zur Cafeteria öffnete, sah er quadratische Esstische mit Stühlen und dahinter Schwingtüren aus rostfreiem Stahl. Neben dem Eingang stand eine Kasse und ein Ständer mit Kaugummi und Süßigkeiten. »Okay, Kinder, ihr bleibt hier, egal was passiert. Verstanden?« »Lassen Sie uns das Funkgerät da«, sagte Lex. »Das geht nicht. Ich brauche es. »Bleibt einfach hier. Ich bin nur für ungefähr fünf Minuten weg.« »Okay.« Grant schloss die Tür. In der Cafeteria war es jetzt vollkommen dunkel. Lex fasste nach Tims Hand. »Mach das Licht an«, sagte sie. »Geht nicht«, erwiderte Tim. »Kein Strom.« Er setzte sich seine Nachtsichtbrille auf. »Du hast es gut. Aber was ist mit mir?« »Halt einfach meine Hand. Wir suchen uns etwas zu essen.« Er führte sie in den Raum hinein. Tische und Stühle sah er jetzt, fluoreszierend grün. Rechts entdeckte er eine leuchtend grüne Registrierkasse und einen Ständer mit Kaugummi und Süßigkeiten. Er nahm sich eine Handvoll Schokoriegel. »Ich hab's dir doch gesagt«, quengelte Lex. »Ich will ein Eis, keine Schokoriegel.« »Nimm sie trotzdem.« »Eis, Tim.« »Okay. Ist ja schon gut.« Tim stopfte sich die Riegel in die Tasche und ging mit Lex weiter. Sie zog an seiner Hand. »Ich kann überhaupt nichts sehen.« »Geh einfach neben mir her und halt meine Hand.« »Dann geh langsamer.« Hinter den Tischen und Stühlen befand sich eine Doppelschwingtür mit kleinen, runden Fenstern darin. Sie führte wahrscheinlich in die Küche. Er stieß einen Flügel auf und hielt ihn für Lex offen. Ali Settler trat durch den Vordereingang des Hotels und spürte den kalten Nebel auf Gesicht und Beinen. Ihr Herz raste, obwohl sie wußte, dass sie hinter dem Zaun in Sicherheit war. Sie sah die schweren Eisenstangen direkt vor sich im Nebel. Aber hinter dem Zaun sah sie fast nichts mehr. Nach zwanzig Metern verschwand die Umgebung in einer mildschig-weißen Wand. Raptoren waren nirgends zu sehen. Die Gartenanlagen und Bäume waren fast gespenstisch still. »He!« rief sie zögernd in den Nebel. Maldun lehnte im Türrahmen. »Ich glaube nicht, dass das reicht,« sagte er. »Sie müssen schon richtigen Lärm machen.« Mit einer Stahlstange in der Hand humpelte er zu ihr. Er schlug mit der Stange gegen das Gitter, als würde er einen Essensgong betätigen. »Kommt und holt es euch! Essen ist fertig!« »Sehr amüsant,« sagte Elli. »Unsere Sprache verstehen die nicht.« Maldun grinste. »Aber ich kann mir vorstellen, dass sie ungefähr wissen, was gemeint ist.« Elli war noch immer sehr nervös und ärgerte sich über seine Witze. Sie sah hinüber zum Besucherzentrum, das jetzt im dichten Nebel lag. Maldun schlug wieder gegen das Gitter. Aus den Augenwinkeln heraus sah sie, fast noch vom Nebel verhüllt, ein gespenstisch bleiches Tier. Einen Raptor. »Der erste Kunde,« sagte Maldun. Der Raptor verschwand, ein weißer Schatten, und tauchte dann wieder auf. Aber er kam nicht näher und schien eigenartig desinteressiert an dem Lärm, der da vom Hotel ausging. Sie machte sich langsam Sorgen. Wenn sie die Raptoren nicht hierher locken konnte, war Grant in Gefahr. »Sie machen zu viel Lärm,« sagte Elli. »Ach, Blödsinn!« »Nein, wirklich!« »Ich kenne diese Tiere.« »Sie sind betrunken,« sagte sie. »Lassen Sie mich das machen.« »Und wie wollen Sie es anstellen?« Sie antwortete ihm nicht, sondern ging zum Tor. »Es heißt doch, die Raptoren sind intelligent.« »Sind sie auch. Mindestens so intelligent wie Schimpansen.« »Hören sie auch gut?« »Ja, ausgezeichnet.« »Vielleicht kennen Sie dieses Geräusch,« sagte sie und öffnete das Tor. Die Metallangeln, im dauernden Nebel angerostet, quietschten laut. Sie schloss es wieder und öffnete es noch einmal quietschend. Sie ließ das Tor offen. »Es würde ich lieber nicht tun,« sagte Maldun. »Wenn Sie das vorhaben, lassen Sie mich erst meinen Granatwerfer holen.« »Holen Sie ihn!« Er seufzte, weil ihm etwas einfiel. »Gennaro hat die Munition.« »Na dann,« sagte Elli, »halten Sie die Augen offen.« Sie trat vor das Tor. Ihr Herz klopfte so laut, dass sie kaum ihre Füße auf dem Boden spürte. Sie ging ein Stückchen vom Zaun weg und erschien erschreckend schnell im Nebel zu versinken. Bald sah sie ihn nicht mehr. Wie sie erwartet hatte, begann Maldun, sie in betrunkener Erregtheit anzuschreien. »Verdammt, Mädchen, zurück!« bellte er. »Nennen Sie mich nicht Mädchen!« rief sie. »Ich nenn Sie, wie ich will!« Sie achtete nicht weiter auf ihn. Langsam, jeden Muskel angespannt, drehte sie sich im Kreis und suchte die Umgebung ab. Sie war mindestens zwanzig Meter vom Zaun entfernt und sah den Nebel wie einen feinen Regen durch das Laubwerk treiben. Weiter wollte sie sich dem Dschungelrand nicht nähern. Die ganze Umgebung versank im Grau. Die Muskeln in Ellies Beinen und Schultern schmerzten vor Anspannung. Vom angestrengten Starren taten ihr die Augen weh. »Haben Sie mich gehört, verdammt noch mal!« grönte Maldun. Wie schlau waren diese Tiere? Schlau genug, um ihr den Rückweg abzuschneiden? »Eigentlich war es ja nicht weit bis zum Zaun.« Sie griffen an. Kein Laut war zu hören. Das erste Tier sprang aus dem Gebüsch am Fuß eines Baums, links von ihr. Das zweite kam von der anderen Seite und wollte ihr offensichtlich den Weg abschneiden. Mit erhobenen Klauen sprang es sie an. Doch sie schlug schon im Laufen einen Haken, und das Tier fiel in den Schlamm. Jetzt rannte sie, so schnell sie konnte, und wagte sich nicht mehr umzudrehen. Ihr Atem kam in langen, keuchenden Stößen, und sie sah den Zaun aus dem Nebel auftauchen. Sah Maldun das Tor aufreißen, sah, wie er die Hand nach ihr ausstreckte, ihr etwas zurief, sie am Arm packte und so heftig hinter den Zaun zog, dass sie den Boden unter den Füßen verlor und stürzte. Erst jetzt drehte sie sich um und sah zunächst eins, dann zwei, drei und schließlich vier Tiere fauchend gegen den Zaun knallen. »Gut gemacht«, rief Maldun. Er reizte die Tiere, fauchte zurück, und das brachte sie zur Raserei. Sie warfen sich gegen den Zaun, sprangen hoch, und eins hätte es beinahe über den Zaun geschafft. »Mann, war das knapp! Diese Mistkerle können vielleicht springen!« Sie stand auf, untersuchte ihre blauen Flecken und Abschürfungen und sah, dass ihr Blut am Bein hinunterlief. Doch sie hatte nur einen Gedanken. Nur vier Tiere. Zwei fehlten noch und trieben sich irgendwo herum. »Kommen Sie, helfen Sie mir«, sagte Maldun. »Die Viecher dürfen das Interesse nicht verlieren.« Grant verließ das Besucherzentrum und ging schnell durch den Nebel. Er folgte dem Pfad an den Palmen vorbei nach Norden, bis der rechteckige Umriss der Generatorenhalle im Nebel auftauchte. Zunächst konnte er nirgends eine Tür entdecken. Er bog um die Ecke und entdeckte eine halb von Pflanzen verdeckte, betonierte Laderampe für Lastwagen. Er kletterte hinauf und stand vor einem Rolltor aus geriffeltem Stahl. Es war verschlossen. Er sprang wieder hinunter und ging weiter um das Gebäude herum. An der Vorderseite sah er eine gewöhnliche Tür. Ein Männerschuh hielt sie einen Spalt breit offen. Grant betrat das Gebäude und kniff in der Dunkelheit die Augen zusammen. Er lauschte, hörte aber nichts. Dann nahm er das Funkgerät und schaltete es an. »Hier, Grant«, sagte er, »ich bin jetzt drin.« Wu sah zum Oberlicht hoch. Die zwei Raptoren spähten noch immer in Malcolms Zimmer herunter, schienen aber von dem Lärm am Zaun abgelenkt zu sein. Er ging zum Fenster. Vier Veloziraptoren rannten gegen den Zaun an. Elli lief hinter den Gitterstangen hin und her, aber die Raptoren schienen nicht mehr ernsthaft zu versuchen, sie zu schnappen. Es sah eher so aus, als spielten sie. Sie liefen in einem Halbkreis vom Zaun weg, bäumten sich auf und knurrten, kamen dann ebenfalls im Halbkreis wieder zurück und griffen schließlich an. Es war eher ein Ritual als ein ernst gemeinter Angriff. »Wie Vögel«, sagte Maldun, »Sie ziehen eine Schau ab.« Wu nickte. »Sie sind intelligent. Sie wissen, dass Sie sie nicht kriegen können. Sie versuchen es gar nicht.« Das Funkgerät knisterte. »Drin.« Wu nahm das Gerät. »Wiederholen Sie, Dr. Grant.« »Ich bin jetzt drin«, sagte Grant. »Dr. Grant, sind Sie in der Generatorenhalle?« »Ja«, sagte Grant und fügte dann hinzu. »Vielleicht sollten Sie mich Alan nennen.« »Also gut, Alan. Wenn Sie an der Osttür stehen, sehen Sie eine ganze Reihe von Röhren.« Wu schloss die Augen und versuchte, sich das Gebäude vorzustellen. »Direkt vor Ihnen liegt ein großer Schacht, der zwei Stockwerke in die Tiefe reicht. Links von Ihnen ist ein metallener Laufsteg mit einem Geländer. »Ich sehe ihn.« »Gehen Sie den Steg entlang.« »Ich gehe.« Im Funkgerät hörte man schwach das Klappern seiner Schritte auf dem Metall. »Nach ungefähr zehn Metern sehen Sie einen zweiten Steg, der nach rechts führt.« »Ich sehe ihn.« »Gehen Sie da entlang.« »Okay.« »Wenn Sie weitergehen, sehen Sie links von sich eine Treppe.« »Ja.« »Steigen Sie hinunter.« Es gab eine lange Pause. Wu strich sich mit den Fingern durch die feuchten Haare. Maldun runzelte die Stirn. »Okay.« »Ich bin jetzt unten«, meldete sich schließlich Grant. »Gut«, sagte Wu. »Jetzt müssten Sie direkt vor sich zwei große gelbe Tanks mit der Aufschrift »Brennbar« sehen.« »Okay.« »Da steht auch noch was drunter, auf Spanisch.« »Das sind sie«, sagte Wu. »Das sind die zwei Treibstofftanks für den Generator. Einer ist leer. Wir müssen deshalb umschalten. Wenn Sie am Boden der Tanks nachsehen, finden Sie ein weißes Rohr.« »Zehn Zentimeter dickes PVC?« »Ja, PVC. Folgen Sie dem Rohr nach hinten.« »Okay.« »Ich folge dem Rohr.« »Au!« »Was ist passiert?« »Nichts. Ich hab mir nur den Kopf angeschlagen.« »Sind Sie in Ordnung?« »Ja, ja. Alles in Ordnung. Nur der blöde Kopf.« »Folgen Sie dem Rohr.« »Ist ja gut«, sagte Grant. Er klang gereizt. »Okay. Das Rohr führt zu einem großen Aluminiumkasten mit seitlichem Lüftungsstutzen. Honda steht drauf. Sieht aus wie der Generator.« »Ja«, bestätigte Wu. »Das ist der Generator. Wenn Sie um ihn herumgehen, finden Sie eine Schalltafel mit zwei Knöpfen.« »Ich sehe Sie.« »Gelb und Rot?« »Genau. Drücken Sie zuerst den Gelben. Bleiben Sie drauf und drücken Sie den Roten.« »Okay.« Wieder gab es eine Pause. Sie dauerte fast eine Minute. Wu und Maldun sahen sich an. »Alan?« »Hat nicht funktioniert«, erwiderte Grant. »Haben Sie den Gelben gedrückt gehalten und dann den Roten gedrückt?«, fragte Wu. »Habe ich.« Grant klang verärgert. »Ich hab's genau so gemacht, wie Sie gesagt haben. Es gab einen Summen und dann machte es schnell hintereinander, klick, klick, klick. Dann hat das Summen wieder aufgehört und danach war gar nichts mehr.« »Versuchen Sie es noch mal.« »Habe ich bereit«, sagte Grant. »Hat nicht funktioniert.« »Okay. Ein Moment mal.« Wu runzelte die Stirn. »Klingt, als wollte der Generator anspringen, hat es aber aus irgendeinem Grund nicht geschafft.« »Alan?« »Ja?« »Gehen Sie wieder um den Generator herum zu der Stelle, wo das Plastikrohr hineinführt.« »Okay.« Nach einer kurzen Pause sagte Grant. »Das Rohr führt in einen runden, schwarzen Zylinder, der aussieht wie eine Treibstoffpumpe.« »Gut«, sagte Wu. »Genau das ist es, die Treibstoffpumpe. Suchen Sie nach einem kleinen Ventil an der Spitze.« »Ein Ventil?« »Es muss irgendwo oben herausstehen mit einem kleinen Metallhahn, den man umdrehen kann.« »Gefunden. Aber der ist seitlich, nicht obendrauf.« »Okay. Drehen Sie ihn auf.« »Es kommt Luft heraus.« »Gut. Warten Sie bis... Jetzt kommt eine Flüssigkeit. Benzin, glaube ich. Riecht wie Benzin.« »Okay. Schließen Sie das Ventil.« Wu wandte sich kopfschüttelnd an Maldun. »Druckverlust in der Pumpe.« »Alan?« »Ja?« »Probieren Sie jetzt die Knöpfe noch einmal.« »Okay. Gelb und dann rot.« »Ja.« Einen Augenblick hörte Wu schwach das Husten und Stottern des anspringenden Generators und dann gleichmäßiges Tuckern, als er rund lief. »Gut gemacht, Alan. Sehr gut.« »Und jetzt...« Grant klang tonlos, matt. »Es sind ja noch nicht einmal die Lichter angegangen.« »Jetzt gehen Sie in den Kontrollraum zurück und ich werde Ihnen sagen, wie Sie die Systeme manuell wieder hochfahren.« »Das ist also das Nächste?« »Ja.« »Okay«, sagte Grant. »Ich melde mich, wenn ich dort bin.« Es gab ein letztes Knistern. Dann war Stille. »Alan?« Der Kontakt war unterbrochen. Durch die Schwingtür am hinteren Ende des Speisesaals betraten Tim und Lex die Küche. Ein großer Tisch aus rostfreiem Stahl in der Mitte des Raums, links ein großer Ofen mit vielen Brennern und dahinter große Kühlschränke. Tim öffnete die Kühlschränke und suchte nach Eiscreme. Nebel quoll in die feuchte Luft, als er die Türen eine nach der anderen öffnete. »Warum ist eigentlich der Ofen an?« fragte Lex und ließ seine Hand los. »Er ist nicht an.« »Und was ist mit diesen kleinen blauen Flammen?« »Das sind Zündflammen.« »Was sind Zündflammen?« Zu Hause hatten sie einen Elektroofen. »Egal«, erwiderte Tim, während er den nächsten Kühlschrank öffnete. »Aber das bedeutet, dass ich dir etwas kochen kann.« In dem Kühlschrank fand er alle möglichen Vorräte. Milchkartons, Gemüse, einen Stapel T-Bone-Steaks, Fisch, aber keine Eiscreme. »Willst du immer noch Eiscreme?« »Das habe ich dir doch gesagt, oder?« Der nächste Kühlschrank war ein riesiger Kasten mit einer Stahltür und einer breiten, horizontalen Stange als Griff. Tim zog die Tür auf und stand vor einem begehbaren Kühlraum. Es war eiskalt. »Timmy!« »Jetzt warte doch mal einen Augenblick,« sagte er gereizt. »Ich such dir gerade deine verdammte Eiscreme.« »Timmy, da ist etwas!« Sie flüsterte, und einen Augenblick lang begriff er nicht, was sie mit den letzten Worten meinte, doch dann stürzte er aus dem Kühlraum heraus. Nebel, der in Tims Nachtsichtbrille grün leuchtete, hüllte die Türkante ein. Lex stand an dem Arbeitstisch und starrte zur Küchentür. Er hörte ein tiefes Zischen, wie von einer großen Schlange. Der Ton hob und senkte sich, und er war sehr leise, kaum zu hören. Es konnte sogar der Wind sein, aber irgendwie wußte Tim, dass er es nicht war. »Timmy!«, flüsterte Lex. »Ich hab Angst.« Tim schlich zur Küchentür und sah hinaus. In dem verdunkelten Speisesaal sah er die ordentlichen grünen Rechtecke der Tischplatten, und dazwischen bewegte sich, geschmeidig und geräuschlos wie ein Gespenst, bis auf das Zischen seines Atems, ein Velociraptor. In der Dunkelheit der Generatorenhalle tastete sich Grant an den Röhren entlang zur Treppe. Das Vorankommen war schwierig, und irgendwie irritierte ihn das Geräusch des Generators. Er erreichte die Treppe und wollte eben hochsteigen, als er merkte, dass es neben dem Geräusch des Generators noch ein anderes gab. Grant hielt inne und horchte. Ein Mann rief. Es klang wie Gennaro. »Wo sind Sie?«, rief Grant. »Hier drüben!«, erwiderte Gennaro. »Im Lastwagen!« Grant sah nirgends einen Lastwagen. Er blinzelte und starrte angestrengt in die Dunkelheit. Aus den Augenwinkeln heraus bemerkte er mehrere huschende, grün-schimmernde Gestalten. Dann entdeckte er den Lastwagen und ging darauf zu. Die Stille machte Tim Angst. Der Velociraptor war knapp zwei Meter groß und von kräftigem Körperbau. Die stämmigen Beine und der Schwanz waren allerdings von den Tischen verdeckt, und Tim sah nur den muskulösen Oberkörper und die an die Brust gedrückten Vorderläufe mit den baumelnden Klauen. Die gesprengelte Haut auf dem Rücken schillerte. Der Velociraptor bewegte sich sehr wachsam und sah sich ständig mit ruckenden, vogelartigen Bewegungen seines Kopfes nach allen Seiten um. Außerdem wippte der Kopf im Rhythmus mit dem Schwanz auf und ab, was den Eindruck eines Vogels noch verstärkte. Ein riesiger, stiller Raubvogel. Der Speisesaal war dunkel, aber offensichtlich sah der Raptor genug, um nicht an die Tische zu stoßen. Er kam immer näher. Manchmal bückte er sich, und der Kopf verschwand unter den Tischen. Tim hörte ein schnell schnubberndes Geräusch. Dann fuhr der Kopf ruckartig wieder hoch, erneut auf- und abwippend wie der eines Vogels. Tim beobachtete ihn, bis er sicher war, dass der Velociraptor auf die Küche zukam. Folgte er dem Geruch der Kinder? In den Büchern hieß es, die Dinosaurier hätten einen nur schwach entwickelten Geruchssinn gehabt, aber der hier schien mit dem Seinen ausgezeichnet zurechtzukommen. Außerdem, was wussten schon Bücher? »Das war ein lebendiges Exemplar«, und es kam direkt auf ihn zu. Tim zog den Kopf ein und schlich in die Küche zurück. »Ist da was?«, fragte Lex. Tim antwortete nicht. Er schob sie unter einen Tisch in der Ecke, hinter einen großen Apfelleimer, beugte sich zu ihr hinunter und flüsterte eindringlich, »Bleib da!« Dann lief er auf den Kühlraum zu. Er packte ein paar gekühlte Steaks und lief damit zur Tür. Leise legte er das erste Stück auf den Boden, ging dann ein Stück zurück und lebte das zweite hin. Durch seine Nachtsichtbrille sah er Lex hinter dem Abfalleimer hervorspähen und winkte sie zurück. Er legte das dritte Steak aus, das vierte, und bewegte sich so langsam tiefer in die Küche hinein. Das Zischen wurde lauter. Dann fassten die Klauen nach der Tür, und der große Kopf spähte vorsichtig herein. Der Velociraptor blieb an der Tür stehen. Tim stand halb geduckt hinter dem stählernden Arbeitstisch. Aber er hatte nicht die Zeit gehabt, sich zu verstecken. Kopf und Schulter sahen über dem Tisch hervor. Der Velociraptor mußte ihn einfach sehen. Langsam, sehr langsam duckte sich Tim und sank unter den Tisch. Der Velociraptor riß den Kopf herum und sah direkt in seine Richtung. Tim erstarrte. Er war noch immer nicht ganz versteckt, aber er dachte nur, nicht bewegen, bloß nicht bewegen. Der Velociraptor stand regungslos an der Tür und schnupperte. Es ist hier noch dunkler, dachte Tim. Er sieht nicht mehr so gut. Aber jetzt konnte Tim den modrigen Geruch des großen Reptils riechen, und durch seine Brille sah Tim, dass der Dinosaurier leise gähnte, dabei seine lange Schnauze zurückwarf und Reihen rasiermesserscharfer Zähne entblößte. Dann sah er sich mit ruckartigen Bewegungen seines Kopfes weiter in der dunklen Küche um. Die großen Augen huschten in den knochigen Höhlen hin und her. Tim spürte, wie sein Herz hämmerte. Irgendwie war es schlimmer, einem solchen Tier in einer Küche gegenüber zu stehen, als draußen im Wald. Die Größe, die schnellen Bewegungen, der stechende Geruch, der zischende Atem. Vielleicht kommt er gar nicht herein, dachte Tim. Aus der Nähe betrachtet war der Raptor ein viel furchterregenderes Tier als der Tyrannosaurier. Der Tyrannosaurier war groß und kräftig, aber nicht besonders schlau. Der Velociraptor war nur so groß wie ein Mensch, aber schnell und unleugbar intelligent. Tim fürchtete die suchenden Augen fast so wie die scharfen Zähne. Der Velociraptor schnupperte. Er machte einen Schritt vorwärts, direkt auf Lex zu. Wahrscheinlich roch er sie. Tims Herz raste. Der Velociraptor blieb stehen und beugte sich langsam vor. Er hatte das Steak gefunden. Tim wollte sich ducken und unter den Tisch sehen, aber er wagte nicht, sich zu bewegen. Er starrt kauerte er in seiner halb gebückten Haltung und hörte ein Knirschen. Der Dinosaurier fraß das Steak mit Knochen und allem. Der Raptor hob den schlanken Kopf und sah sich um. Er schnupperte, entdeckte das zweite Steak, lief schnell darauf zu, bückte sich. Stille. Er fraß es nicht. Der Kopf schnellte wieder hoch. Tims Beine schmerzten vom Kauern, aber er bewegte sich nicht. Warum fraß der Raptor das zweite Steak nicht? Alle möglichen Gründe gingen Tim durch den Kopf. Er mochte den Geschmack von Rindfleisch nicht. Er mochte die Kälte nicht. Es gefiel ihm nicht, dass es kein lebendiges Fleisch war. Er roch die Falle. Er roch Lex. Er roch Tim. Er sah Tim. Der Velociraptor bewegte sich jetzt sehr schnell. Er entdeckte das dritte Steak, senkte den Kopf, sah wieder hoch und lief weiter. Tim hielt den Atem an. Der Dinosaurier war nur noch einen guten Meter von ihm entfernt. Tim sah die kleinen Zuckungen in den Muskeln der Flanken und das verkrustete Blut an den Klauen der Vorderläufe. Er sah die feinen Furchen der gesprengelten Rückenhaut und die Hautfalten am Hals unter dem Unterkiefer. Der Velociraptor schnupperte. Er riß den Kopf zur Seite und sah Tim direkt an. Tim blieb vor Schreck beinahe die Luft weg. Sein Körper war steif, jeder Muskel aufs Äußerste angespannt. Er sah zu, wie das Reptilienauge den Raum absuchte. Dann wieder ein Schnuppern. Jetzt hat er mich, dachte Tim. Doch dann riß der Raptor den Kopf wieder zurück, entdeckte das fünfte Steak und ging darauf zu. Lex, beweg dich nicht, dachte Tim. Bitte, beweg dich nicht, egal was du tust, aber bitte. Der Velociraptor roch das Steak und ging weiter. Er stand jetzt vor der offenen Tür des Kühlraums. Nebel quoll heraus und umspielte die Füße des Tieres. Ein großer Klauenfuß kam hoch und senkte sich dann leise wieder. Der Dinosaurier zögerte. Zu kalt, dachte Tim. Er geht nicht da hinein, es ist zu kalt. Er geht nicht hinein, er geht nicht. Der Dinosaurier ging hinein. Der Kopf verschwand, der Körper, dann der steife Schwanz. Tim sprang auf, warf sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die Stahltür und stieß sie zu und klemmte dabei die Schwanzspitze ein. Die Tür ließ sich nicht ganz schließen. Der Velociraptor brüllte, ein erschreckend lautes Geräusch. Tim trat unabsichtlich einen Schritt zurück und der Schwanz verschwand. Tim warf die Tür zu und hörte sie einschnappen. Zu. Lex, Lex, schrie Tim. Er hörte das Tier gegen die Tür hämmern, spürte die Schläge gegen den Stahl. Er wusste, dass sich an der Innenseite der Tür ein flacher Stahlknopf befand und wenn der Raptor den traf, ging die Tür auf. Sie mussten die Tür verriegeln. Lex! Lex war bei ihm. Was willst du? Tim stemmte sein Körpergewicht gegen den horizontalen Türgriff und drückte ihn zu. Da ist ein Stift, ein kleiner Stift. Nimm den Stift! Der Velociraptor brüllte wie ein Löwe hinter der dicken Stahltür. Er warf sein ganzes Gewicht dagegen. Ich sehe ihn nicht, rief Lex. Der Stift baumelte an einer kleinen Kette unter dem Türgriff. Da! Ich sehe ihn nicht, schrie Lex. Und plötzlich fiel Tim ein, dass sie ja keine Nachtsichtbrille trug. Du musst danach tasten! Er sah, wie Lex' kleine Hand hochkam, seine berührte und nach dem Stift tastete. Er spürte ihre Angst und hörte die abgehackten, hektischen Stöße ihres Atems. Und der Velociraptor warf sich wieder gegen die Tür. Und sie ging auf. Mein Gott, sie ist offen! Aber das Tier hatte das nicht erwartet und sich bereits umgedreht, und Tim stieß sie wieder zu. Lex, die umgefallen war, rappelte sich hoch und tastete wieder nach dem Stift. Ich hab ihn, rief sie, den Stift in der Hand, und schob ihn durch das Loch. Er glitt wieder heraus. Von oben, von oben hineinstecken! Sie griff wieder nach dem Stift, hob ihn hoch, legte die Kette über den Griff und steckte ihn von oben ins Loch. Verriegelt. Der Velociraptor brüllte. Tim und Lex wichen von der Tür zurück, während er sich wieder dagegen warf. Bei jedem Stoß ächzten die schweren Stahlangeln, aber sie hielten. Tim glaubte nicht, dass er die Tür würde öffnen können. Der Velociraptor war eingesperrt. Tim seufzte laut auf. »Gehen wir«, sagte er. Er nahm seine Schwester bei der Hand, und sie rannten. »Sie hätten sie sehen sollen«, sagte Gennaro, als Grant ihn aus der Generatorenhalle führte. »Es waren mindestens zwei Dutzend. Kompis. Ich musste in den Lastwagen klettern, um mich vor ihnen zu retten, und dann klebten sie an der Windschutzscheibe, hockten einfach da und warteten wie Bushade. Aber als sie gekommen sind, sind sie weggerannt.« »Aßfresser«, sagte Grant, »die greifen nichts an, was sich bewegt oder stark aussieht, nur Totes oder beinahe Totes. Was sich nicht mehr bewegt eben.« Sie stiegen die Treppe hinauf. »Was ist mit dem Raptor passiert, der sie angegriffen hat?«, fragte Grant. »Keine Ahnung. Hat er das Gebäude verlassen?« »Ich habe nichts gesehen. Ich glaube, ich bin davongekommen, weil er verletzt war. Wahrscheinlich hat Maldun ihn angeschossen, er hat nämlich am Bein geblutet. Dann... Ich weiß nicht. Vielleicht ist er wieder rausgelaufen. Vielleicht ist er hier verendet, ich hab's nicht gesehen.« »Vielleicht ist er auch noch hier«, sagte Grant. Vom Fenster des Hotelfoyers aus beobachtete Wu die Raptoren vor dem Zaun. Sie wirkten noch immer sehr spielerisch und setzten ihre Scheinangriffe auf Ellie fort. Das ging schon sehr lange so, und plötzlich kam Wu der Gedanke, dass es vielleicht schon zu lange war. Es sah fast so aus, als wollten sie ebenso Ellies Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie sie die ihre. Das Verhalten der Dinosaurier war für Wu immer von untergeordneter Bedeutung gewesen. Und das mit gutem Grund. Das Verhalten war eine sekundäre Erscheinung der DNS-Sequenz, wie die Proteinkonformation. Man konnte das Verhalten nicht wirklich voraussagen, und man konnte es nicht wirklich kontrollieren, außer auf sehr primitive Art, etwa indem man das Tier durch Zurückhaltung eines Enzyms von einem gewissen Zusatzstoff in der Nahrung abhängig machte. Aber im Allgemeinen blieb das Verhalten dem menschlichen Verständnis verschlossen. Man konnte sich nicht einfach eine DNS-Sequenz ansehen und das Verhalten voraussagen. Es war unmöglich. Und das hatte Wu's Arbeit zu einer rein empirischen gemacht. Es war eine Sache des Herumprobierens, so wie ein moderner Handwerker versucht, eine antike Uhr zu reparieren. Man hatte es mit etwas aus der Vergangenheit zu tun, etwas, das aus alten Materialien bestand und alten Regeln folgte. Man wusste nicht genau, warum es so funktionierte, wie es funktionierte. Und es war im Lauf von Jahrmillionen von den Kräften der Evolution vielfach verändert und verbessert worden. So wie der Handwerker eine Justierung vornimmt und dann sieht, ob die Uhr besser läuft, nahm auch Wu eine Veränderung vor und sah dann, ob sich die Tiere besser verhielten. Und er versuchte nur, grobes Fehlverhalten zu korrigieren. Unkontrolliertes Anrennen gegen die Elektrozäune etwa oder Wundscheuern der Haut an Baumstämmen. Das waren die Formen von Verhalten, die Wu immer wieder ans Reißbrett geschickt hatten. Diese Grenzen seiner Wissenschaft hatten in ihm, was die Dinosaurier im Park betraf, ein Gefühl des Rätselhaften hinterlassen. Er war sich nie sicher, nie wirklich sicher, ob das Verhalten der Tiere historisch korrekt war oder nicht. Verhielten sie sich wirklich so wie in der Vergangenheit? Es war eine offene Frage, die letztendlich auch nie zu beantworten sein würde. Und obwohl Wu das nie zugeben würde, war die Entdeckung, dass die Dinosaurier sich fortpflanzten, eine fundamentale Bestätigung seiner Arbeit. Ein sich fortpflanzendes Tier funktionierte in einer sehr grundlegenden Weise korrekt. Es bedeutete, dass er alle Teile richtig zusammengesetzt hatte. Er hatte ein Tier geschaffen, das Millionen Jahre alt war, und er hatte es mit solcher Präzision getan, dass das Tier sich sogar reproduzieren konnte. Doch als er jetzt die Raptoren vor dem Zaun beobachtete, machte er sich Sorgen wegen ihrer Beharrlichkeit. Raptoren waren intelligente Tiere, und intelligente Tiere langweilten sich schnell. Aber intelligente Tiere planten auch, und... Harding kam aus Malcolms Zimmer ins Foyer. Wo ist Zettler? Draußen. Holen Sie sie lieber rein. Die Raptoren haben das Oberlicht verlassen. Wann? fragte Wu und ging zur Tür. Gerade eben, erwiderte Harding. Wu riss die Tür auf. Elli! Rein! Sofort! Sie sah verwirrt zu ihm hinüber. Aber es ist doch alles in Ordnung. Ich hab alles im Griff. Sofort! Sie schüttelte den Kopf. Ich weiß, was ich tue, sagte sie. Sofort, Elli! Verdammt noch mal! Maldun gefiel es nicht, dass Wu in der offenen Tür stand, und er wollte eben etwas sagen, als er vom Dach einen Schatten heruntersausen sah. Er wusste sofort, was los war. Wu wurde plötzlich ins Freie gerissen, und Maldun hörte Elli schreien. Er ging zur Tür und sah Wu am Boden liegen, den Bauch von der großen Klaue aufgeschlitzt, und der Raptor riss ihm die Eingeweide aus dem Leib. Wu lebte noch und versuchte schwach, den großen, zuckenden Kopf mit den Händen wegzustoßen. Doch der Raptor fraß ihn bei lebendigem Leib. Dann hörte Elli auf zu schreien und rannte an der Innenseite des Zauns entlang, und Maldun warf, benommen vor Entsetzen, die Tür zu. Es war alles so schnell passiert. »Ist er vom Dach heruntergesprungen?«, fragte Harding. Maldun nickte. Er ging zum Fenster und sah, dass die Raptoren vor dem Zaun davonliefen. Aber sie verfolgten nicht mehr Elli. Sie rannten auf das Besucherzentrum zu. Grant spähte zur Tür hinaus in den Nebel. Er konnte das Knurren der Raptoren hören. Sie schienen näher zu kommen. Dann sah er sie, wie sie an ihm vorbeirannten. Sie liefen zum Besucherzentrum. Er drehte sich zu Gennaro um. Gennaro schüttelte abwehrend den Kopf. Grant beugte sich zu ihm und flüsterte ihm ins Ohr. »Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen den Computer einschalten.« Er marschierte los. Einen Augenblick später folgte ihm Gennaro. Elli überlegte nicht lange. Als die Raptoren vom Dach sprangen und Wu angriffen, drehte sie sich einfach um und lief, so schnell sie konnte, auf das entfernte Ende des Hotelbaus zu. Etwa fünf Meter Abstand lagen zwischen dem Zaun und dem Gebäude. Sie rannte und hörte nichts von den Tieren, sondern nur ihren eigenen Atem. Als sie um die Ecke kam, sah sie einen Baum dicht an der Seitenwand des Hauses, sprang, bekam einen Ast zu fassen und schwang sich hoch. Elli hatte keine Angst. Sie spürte sogar eine gewisse Heiterkeit, als sie mit den Füßen ausholte und ihre Beine vor sich in die Luft steigen sah, dann die Beine über einen höheren Ast warf, die Fersen an die Waden zog, die Bauchmuskeln spannte und sich schnell hochschwang. Sie war bereits vier Meter über dem Boden, und die Raptoren kletterten ihr immer noch nicht hinterher. Fast fühlte sie sich schon in Sicherheit, als sie das erste Tier am Fuß des Baums entdeckte. Sein Maul war blutig, senige Fleischfetzen hingen ihm zwischen den Fängen. Sie kletterte schnell höher, Behände nach den nächsten Ästen greifend, und hatte das Flachdach schon fast erreicht. Dann sah sie noch einmal nach unten. Beide Velociraptoren kletterten am Baum hoch. Sie war bereits auf gleicher Höhe mit dem Flachdach. Der Kiesbelag war nur eineinhalb Meter entfernt, die Glaspyramiden der Oberlichter ragten aus dem Nebel. Es gab eine Tür auf dem Dach, sie konnte also ins Haus. Sie stieß sich geschmeidig ab, segelte durch die Luft und landete auf allen Vieren auf dem Kies. Die Landung war etwas unsanft, sie zerkratzte sich das Gesicht, aber Heiterkeit war das Einzige, was sie spürte, so als sei sie Teil eines Spiels, eines Spiels, das sie gewinnen wollte. Sie lief auf die Tür zu. Hinter sich hörte sie die Raptoren in den Ästen rascheln. Sie waren also noch auf dem Baum. Sie erreichte die Tür und drehte am Knauf. Die Tür war verschlossen. Es dauerte einen Augenblick, bis Elli in ihrer Euphorie bewusst wurde, was das bedeutete. Die Tür war verschlossen. Sie war auf dem Dach und konnte nicht hinunter. Die Tür war verschlossen. Zornig und frustriert hämmerte sie gegen die Tür und lief dann zur Breitseite des Dachs, weil sie hoffte, dort einen Weg hinunter zu finden. Aber sie sah nur die grünen Umrisse des Schwimmbeckens im Nebel. Die Umgebung des Beckens war betoniert. Drei, vier Meter Beton. Zu weit, um darüber hinweg zu springen. Keine anderen Bäume, an denen sie hätte hinunterklettern können. Keine Treppe. Keine Feuerleiter. Nichts. Elli drehte sich um und sah die Raptorenbehände auf das Dach springen. Mit hektischen Blicken suchte sie das Dach nach einer zweiten Tür ab. Aber es gab keine. Die Raptoren kamen langsam auf sie zu. Lautlos pirschten sie sich zwischen den Glaspyramiden hindurch an sie heran. Sie sah nach unten. Der Beckenrand war über drei Meter entfernt. Zu weit. Die Raptoren kamen immer näher. Sie verteilten sich, und ihr schoss es völlig fehl am Platze durch den Kopf. Ist es denn nicht immer so? Irgendein kleiner Fehler, und die ganze Sache geht in die Hose. Sie spürte noch immer die heitere Sorglosigkeit von vorhin, und irgendwie konnte sie nicht glauben, dass diese Tiere sie schnappen würden, konnte nicht glauben, dass ihr Leben auf diese Art enden würde. Es schien unmöglich. Sie war eingehüllt in beschützende Fröhlichkeit. Sie glaubte einfach nicht, dass es passieren würde. Die Raptoren knurrten. Elli wich zur Dachmitte zurück. Dort holte sie tief Atem und begann dann, auf den Rand zuzurennen. Im Laufen sah sie das Schwimmbecken, wusste, dass es zu weit war, dachte aber, was soll's, und sprang. Und fiel, und spürte plötzlich beißende Kälte um sich. Sie war unter Wasser. Sie hatte es geschafft. Sie tauchte auf und sah, dass die Raptoren zu ihr herunterstarrten. Und sie wusste, wenn sie es geschafft hatte, dann schafften die Raptoren es auch. Sie ruderte im Wasser und überlegte sich, ob Raptoren schwimmen konnten. Sie war sich ziemlich sicher. Wahrscheinlich schwammen sie so gut wie Krokodile. Die Raptoren drehten sich plötzlich um. Dann hörte sie Harding, Settler, rufen, und ihr wurde bewusst, dass er die Tür geöffnet hatte. Die Raptoren gingen jetzt auf ihn los. Sie stieg hastig aus dem Wasser und lief auf das Gebäude zu. Harding war die Treppe zum Dach hinaufgestürmt und hatte, ohne lange zu überlegen, die Tür aufgerissen. Settler! Er war so auf Elli konzentriert, dass es einen Moment dauerte, bis er seinen Fehler erkannte. Eigentlich müsste ich die Tiere sehen können, dachte er. Im nächsten Augenblick schnellte ein klauenbewährter Vorderlauf zur Tür herein und packte ihn an der Brust. Er spürte einen brennenden Schmerz und musste seine ganze Kraft zusammennehmen, um einen Schritt zurückzuweichen und die Tür auf den Vorderlauf zu schmettern. Von unten hörte er Maldun rufen, »Sie ist im Haus! Sie ist im Haus!« Der Raptor auf der anderen Seite der Tür knurrte. Harding knallte noch einmal die Tür auf den Vorderlauf und die Klaue verschwand. Der Tierarzt warf die Tür mit einem metallischen Klirren endgültig ins Schloss und sank zu Boden. »Wo gehen wir hin?«, fragte Lex. Sie waren im ersten Stock des Besucherzentrums. Ein Gang mit einer Glaswand auf der einen Seite lief über die ganze Länge des Gebäudes. »Zum Kontrollraum«, erwiderte Tim. »Und wo ist der?« »Irgendwo da vorne.« Tim las die Beschriftungen der Türen, an denen sie vorbeigingen. Dahinter schienen Büros zu sein. Parkaufsicht, Besucherservice, Geschäftsleitung. Dann kamen sie zu einer Glastür mit dem Schild »Sperrbereich«. Ab hier für Unbefugte kein Zutritt. Neben der Tür war ein Schlitz für eine Code-Karte, doch Tim stieß die Tür einfach auf. »Warum geht die so einfach auf?« »Der Strom ist aus«, erwiderte Tim. »Warum gehen wir in den Kontrollraum?« »Um ein Funkgerät zu suchen. Wir müssen jemand anrufen.« Hinter der Glastür führte der Gang weiter. Tim erinnerte sich an diesen Abschnitt. Sie hatten ihn bei der Besichtigungstour schon einmal gesehen. Lex trottete neben ihm her. In der Ferne hörten sie das Knurren der Raptoren. Sie schienen näher zu kommen. Dann hörte Tim, wie die Tiere im Erdgeschoss gegen die Glastüren stießen. »Die sind da unten«, flüsterte Lex. »Keine Angst. Was machen die hier?« »Ist jetzt auch egal.« »Kontrollraum.« Endlich hatte er ihn gefunden. »Hier«, sagte Tim und stieß die Tür auf. Der Kontrollraum sah genauso aus, wie er ihn in Erinnerung hatte. In der Mitte stand eine Konsole mit vier Stühlen und vier Computermonitoren. Der Raum war dunkel bis auf die Bildschirme, die alle Reihen farbiger Rechtecke zeigten. »Wo ist jetzt das Funkgerät?« fragte Lex. Aber Tim dachte schon nicht mehr an das Funkgerät. Er ging zur Konsole und starrte überrascht die Monitore an. Sie liefen wieder. Das konnte nur bedeuten, »Anscheinend ist der Strom wieder an.« »Igitt«, sagte Lex und wich zur Seite. »Was? Ich bin auf ein Ohr getreten«, sagte sie. Tim hatte beim Hereinkommen keine Leiche gesehen. Er drehte sich um und sah, dass es wirklich nur ein menschliches Ohr war, das am Boden lag. »Das ist ja ekelhaft«, sagte Lex. »Was soll's?« Er wandte sich wieder den Monitoren zu. »Wo ist der Rest von ihnen?« »Kümmer dich jetzt nicht darum«, er studierte einen der Monitore. Ein Auswahlmenü mit mehreren Reihen farbiger Rechtecke war zu sehen. »Spiel lieber nicht daran rum, Timmy«, sagte Lex. »Keine Angst, das tue ich schon nicht.« Er hatte schon früher komplizierte Computer gesehen. In den Gebäuden, in denen sein Vater arbeitete, zum Beispiel. Diese Computer kontrollierten alles, von den Aufzügen über die Sicherheitsanlagen bis zu Heizung und Kühlung. Im Prinzip sahen sie alle so aus wie der, den er vor sich hatte. Eine Menge farbiger Sichtfelder waren aber normalerweise leichter zu verstehen. Außerdem gab es fast bei allen Hilfsmenüs, die einem den Zugang zum Programm erleichterten. Aber hier entdeckte er kein Hilfsmenü. Er sah noch einmal genau hin, um ganz sicher zu sein. Und er entdeckte noch etwas anderes. In der oberen linken Ecke des Bildschirms sah er ein tickendes Zahlenfeld. Es zeigte 10, 47, 22 an. Die Uhrzeit, merkte Tim plötzlich. Es war 10, 47. Hinter sich hörte er ein statisches Rauschen. Er drehte sich um und sah, dass Lex ein Funkgerät in der Hand hielt. Sie spielte mit den Knöpfen und Reglern. »Wie funktioniert es?« fragte sie. »Bei mir geht's nicht.« »Gib's mir.« »Es ist meins. Ich hab's gefunden.« »Lex, gib es mir.« »Ich will zuerst hineinreden.« Plötzlich knackte das Gerät. »Was zum Teufel ist denn da los?« hörten sie Malduns Stimme. Lex erschrak und ließ den Apparat fallen. Grant kauerte zwischen den Palmen. Durch den Nebel sah er, dass die Raptoren knurrend vor dem Besucherzentrum auf- und abhüpften und mit den Köpfen immer wieder gegen das Glas stießen. Dazwischen verstummten sie plötzlich und legten die Köpfe schief, als horchten sie auf ein entferntes Geräusch, und dann stießen sie leise, wimmernde Schreie aus. »Was machen die da?« »Fragte Gennaro.« »Seht aus, als wollten sie in die Cafeteria«, entgegnete Grant. »Was ist in der Cafeteria?« »Ich habe die Kinder da drin zurückgelassen«, sagte Grant. »Können sie das Glas zertrümmern?« »Ich glaube nicht, nein.« Plötzlich war das Knacken eines entfernten Funkgeräts zu hören, und Grant sah, wie die Tiere immer erregter auf- und abhüpften. Sie sprangen immer höher, und Grant musste zusehen, wie schließlich der Erste mit einem mächtigen Satz auf dem Balkon des ersten Stocks landete und von dort in das Gebäude eindrang. Im Kontrollraum im ersten Stock bückte sich Tim und hob das Funkgerät auf, das Lex fallen gelassen hatte. Er drückte auf den Sprechknopf. »Hallo? Hallo?« »Ist du das, Tim?« Es war Malduns Stimme. »Ja, ich bin's.« »Wo bist du?« »Im Kontrollraum. Der Strom ist wieder da.« »Das ist großartig, Tim«, entgegnete Maldun. »Wenn mir jemand sagt, wie es geht, dann schalte ich den Computer an.« Er bekam keine Antwort. »Hallo?«, sagte Tim. »Haben Sie mich verstanden?« »Mh, wir haben da ein Problem«, sagte Maldun. »Es ist niemand mehr hier, der weiß, wie das geht, wie man den Computer anschaltet.« »Was? Soll das ein Witz sein?« »Keiner kennt sich aus?«, fragte Tim. Es klang unglaublich. »Nein«, eine Pause. »Ich glaube, es hat etwas mit dem Hauptstromnetz zu tun. Man muss das Hauptstromnetz anschalten. Kennst du dich ein bisschen mit Computern aus, Tim?« Tim starrte den Bildschirm an. Lex stieß ihn an. »Sag nein, Timmy«, zischte sie. »Ja, ein bisschen«, erwiderte Tim. »Probieren können wir's ja«, sagte Maldun. »Ihr weiß niemand, was zu tun ist, und ich weiß, dass Grant sich mit Computern auch nicht auskennt.« »Okay«, sagte Tim, »ich probier's.« Er schaltete das Funkgerät aus und studierte den Bildschirm. »Timmy«, sagte Lex, »du weißt nicht, was du tun musst.« »Doch, weiß ich schon.« »Wenn du's weißt, dann mach's.« »Gleich.« »Du weißt es ja doch nicht.« »Doch.« Um einen Anfang zu machen, zog Tim sich den Stuhl näher an die Tastatur und drückte die Cursor-Tasten. Das waren die Tasten, die den Cursor über den Bildschirm bewegten. Aber nichts passierte. Dann drückte er andere Tasten. Das Bild veränderte sich nicht. »Na?« fragte sie. »Irgendwas stimmt nicht«, erwiderte er stirnrunzelnd. »Du hast einfach keine Ahnung, Timmy.« Er sah sich den Computer noch einmal ganz genau an. Die Tastatur hatte eine Reihe von Funktionstasten am oberen Ende, wie bei einer normalen PC-Tastatur, und der Bildschirm war groß und farbig, aber das Gehäuse war etwas ungewöhnlich. Tim sah sich die Ränder des Bildschirms an und entdeckte eine Menge Stecknadelkopfgroßer roter Lichtpunkte. Rotes Licht an den Rändern des Bildschirms. Was konnte das sein? Er bewegte seinen Zeigefinger auf das Licht zu und sah den rötlichen Widerschein auf seiner Haut. Er berührte den Bildschirm und hörte ein Piepsen. Er hatte es geschafft. Das Fenster auf dem Bildschirm sagte ihm, dass er Zugang zum System habe und nun auswählen konnte, wohin er wollte. Einen Augenblick später war das ursprüngliche Bild ohne das Fenster wieder da. »Was ist passiert?« fragte Lex. »Was hast du getan? Du hast etwas berührt.« »Natürlich«, dachte er. »Er hatte den Bildschirm berührt.« »Es war ein Touchscreen, ein berührungssensitiver Bildschirm.« Die roten Lichtpunkte waren vermutlich Infrarot-Sensoren. Tim hatte so etwas noch nie gesehen, aber er hatte schon darüber gelesen. Er berührte »Reset«, »Revert«. Sofort änderte sich der Bildschirm. Er bekam eine neue Mitteilung. »The computer is now reset. Make your selection from the main screen.« Der Computer war jetzt neu gestartet und Tim konnte mit einer Berührung eines bestimmten Sichtfelds auf dem Bildschirm weiter auswählen. »Toll«, sagte Lex. »Jetzt probier mal View.« »Nein, Lex.« »Aber das willst du doch«, sagte sie. »Dir was ansehen.« Und bevor er ihre Hand zu fassen bekam, hatte sie View berührt. Der Bildschirm änderte sich. »Oh«, rief Lex. »Lass das, Lex. Schau«, sagte sie. »Es hat funktioniert. Ha!« Die im Raum verteilten Videomonitore zeigten schnell sich verändernde Ansichten von verschiedenen Teilen des Parks. Die meisten Bilder waren dunstig grau wegen des Nebels, aber eins zeigte das Hotel von außen. Man sah zwei Raptoren auf dem Dach und ein anderes den Bug eines Schiffs im hellen Sonnenlicht. »Was war das?«, fragte Tim und beugte sich vor. »Was? Das Bild!« Aber das Bild war bereits wieder verschwunden. Jetzt sahen sie das Innere des Hotels, ein Zimmer nach dem anderen und schließlich auch Malcolm, der in einem Bett lag. »Halt«, sagte Lex, »ich sehe sie.« Tim berührte den Bildschirm an verschiedenen Stellen und erhielt Submenüs und weitere Submenüs. »Warte«, sagte Lex, »du bringst hier alles durcheinander.« »Sei doch endlich still, du hast doch keine Ahnung von Computern.« Jetzt hatte Tim eine Liste der Videomonitore auf dem Bildschirm. Ein Sichtfeld trug die Bezeichnung Safari Lodge LV24 und ein anderes Remote Shipboard VND. Tim berührte den Bildschirm an verschiedenen Stellen. Auf einem der Monitore sah man den Bug des Versorgungsschiffs und dahinter den Ozean. In der Entfernung war Land zu erkennen. Gebäude an einem Ufer und ein Hafen. Er wußte, welcher Hafen das war. Sie hatten ihn tags zuvor mit dem Hubschrauber überflogen. Es war Punta Renas. Wie es aussah, würde das Schiff in wenigen Minuten landen. Aber dann zog ein zweiter Bildschirm Tims Aufmerksamkeit auf sich. Er zeigte das Dach des Safari-Hotels in grauem Nebel. Zwei Raptoren kamen in Sicht. Ihre Körper waren hinter den Pyramiden verborgen. Man sah nur ihre wippenden Köpfe. Auf einem dritten Monitor sah er dann ein Zimmer. Malcom lag im Bett. Ellie stand neben ihm. Sie sahen beide in die Höhe. Maldun kam ins Zimmer, trat zu ihnen und sah mit besorgter Miene ebenfalls nach oben. »Sie sehen uns«, sagte Lex. »Ich glaube nicht.« Das Funkgerät knisterte. Auf dem Bildschirm konnte man erkennen, dass Maldun das Gerät an den Mund hob. »Hallo, Tim?« »Ja«, sagte Tim. »Wir haben nicht mehr viel Zeit«, sagte Tim. »Du schaltest besser dieses Stromnetz ein.« Plötzlich hörte Tim die Raptoren knurren. Von oben kam ein langer Kopf ins Bild, der mit schnappenden Kiefern durch zersplittertes Glas ragte. »Schnell, Timmy«, sagte Lex. »Schalt den Strom an!« Tim fand sich plötzlich in einer verwirrenden Vielfalt von Submenüs zur Videokontrolle wieder und versuchte, zum Hauptmenü zurückzukehren. Die meisten Systeme hatten eine einzelne Taste oder einen einzelnen Befehl, mit dem man zum vorhergehenden Menü oder zum Hauptmenü zurückkehren konnte. Aber dieses Menü hatte so etwas nicht. Oder zumindest wußte er nichts davon. Er war sich auch ziemlich sicher, dass es bei diesem System Hilfebefehle gab, aber auch die konnte er nicht finden. Außerdem sprang Lex dauernd auf und ab und schrie ihm ins Ohr, und das machte ihn nervös. Schließlich hatte Tim das Hauptmenü wieder auf dem Schirm. Er wußte zwar nicht genau, wie er es geschafft hatte, aber es war wieder da. Etwas ratlos hielt er inne. »Vereil dich, Timmy! Bist du jetzt endlich still? Ich muss mich konzentrieren!« Er drückte »Template Main«. Der Bildschirm füllte sich mit einem komplizierten und schier unübersichtlichen Diagramm aus Sichtfeldern und Pfeilen. »Falsch!« Das brachte nichts. Er drückte »Common Interface«. »Aha!« Da war es. Ein neues Menü erschien. »Was ist das?« fragte Lex. »Warum schaltest du den Strom nicht an, Timmy?« Er ignorierte sie. »Vielleicht hieß das Hilfsmenü bei diesem System »Info«.« Er drückte »Info«. »Timmy!«, heulte Lex, aber er hatte bereits »Find« gedrückt. Das brachte ihn nirgendwo hin. Er drückte »Go Back«. Tim drückte verzweifelt verschiedene Tasten. Plötzlich war das Hauptmenü wieder da. Tim studierte den Bildschirm. »Electrical Main« und »Set Grids«, DNL, sahen beide aus, als hätten sie etwas mit der Stromversorgung und den Grids, den einzelnen Stromnetzen, zu tun. Möglicherweise waren auch »Safety«, »Health« und »Critical Locks« von Bedeutung. Er hörte das Knurren der Raptoren und wusste, dass er eine Entscheidung treffen musste. Er drückte »Set Grids«, DNL und stöhnte auf, als er sah, was ihm der Computer lieferte. Er drückte »Standard Parameters«. Er wusste nicht, was er tun sollte. »Standard Parameters«, »Park Grids B4 bis C6, Outer Grids C2 bis D2 und so weiter und so weiter. Circuit Integrity not tested. Security Grids remain automatic.« Tim schüttelte frustriert den Kopf. Es dauerte eine Weile, bis er merkte, dass diese Tabelle ihm eine wertvolle Information lieferte. »Lodge Grids F4 bis D4« stand da. Er kannte also jetzt die Koordinaten für das Stromnetz der Lodge, des Hotels. Er drückte »F4«. »Power Grid F4, Safari Lodge«. »Command cannot be executed. Error 505. Power incompatible with Command Error«. Der Computer konnte den Befehl also nicht ausführen. »Es funktioniert nicht«, sagte Lex. »Ich weiß«. Tim drückte eine andere Taste. Der Monitor blinkte wieder. »Power Grid F4, Safari Lodge. Command cannot be executed. Error 505. Power incompatible with Command Error«. Tim versuchte ruhig zu bleiben und konzentriert zu überlegen. Aus irgendeinem Grund bekam er eine Fehlermeldung, so oft er versuchte, ein Stromnetz zu aktivieren. Der Computer sagte ihm, dass die Stromversorgung mit dem Befehl, den er ihm gab, inkompatibel sei. Aber was sollte das heißen? Warum war die Stromversorgung inkompatibel? »Timmy«, sagte Lex und zog an seinem Arm. »Nicht jetzt, Lex!« »Doch jetzt«, sagte sie und zerrte ihn vom Bildschirm und der Konsole weg. Und dann hörte er das Knurren der Raptoren. Es kam aus dem Flur. Die Raptoren hatten die zweite Metallstange am Oberlicht über Malcoms Bett schon beinahe durchgebissen. Sie konnten bereits die Köpfe ganz durch das zersplitterte Glas stecken und die Leute darunter anknurren. Sie zogen sie aber immer wieder zurück und nagten weiter an dem Metall. »Es dauert nicht mehr lange«, sagte Malcom. »Drei, vier Minuten vielleicht.« Er drückte den Sprechknopf am Funkgerät. »Tim, melde dich! Tim!« Es kam keine Antwort. Tim schlüpfte mit Lex zur Tür hinaus und sah den einzelnen Raptor am anderen Ende des Flurs beim Balkon stehen. Er starrte ihn verblüfft an. Wie war er nur aus dem Kühlraum herausgekommen? Während die Kinder noch dastanden und ungläubig schauten, tauchte ein zweiter Raptor auf dem Balkon auf. Und Tim begriff. Der Raptor war gar nicht aus dem Kühlraum gekommen. Er war von draußen gekommen. Er war von unten hochgesprungen. Tim hatte gesehen, wie der zweite Raptor leise und perfekt ausbalanciert auf der Brüstung landete. Er konnte es nicht glauben. Das große Tier war drei Meter senkrecht in die Höhe gesprungen. Mehr als drei Meter. Die Veloci-Raptoren mussten unglaublich kräftige Beine haben. »Du hast doch gesagt, sie können nicht...«, flüsterte Lex. »Pschst!« Tim versuchte nachzudenken, konnte aber nur mit fassungslosem Staunen zusehen, wie ein dritter Raptor auf dem Balkon sprang. Die Tiere liefen einige Augenblicke ziellos im Flur hin und her, stellten sich aber dann in einer Reihe auf. Und so kamen sie auf die beiden Kinder zu. Leise drückte sich Tim gegen die Tür in seinem Rücken, um wieder im Kontrollraum zu verschwinden. Aber die Tür klemmte. Er drückte fester. »Wir sind ausgesperrt!«, flüsterte Lex. »Schau!« Sie zeigte auf den Schlitz für die Code-Karte neben der Tür. Ein rotes Licht leuchtete. Irgendwie waren die Sicherheitssperren der Türen aktiviert worden. »Du Idiot! Du hast uns ausgesperrt!«, zischte sie. Tim sah den Gang entlang. Neben allen Türen leuchtete ein rotes Licht. Das hieß, dass alle Türen verschlossen waren. Sie konnten nirgendwo hinein. Dann entdeckte er am anderen Ende des Korridors eine Gestalt am Boden liegen. Es war ein toter Wachposten. An seinem Gürtel steckte eine weiße Code-Karte. »Komm!«, flüsterte Tim. Sie liefen zu dem Posten. Tim nahm die Karte und drehte sich um. Aber die Raptoren hatten sie natürlich gesehen. Knurrend versperrten sie ihnen den Weg zum Kontrollraum. Sie verteilten sich fächerförmig im Korridor, um Lex und Tim einzukreisen. Ihre Köpfe begannen rhythmisch zu wippen. Die Raptoren standen kurz vor dem Angriff. Tim tat das einzig Mögliche. Mit der Karte öffnete er die nächste Tür und schob Lex hindurch. Während die Tür sich langsam hinter ihnen schloss, zischten die Raptoren und griffen an. Hotel Ian Malcolm keuchte, als sei jeder Atemzug sein letzter. Mit glanzlosen Augen starrte er zu den Raptoren hinauf. Harding maß seinen Blutdruck, runzelte die Stirn und maß noch einmal. Ellie Settler hatte sich in eine Decke eingewickelt. Sie zitterte vor Kälte. Maldun saß mit dem Rücken gegen die Wand auf dem Boden. Hammond starrte nach oben und sagte kein Wort. Sie alle horchten auf das Funkgerät. »Was ist mit Tim passiert?« fragte Hammond schließlich. »Ist er durchgekommen?« »Ich weiß es nicht«, Malcolm bewegte die Lippen. »Hässlich, nicht?« »Wirklich hässlich.« Hammond schüttelte den Kopf. »Wer hätte sich vorgestellt, dass die ganze Sache so ausgeht?« »Malcolm hat es offensichtlich getan«, sagte Ellie. »Ich habe es mir nicht vorgestellt«, sagte Malcolm. »Ich habe es berechnet«, Hammond seufzte. »Nichts mehr davon, bitte. Seit Stunden heißt's nur noch, ich hab's euch ja gesagt. Aber kein Mensch wollte je, dass so etwas passiert.« »Es ist keine Frage von Wollen oder Nicht-Wollen«, sagte Malcolm mit geschlossenen Augen. Wegen des Morphiums sprach er nur langsam. »Es ist keine Frage von guten Absichten. Es ist die Frage, was Sie von dem, was Sie tun, erwarten. Wenn der Jäger in den Regenwald geht, um für seine Familie zu jagen, erwartet er da, die Natur zu kontrollieren? Nein, er will nur ein Teil der Natur werden. In seinen Augen ist die Natur größer als er. Sie übersteigt seinen Verstand und entzieht sich seiner Kontrolle. Vielleicht betet er die Natur an, die Fruchtbarkeit des Waldes, die ihn ernährt. Er betet sie an, weil er weiß, dass er sie nicht kontrollieren kann. Er ist ihr ausgeliefert.« Sie aber haben beschlossen, der Natur nicht mehr ausgeliefert zu sein. Sie haben beschlossen, die Natur zu kontrollieren, und von diesem Augenblick an waren sie in Schwierigkeiten, weil sie es nämlich nicht können. Sie haben Systeme geschaffen, die von ihnen verlangen, dass sie es tun. Aber sie können es nicht. Sie haben es nie gekonnt, und sie werden es nie können. Sie dürfen die Dinge nicht durcheinander bringen. Sie können ein Schiff bauen, aber sie können das Meer nicht erschaffen. Sie können ein Flugzeug bauen, aber sie können die Luft nicht erschaffen. Ihre Macht ist viel kleiner, als ihr Traum von der Vernunft, sie glauben, macht. Ich kann ihm nicht folgen, sagte Hammond seufzend. Wo ist denn Tim hingegangen? Er schien ja ein zuverlässiger Junge zu sein. Ich bin mir sicher, dass er versucht, die Lage unter Kontrolle zu bekommen, entgegnete Malcolm. So wie jeder. Und auch Grant. Was ist überhaupt mit Grant passiert? Grant erreichte die Hintertür des Besucherzentrums, die Tür, durch die er es vor zwanzig Minuten verlassen hatte. Er zog am Griff. Sie war verschlossen. Dann bemerkte er das kleine rote Licht. Die Sicherheitssperren waren wieder aktiviert. Verdammt! Er lief um das Haus herum, betrat es durch die zersplitterte Vordertür und blieb kurz bei dem Tisch im Foyer stehen, wo er zuvor mit den Kindern gestanden hatte. Aus seinem Funkgerät drang trockenes Zischen. Er ging zur Cafeteria, um nach den Kindern zu suchen, doch die Cafeteria-Tür stand offen und die Kinder waren verschwunden. Grant ging nach oben und gelangte bis zu der Glastür mit der Bezeichnung Sperrgebiet. Die Tür war verschlossen. Er brauchte eine Code-Karte, um weiterzukommen. Er konnte nicht hinein. Irgendwo im Flur hinter der Glastür hörte er die Raptoren knurren. Die ledrige Reptilienhaut berührte Tims Gesicht. Klauen rissen an seinem Hemd, und Tim fiel entsetzt aufschreiend auf den Rücken. »Timmy«, kreischte Lex. Tim rappelte sich wieder hoch. Das Velociraptor-Baby saß auf seinen Schultern und piepste verängstigt. Tim und Lex befanden sich in der runden, weißen Babystation. Auf dem Boden lag Spielzeug verstreut, ein gelber Ball, eine Puppe, eine Plastikrassel. »Es ist das Raptor-Baby«, sagte Lex und zeigte auf das Tier auf Tims Schulter. Der kleine Raptor schmiegte sich an seinen Hals. »Das arme Ding ist wahrscheinlich am Verhungern«, dachte Tim. Lex kam näher und das Junge hüpfte auf ihre Schulter. Es rieb sich an ihrem Hals. »Warum macht es das?«, fragte sie. »Hatt es Angst?« »Ich weiß es nicht«, erwiderte Tim. Sie gab ihm den Raptor zurück. Das Baby piepste und hüpfte erregt auf Tims Schulter auf und ab. »Kein Zweifel, das Kleine war aufgeregt und...« »Tim«, flüsterte Lex. Die Tür zum Gang hatte sich hinter ihnen nicht ganz geschlossen. Jetzt kamen die großen Velociraptoren in die Babystation. Zuerst einer, dann ein zweiter. Das Baby hüpfte aufgeregt quiekend auf Tims Schulter auf und ab. Tim wusste, dass sie verschwinden mussten. Vielleicht lenkte das Baby die großen Tiere ab. Immerhin war es ein Raptor-Baby. Er nahm das kleine Tier von seiner Schulter und warf es quer durch den Raum. Das Baby huschte zwischen den Beinen der großen Tiere hin und her. Der erste Raptor senkte die Schnauze und schnupperte behutsam an dem Baby. Tim nahm Lex bei der Hand und zog sie in den hinteren Teil des Raums. Er musste eine Tür finden, einen Fluchtweg. Plötzlich hörten sie einen schrillen Schrei. Tim drehte sich um und sah das Baby zwischen den Fängen des ausgewachsenen Tieres. Ein zweiter Raptor kam dazu, schnappte nach den Gliedern des Babys und versuchte, es dem ersten aus dem Maul zu reißen. Die zwei großen Tiere kämpften um das kreischende Junge. Blut spritzte in großen Tropfen auf den Boden. »Sie fressen es auf«, sagte Lex. Die Raptoren kämpften um die Überreste des Babys. Dabei bäumten sie sich auf und stießen mit den Köpfen zusammen. Tim entdeckte eine Tür. Sie war nicht verschlossen und zog Lex hindurch. An der dunkelgrünen Beleuchtung des Raums, in dem sie jetzt standen, erkannte Tim, daß es das DNS-Extraktionslabor war. Es war leer, die Reihen der Stereomikroskope verlassen. Auf den hochauflösenden Bildschirmen standen erstarrte, riesenhafte Schwarz-Weiß-Bilder von Insekten, von Fliegen und Mücken, die vor Millionen von Jahren Dinosaurier gebissen und ihnen das Blut abgesaugt hatten, mit dem man jetzt die Dinosaurier für den Park neu erschuf. Die Kinder liefen durch das Labor, und Tim hörte das immer näher kommende Schnauben und Knurren der sie verfolgenden Raptoren. Dann sah er an der Rückwand eine weitere Tür. Und als sie hindurch liefen, schienen sie damit einen Alarm auszulösen, denn eine Sirene heulte schrill auf, und das Licht in dem engen Korridor ging an und aus. Sie rannten den Gang entlang, abwechselnd in Dunkelheit, dann Helligkeit, dann wieder Dunkelheit getaucht. Durch den Lärm der Sirene hörte er das Knurren der Raptoren, die sie verfolgten. Lex wimmerte und stöhnte. Tim sah eine weitere Tür mit einem blauen Bio-Gefahr-Schild. Er warf sich dagegen, stürmte weiter und stieß plötzlich mit etwas Großem zusammen. Lex schrie entsetzt auf. »Immer mit der Ruhe, Kinder«, sagte eine Stimme. Tim riss ungläubig die Augen auf. Vor ihm stand Dr. Grant. Und daneben Mr. Gennaro. Es hatte beinahe zwei Minuten gedauert, bis Grant der Gedanke kam, dass der tote Wachposten im Foyer höchstwahrscheinlich eine Code-Karte hatte. Er war zurückgelaufen, hatte sie sich geholt, damit die Glastür im ersten Stock geöffnet, und war dann den Gang entlang geeilt. Er war den Geräuschen der Raptoren nachgegangen und hatte sie kämpfend in der Babystation entdeckt. Da er sich sicher war, dass die Kinder in den angrenzenden Raum geflohen waren, war er sofort zum Extraktionslabor gelaufen, und dort hatte er die Kinder gefunden. Jetzt kamen die Raptoren auf sie zu. Sie schienen einen Augenblick zu zögern, offensichtlich überrascht über das plötzliche Auftauchen von mehr Leuten. Grant schob die Kinder Gennaro in die Arme und sagte, »Bringen Sie sie irgendwo hin, wo sie sicher sind.« »Aber da durch«, sagte Grant und deutete über die Schulter auf eine Tür am anderen Ende. »Bringen Sie sie in den Kontrollraum, wenn Sie können. Dort müssten alle in Sicherheit sein.« »Und was haben Sie vor?«, fragte Gennaro. Die Raptoren standen in der Nähe der Tür. Grant bemerkte, dass sie warteten, bis alle Tiere beisammen waren und dann geschlossen vorwärts rückten. »Rudeljäger«, er erschauderte. »Ich habe einen Plan«, sagte er, »und jetzt los.« Gennaro führte die Kinder weg. Die Raptoren bewegten sich langsam auf Grant zu, vorbei an den Supercomputern, vorbei an den Bildschirmen, auf denen noch immer die endlosen Reihen des vom Computer entzifferten Codes blinkten. Schnuppernd und mit dem Kopf wippend rückten die Raptoren beständig näher. Grant hörte die Tür hinter sich zuschnappen und sah über die Schulter. Gennaro und die Kinder standen auf der anderen Seite der Glastür und sahen ihm zu. Gennaro schüttelte den Kopf. Grant wusste, was er damit meinte. In dem anderen Raum gab es keine Tür zum Kontrollraum. Die drei waren dort drin gefangen. Jetzt hing alles an Grant. Grant schlich langsam um die Tische und Geräte im Labor herum und lockte die Raptoren von Gennaro und den Kindern weg. Etwas weiter vorne entdeckte er eine weitere Tür mit der Aufschrift »Zum Labor«, was immer das hieß. Ihm kam ein Gedanke und er hoffte, dass er recht behielt. Die Tür trug das blaue Bio-Gefahr-Schild. Die Raptoren kamen immer näher. Einer knurrte. Grant wirbelte herum, stieß die Tür auf und tauchte in eine tiefe, warme Stille ein. Er drehte sich um. Ja. Er war genau da, wo er sein wollte. In der Brutstation. Unter Infrarotlampen lagen auf langen Tischen Reihen von Eiern, umweht von einem tief hängenden Dunst. Die Rüttelmaschinen auf den Tischen summten und klickten in ständiger Bewegung. Der Dunst quoll über die Ränder der Tische und wehte zu Boden, wo er verschwand, sich auflöste. Grant lief durch die Brutstation zu einem durch eine Glaswand abgetrennten Labor, das in ultraviolettes Licht getaucht war. Grants Kleidung leuchtete blau in dem UV-Licht. Er ließ den Blick über die zerbrechlichen Laborgerätschaften schweifen, die Reagenzgläser, die Becher mit Pipetten, die Glasschüsselchen. Die Raptoren drangen in die Brutstation ein. Sie schnupperten wachsam die feuchte Luft und sahen die Reihen wackelnder Eier auf den langen Tischen an. Das Leittier wischte sich mit dem Vorderlauf über die blutige Schnauze. Lautlos gingen die Raptoren zwischen den langen Tischen hindurch. Sie bewegten sich zielgerichtet und aufeinander abgestimmt und duckten sich immer wieder, um unter die Tische zu spähen. Sie suchten nach Grant. Geduckt schlich Grant in den hinteren Teil des Labors, sah hoch und entdeckte den metallenen Abzugsschacht für giftige Chemikalien, der mit einem Totenkopf und zwei gekreuzten Knochen gekennzeichnet war. Darunter stand »Achtung! Gifte biologischer Herkunft!« »A4-Maßnahmen erforderlich!« Grant fiel Regis Bemerkung ein, dass es sich um sehr starke Gifte handele. Schon wenige Moleküle konnten sofort töten. Der Abzugsschacht schloss bündig mit der Tischplatte ab. Grant konnte die Hand nicht darunterschieben. Er versuchte, den Tisch zu öffnen, fand aber keine Klappe, keinen Handgriff. Nichts. Grant stand langsam auf und drehte sich zum Hauptraum um. Die Raptoren bewegten sich noch immer zwischen den Tischen. Schließlich wandte er sich wieder dem Abzugsschacht zu. Neben dem Schacht entdeckte er eine eigenartige, in die Tischplatte eingelassene Metallvorrichtung. Sie sah aus wie eine Außensteckdose mit einem runden Deckel. Er hob den Deckel, sah einen Knopf und drückte ihn. Mit einem leisen Zischen glitt der Abzugsschacht nach oben. Vor ihm standen auf Glasregalen Reihen von Flaschen mit Totenkopf und Knochenkreuz. Er las die Etiketten ab. Die Flüssigkeiten leuchteten in dem ultravioletten Licht hellgrün. Daneben entdeckte er eine Glasschüssel mit Injektionsspritzen. Die Spritzen waren klein, und jede enthielt eine winzige Menge leuchtend grüner Flüssigkeit. Grant griff in der blauen Dunkelheit nach der Schüssel mit den Spritzen. Die Nadeln waren mit Plastikkappen geschützt. Grant zog eine der Kappen mit den Zähnen ab und betrachtete die dünne Nadel. Grant duckte sich und schlich wieder auf den Hauptraum zu, zu den Raptoren. Sein ganzes Leben hatte Grant dem Studium der Dinosaurier gewidmet, und jetzt konnte er nachprüfen, wie viel er wirklich wusste. Velociraptoren waren wie die Oviraptoren und die Dromiosaurier kleine Fleischfresser, von denen man seit langem annahm, dass sie Eier stahlen, so wie gewisse heute lebende Vögel die Eier anderer Vögel fraßen. Grant vermutete deshalb, dass Velociraptoren Eier fraßen, wenn sie Gelegenheit dazu hatten. Vorsichtig und tief geduckt kroch Grant zu dem Tisch, der dem Labor am nächsten stand. Dann griff er langsam nach oben in den Dunst und nahm ein großes Ei vom Tisch. Es war fast so groß wie ein Fußball und Cremefarben mit hellrosa Sprenkeln. Er hielt das Ei behutsam in der Hand, während er die Nadel hineinstach und den Inhalt der Spritze injizierte. Das Ei nahm einen hellblauen Schimmer an. Grant, der noch immer kauerte, sah unter den Tischen die Beine der Raptoren und den Dunst, der von den Tischen herunterwehte. Er ließ das leuchtende Ei über den Boden auf die Raptoren zurollen. Bei dem leisen Rumpeln, das das rollende Ei verursachte, rissen die Raptoren die Köpfe hoch und sahen sich um. Dann nahmen sie ihre Pirsch wieder auf. Das Ei blieb einige Meter vor dem ersten Raptor liegen. Verdammt! Grant versuchte es noch einmal. Wieder griff er nach oben auf den Tisch, holte ein Ei herunter, injizierte das Gift und rollte es auf die Raptoren zu. Diesmal blieb das Ei neben dem Fuß des Tieres liegen. Es schaukelte leicht und klickte gegen die Zehenklaue des Dinosauriers. Der Raptor, der aufrecht stand, sah überrascht auf dieses neue Geschenk hinunter. Er bückte sich und schnupperte an dem leuchtenden Ei. Dann rollte er es mit der Schnauze einige Augenblicke lang über den Boden und beachtete es nicht mehr. Stattdessen richtete er sich wieder auf und suchte weiter. Es funktionierte nicht. Grant griff nach einem dritten Ei und stach eine neue Spritze hinein. Er hielt das leuchtende Ei in der Hand und ließ es wieder über den Boden rollen. Da er aber ganz sicher gehen wollte, dass das Ei wirklich die Raptoren erreichte, holte er wie beim Kegeln kräftig aus. Das Ei rumpelte laut über den Boden. Einer der Raptoren hörte das Geräusch, bückte sich, sah es kommen und jagte instinktiv dem bewegten Gegenstand nach, wobei er schnell zwischen den Tischen hindurch huschte, um es abzufangen. Das große Maul schnappte danach und zerbiss knirschend die Schale. Der Raptor richtete sich auf. Eiweiß tropfte ihm vom Maul. Er leckte sich geräuschvoll die Lippen und schnaubte. Wieder biß er zu und leckte das Ei vom Boden auf. Das Gift schien ihm nichts auszumachen. Er bückte sich noch einmal und leckte. Grant ließ ihn nicht aus den Augen. Da entdeckte ihn der Raptor. Er sah Grant direkt an. Der Velociraptor knurrte drohend. Mit großen, unglaublich schnellen Schritten kam er auf Grant zu. Grant sah entsetzt, was passierte und wurde starr vor Angst, als plötzlich das Tier einen keuchenden, gurgelnden Laut ausstieß und nach vorne kippte. Der schwere Schwanz schlug in Krämpfen auf den Boden. Ersticktes Gurgeln wechselte ab mit kurzen, lauten Schreien. Schaum trat ihm vor das Maul. Der Kopf zuckte. Der Schwanz schlug und pochte. Einer weniger, dachte Grant. Aber das Tier starb nicht sehr schnell. Es schien eine Ewigkeit zu dauern. Grant griff nach einem anderen Ei und sah, dass die anderen Raptoren im Raum mitten in der Bewegung erstarrt waren. Sie horchten auf die Geräusche des sterbenden Tieres. Der eine legte den Kopf schief, dann der andere. Der erste ging zu seinem gefallenen Artgenossen hinüber. Der sterbende Raptor zuckte. Sein ganzer Körper bebte. Er stöhnte erbärmlich. So viel Schaum quoll ihm aus dem Maul, dass der Kopf kaum noch zu sehen war. Er krümmte sich und stöhnte noch einmal. Der zweite Raptor beugte sich über den Sterbenden und untersuchte ihn. Der Todeskampf schien ihn zu verwirren. Wachsam musterte er das schäumende Maul, bewegte dann den Kopf an dem zuckenden Hals und dem bebenden Brustkorb entlang und bis in einen der Hinterläufe. Das sterbende Tier knurrte, hob plötzlich den Kopf, verdrehte den Körper und schlug seine Zähne in den Hals des Angreifers. Mach zwei, dachte Grant. Aber das stehende Tier riss sich los. Blut schoss aus seiner Halswunde. Es schlug mit einem Hinterlauf aus und riss dem sterbenden Tier in einer einzigen, schnellen Bewegung den Bauch auf. Die Gedärme quollen auf den Boden wie fette Schlangen. Die Schreie des sterbenden Raptors erfüllten den Raum. Der Angreifer wandte sich ab, als sei ihm der Kampf plötzlich lästig geworden. Stattdessen durchquerte das Tier den Raum, bückte sich und kam mit einem leuchtenden Ei wieder hoch. Grant sah zu, wie er hineinbiss und ihm das Eiweiß vom Maul tropfte. »Jetzt sind's zwei«, dachte er. Bei dem zweiten Raptor setzte die Wirkung fast sofort ein. Er hustete und kippte nach vorn. Im Fallen stieß er einen Tisch um. Unzählige Eier rollten über den Boden. Grant sah es mit Bestürzung. Es gab ja noch einen dritten Raptor. Grant hatte noch eine Spritze, aber da jetzt so viel Eier auf dem Boden verstreut lagen, musste er etwas anderes unternehmen. Er überlegte eben, was er tun sollte, als das letzte Tier gereizt aufschnaubte. Grant sah hoch. Der Raptor hatte ihn entdeckt. Das Tier bewegte sich lange nicht. Es schaute nur. Aber dann bewegte es sich langsam und leise vorwärts. Es pirschte sich an ihn heran. Immer wieder bückte es sich und sah unter den Tischen nach. Es verhielt sich überlegt und wachsam und ohne die Schnelligkeit, die es im Rudel gezeigt hatte. Als Einzelgänger war der Raptor nun vorsichtig geworden. Er ließ Grant keinen Augenblick aus den Augen. Grant sah sich schnell um. Er konnte sich nirgends verstecken. Und tun konnte er auch nichts. Grant starrte den Raptor an, der sich langsam seitwärts bewegte. Auch Grant bewegte sich. Er versuchte, so viele Tische wie möglich zwischen sich und das näher rückende Tier zu bringen. Langsam, sehr langsam wich er nach links aus. Der Raptor kam immer näher. Eierschalen zerbrachen, als er in der roten Dämmerung der Brutstation auf sie trat. Leise zischend kam sein Atem aus geblähten Nüstern. Grant spürte Eier unter seinen Füßen zerbrechen. Dotter klebte ihm an den Schuhsohlen. Er duckte sich und bemerkte das Funkgerät in seiner Hosentasche. Das Funkgerät! Er zog es aus der Tasche und schaltete es an. »Hallo, hier Grant!« »Alan?« »Ellis Stimme.« »Alan?« »Hör zu«, sagte er leise. »Rede einfach!« »Alan, bist du das?« »Rede«, sagte er noch einmal und schob das Funkgerät über den Boden auf den Raptor zu. Und dann kauerte er sich hinter ein Tischbein und wartete. »Alan, bitte sag etwas!« Dann ein Knacken und Schweigen. Das Funkgerät blieb still. Der Raptor kam näher. Leiser, zischender Atem. Das Funkgerät blieb still. Was war denn nur los mit ihr? Hatte sie nicht verstanden? Der Raptor kam in der Dunkelheit immer näher. »Alan?« Die blecherne Stimme aus dem Funkgerät ließ das große Tier innehalten. Es schnupperte in die Luft, als spüre es noch jemand anderen im Raum. »Alan, ich bin's! Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst!« Der Raptor drehte sich von Grant weg und ging auf das Walkie-Talkie zu. »Alan, bitte!« Warum hatte er das Gerät nicht weiter weggeschoben? Der Raptor ging darauf zu, aber es war zu nahe. Der große Fuß senkte sich direkt neben ihm auf den Boden. Grant sah die knotige Haut, das schwache, grüne Leuchten, die verkrusteten Blutschlieren auf der gebogenen Klaue, und er roch den starken Reptiliengestank. »Alan, hör zu!« »Alan!« Der Raptor senkte den Kopf und stieß das Funkgerät zaghaft an. Er hatte Grant den Rücken zugewandt. Der große Schwanz hing direkt über Grants Kopf. Er jagte ihm die Nadel tief in den Schwanz und injizierte das Gift. Der Velociraptor knurrte und sprang auf. Mit furchterregender Geschwindigkeit und weit aufgerissenem Rachen wirbelte er zu Grant herum. Er schnappte, bekam ein Tischbein zu fassen und riss den Kopf hoch. Der Tisch wurde umgestoßen. Grant fiel auf den Rücken. Er hatte keine Deckung mehr. Drohend stand der Raptor über ihm. Er bäumte sich auf und stieß mit dem Kopf gegen die Infrarotlampen, die wild hin und her zu schwingen begannen. Der Raptor hub den klauenbewährten Hinterlauf, um zuzuschlagen. Grant rollte sich zur Seite. Der Fuß krachte neben ihm auf den Boden. Er spürte einen heftigen, stechenden Schmerz an den Schulterblättern und eine plötzliche, feuchte Wärme an seinem Hemd. Blut! Er rollte sich über den Boden, zerdrückte dabei Eierschalen und beschmierte sich Hände und Gesicht. Der Raptor schlug wieder aus und traf das Walkie-Talkie. Funken stoben auf. Zornig knurrend schlug er ein drittes Mal aus und Grant stieß im Wegrollen gegen die Wand. Er konnte nicht mehr ausweichen und das Tier hob das Bein zum letzten Schlag und fiel auf den Rücken. Das Tier keuchte. Schaum quoll ihm aus dem Mund. Gennaro und die Kinder kamen in den Raum. Grant bedeutete ihnen, zurückzubleiben. Das Mädchen sah die sterbenden Velociraptoren an und sagte leise, »Wow!« Gennaro half Grant auf die Beine. Dann drehten sie sich alle zur Tür um und liefen zum Kontrollraum. Kontrollraum Im Kontrollraum stellte Tim erstaunt fest, dass einige Sichtfelder auf dem Computermonitor inzwischen blinkten. »Was ist passiert?« fragte Lex. Tim sah, dass Dr. Grant den Bildschirm anstarrte und seine Hand zögernd der Tastatur näherte. »Ich habe keine Ahnung von Computern«, sagte Grant kopfschüttelnd. Aber Tim hatte sich bereits in dem Sessel niedergelassen. Er berührte schnell hintereinander einzelne Sichtfelder. Auf dem Videomonitor sah er, dass das Schiff Punta Arenas immer näher kam. Nur noch etwa 20 Meter lagen zwischen ihm und dem Dock. Auf einem anderen Bildschirm sah er das Zimmer im Hotel und die Raptoren, die ihre Köpfe durch das Oberlicht streckten. »Tu was, Timmy!«, sagte Lex. Er drückte »Set Grids DNL«, obwohl es blinkte. Auf dem Bildschirm erschien »Warning«, »Command Execution aborted«, »Aux Power low«. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte Tim. Gennaro schnippte mit den Fingern. »Das ist schon mal passiert. Das heißt, dass dem Hilfsgenerator der Sprit ausgeht. Du musst die Hauptstromversorgung einschalten.« »Aha«, er drückte »Electrical Main«. Tim stöhnte auf. »Was machst du denn jetzt?«, fragte Grant. Jetzt blinkte der ganze Bildschirm. Tim drückte »Main«. Nichts passierte. Der Bildschirm blinkte weiter. Tim drückte »Main Grid P«. Ihm war schlecht vor Angst. »Main Power Grid not active. Auxiliary Power only.« Der Bildschirm blinkte noch immer. Er drückte »Main Set 1«. »Main Power activated.« Geschafft. Die Hauptstromzufuhr funktionierte wieder. Alle Lichter im Raum gingen an. Die Bildschirme hörten auf zu blinken. »Hey, na super!« Tim drückte »Reset Grids«, um die einzelnen Teilstromnetze zu aktivieren. Einen Augenblick lang passierte gar nichts. Dann …« Der Computer fragte ihn also, welche Teilstromnetze er aktivieren wollte. Grant sagte etwas, das Tim nicht verstand. Er hörte nur die Anspannung in dessen Stimme. Tims Herz schlug bis zum Hals. Er hörte, wie auf dem Dach des Hotels Stahlstangen verbogen wurden, hörte die Raptoren knurren und Malcolm sagen »Mein Gott«. Er drückte »Lodge«, um die Stromversorgung des Hotels einzuschalten. »Specify Grid Number to reset«. Der Computer verlangte von ihm die Koordinaten des Teilstromnetzes, das er aktivieren wollte. Einen entsetzlichen, endlosen Augenblick lang fiel ihm die Nummer nicht ein, doch dann erinnerte er sich wieder und tippte »F4« ein. »Activating Lodge Grid F4 now«. Gott sei Dank, der Computer aktivierte das Stromnetz des Hotels. Auf dem Videomonitor sah er Funken aufstieben und von der Decke des Hotels herunterregnen. Der Monitor blitzte grellweiß auf. »Was hast du getan?«, schrie Lex. Doch im nächsten Augenblick kam das Bild zurück, und man sah, dass die Raptoren zwischen den Stangen gefangen waren und in einem Funkenregen zuckten und schrien, während Maldun und die anderen jubelten. Blechern drangen ihre Stimmen aus dem Funkgerät. »Geschafft«, sagte Grant und klopfte Tim auf die Schulter. »Geschafft! Du hast es geschafft!« Während alle erleichtert aufsprangen und hin und her hüpften, sagte plötzlich Lex, »Was ist mit dem Schiff?« »Dem was?« »Dem Schiff«, wiederholte sie und zeigte auf den Videomonitor. Die Gebäude, die man hinter dem Bug des Schiffes sah, wirkten viel größer als zuvor und bewegten sich nach rechts, was bedeutete, dass das Schiff nach links schwenkte, um anzudocken. Man sah Matrosen zum Bug laufen, die alles zum Festmachen vorbereiteten. Tim eilte wieder zu seinem Terminal und holte sich das Start-up-Menü auf den Bildschirm. Er studierte das Menü. Sowohl »Telekom VBB« als auch »Telekom RSD« sahen aus, als könnten sie etwas mit Telefonen zu tun haben. Er drückte »Telekom RSD«. »You have 23 waiting calls and or messages. Do you wish to receive them now?« Er drückte »No«, die 23 Mitteilungen interessierten ihn im Augenblick nicht. »Vielleicht ist eine Nachricht vom Schiff mit dabei«, sagte Lex. »Vielleicht kommst du so an die Telefonnummer.« Er ignorierte sie. »Enter the number you wish to dial or press F7 for directory.« Da er die Nummer, die er wählen wollte, nicht kannte, drückte er »F7«, und plötzlich rollten Namen und Nummern über den Bildschirm. Ein riesiges Telefonbuch. Es war nicht alphabetisch geordnet. Er musste die Einträge einzeln durchgehen, und so dauerte es eine Weile, bis er gefunden hatte, was er suchte. »VSL NB« »Freddy 708 3902« Jetzt musste er nur noch herausfinden, wie man wählte. Er berührte eine Reihe von Sensoren am unteren Rand des Bildschirms. »Dial now or dial later« Da er sofort wählen wollte, drückte er »Dial now«. »We are sorry. Your call cannot be completed as dialed. Error. 5891. Please try again.« Was war denn jetzt schon wieder los? Warum konnte der Computer die Nummer denn nicht anwählen? Tim versuchte es noch einmal, wie es der Computer vorschlug. Er hörte das Freizeichen und dann die schnelle Tonfolge der automatisch angewählten Ziffern. »Ist es das?«, fragte Grant. »Nicht schlecht, Timmy«, sagte Lex. »Aber die sind schon fast da.« Auf dem Videomonitor sah man, dass sich der Bug des Schiffes auf den Hafen von Punta Arenas zubewegte. Sie hörten ein schrilles Quietschen. Dann meldete sich eine Stimme. »Hallo, John. Hier Freddy. Empfangen Sie mich. Ende.« Tim hob einen Telefonhörer auf der Konsole ab, hörte aber nur das Freizeichen. »Äh, hallo, John. Hier Freddy. Ende.« »Zur Antwort doch,« sagte Lex. Nun hoben sie alle miteinander die Hörer im Raum ab, hörten aber überall nur Freizeichen. Schließlich entdeckte Tim ein seitlich an der Konsole befestigtes Telefon, an dem ein Licht blinkte. »Äh, hallo? Kontrollraum? Hier Freddy. Empfangen Sie mich? Ende.« Tim packte den Hörer. »Hallo? Hier Tim Murphy. Und ich muss Sie...« »Wiederholen Sie, John. Ich habe nicht verstanden.« »Sie dürfen nicht anlegen. Haben Sie mich verstanden?« Es gab eine Pause. Dann sagte eine verwunderte Stimme. »Hast du das gehört? Klang wie ein verdammtes Kind.« »Nicht landen!« rief Tim. »Kommen Sie zur Insel zurück!« Die Stimmen klangen weit entfernt und kratzig. »Hat der Murphy gesagt?« Und dann eine andere Stimme. »Nah, nicht... verstanden!« Tim sah verzweifelt zu den anderen hoch. Gennaro griff nach dem Hörer. »Lass mich mal. Kannst du seinen Namen herausfinden?« Lautes, statisches Rauschen war zu hören. Dann muss ein Witz sein, Trottel in der Vermittlung und sonst was. Tim bearbeitete die Tastatur. Irgendwie musste er doch herausfinden können, wer dieser Freddy war. »Verstehen Sie mich?« sagte Gennaro in den Hörer. »Wenn Sie mich verstehen, antworten Sie. Ende.« »Mein Sohn!« kam gedehnt die Antwort. »Wir wissen nicht, wer du überhaupt bist, aber wir finden das gar nicht witzig. Wir sind nämlich gerade beim Andocken und ziemlich in Hektik. Also, jetzt identifizier dich anständig oder verschwinde aus dem Kanal!« Tim sah, wie auf dem Bildschirm erschien. »Farrell, Frederick, D., Captain.« »Nehmen Sie das als Identifikation, Captain Farrell«, sagte Gennaro. »Wenn Sie nicht sofort wenden und zur Insel zurückkehren, machen Sie sich der Verletzung von Artikel 509 des Uniform Maritime Act schuldig, was mit Entzug der Lizenz, 50.000 Dollar Geldbuße und fünf Jahren Gefängnis bestraft wird. »Haben Sie mich verstanden?« Die Antwort war schweigen. »Haben Sie mich verstanden, Captain Farrell?« Schließlich hörte man schwach eine Stimme. »Verstanden!« Und dann eine andere. »Volle Kraft zurück!« Man sah, dass das Schiff langsam vom Dock abdrehte. Lex jubelte. Tim ließ sich in den Sessel sinken und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Grant fragte, »Was ist eigentlich der Uniform Maritime Act?« »Keine Ahnung«, erwiderte Gennaro. Zufrieden schauten sie alle auf den Videomonitor. Das Schiff entfernte sich deutlich sichtbar wieder vom Ufer. »Ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns«, sagte Gennaro. »Grant«, schüttelte den Kopf. »Das Schlimmste«, sagte er, »steht uns erst noch bevor.« Siebte Iteration Je weiter die Berechnungen fortschreiten, desto mehr Mut gehört dazu, sich ihren Implikationen zu stellen. Ian Malcolm Die Zerstörung der Welt Sie brachten Malcolm in ein anderes Zimmer des Hotels und legten ihn in ein frisches Bett. Hammond schien wieder neuen Mut zu fassen. Er lief geschäftig im Zimmer hin und her und räumte auf. »Na gut«, sagte er, »wenigstens ist die Katastrophe abgewendet.« »Welche Katastrophe soll das sein?«, fragte Malcolm seufzend. »Na ja«, entgegnete Hammond, »Sie sind nicht ausgebrochen und haben die Welt überrannt.« Malcolm stützte sich auf den Ellbogen. »Davor haben Sie Angst gehabt?« »Aber das war doch die große Gefahr«, sagte Hammond, »dass diese Tiere, die keine natürlichen Feinde haben, ausbrechen und den Planeten zerstören.« »Sie egomanischer Idiot«, rief Malcolm wütend, »wissen Sie überhaupt, wovon Sie reden? Sie glauben, dass Sie den Planeten zerstören können? Mein Gott, was für eine berauschende Macht müssen Sie haben!« Malcolm sank in die Kissen zurück. »Sie können diesen Planeten nicht zerstören, nicht einmal annähernd.« »Aber die meisten Leute glauben«, erwiderte Hammond steif, »dass der Planet in Gefahr ist.« »Ist er aber nicht«, sagte Malcolm. »Alle Experten sind übereinstimmend der Meinung, dass unser Planet gefährdet ist.« Malcolm seufzte. »Ich will Ihnen mal etwas über unseren Planeten erzählen«, sagte er. »Unsere Erde ist viereinhalb Milliarden Jahre alt, und schon beinahe ebenso lange gibt es Leben darauf. Vor 3,8 Milliarden Jahren die ersten Bakterien, und später die ersten Mehrzeller, die ersten komplexen Lebewesen im Wasser und auf dem Land, dann die großartigen stürmischen Zeitalter der Tiere, der Amphibien, der Dinosaurier, der Säugetiere, jedes Millionen von Jahren lang. Große Dynastien von Lebewesen entstanden, breiteten sich aus und verschwanden wieder. Und das alles passierte vor einem Hintergrund beständiger und gewaltiger Umwälzungen. Gebirge wurden aufgeworfen und erodierten wieder, Kometen schlugen auf der Erde ein, Vulkane brachen aus, Ozeane stiegen und fielen. Ein endloser, beständiger und unglaublich gewaltsamer Wandel. Das merkt man auch heute noch. Der Himalaya ist zum Beispiel das Resultat des Zusammenstoßens zweier riesiger Kontinentalplatten, wodurch diese größte Erhebung unserer Erde über Jahrmillionen hinweg in die Höhe getrieben wurde. Der Planet hat das alles überlebt, und uns wird er mit Sicherheit auch überleben. Hammond runzelte die Stirn. Dass er schon so lange existiert, sagte er, heißt doch nicht, dass er ewig existiert. Wenn es zum Beispiel zu einem atomaren Unfall kommt, nehmen wir an, es ist ein wirklich schlimmer Unfall. Alle Pflanzen und Tiere sterben, und auf einem Großteil des Planeten ist es 100.000 Jahre lang siedend heiß. Irgendwo wird das Leben überleben, vielleicht im Boden oder im arktischen Eis. Und wenn dann nach all diesen Jahren der Planet nicht länger unbewohnbar ist, wird das Leben wieder wachsen und gedeihen. Es wird sich über den Planeten ausbreiten, und der Evolutionsprozess wird von Neuem beginnen. Es wird ein paar Milliarden Jahre dauern, bis die augenblickliche Vielfalt wieder erreicht ist, und natürlich wird alles anders sein als jetzt, aber das Leben wird unsere Torheit überleben. Nur wir glauben, dass es das nicht tut. Aber wenn die Ozonschicht immer dünner wird, erreicht mehr ultraviolettes Licht die Erdoberfläche. Na und? Aber das verursacht Hautkrebs. Malcolm schüttelte den Kopf. UV-Strahlung ist gut für das Leben. Sie ist eine mächtige Energie. Sie fördert Mutation, Wandel. Unter der stärkeren Strahlung werden viele Lebensformen gedeihen. Und andere sterben aus, sagte Hammond. Malcolm seufzte. Glauben Sie, dass so etwas dann zum ersten Mal passiert? Wissen Sie nicht, wie das mit dem Sauerstoff war? Ich weiß nur, dass er lebensnotwendig ist. Jetzt ist er es, entgegnete Malcolm. Aber eigentlich ist er ein Stoffwechselgift. Er ist ein korrodierendes Gas, ähnlich wie Fluor, mit dem man Glas gravieren kann. Und als vor ungefähr drei Milliarden Jahren Sauerstoff als Abfallprodukt von gewissen Pflanzenzellen produziert wurde, kam es für alle anderen Lebensformen auf unserem Planeten zu einer Krise. Diese Pflanzen verschmutzten die Umwelt mit einem tödlichen Gift. Sie atmeten ein letales Gas aus, dessen Konzentration in der Atmosphäre immer höher wurde. Ein Planet wie die Venus hat weniger als ein Prozent Sauerstoff. Auf der Erde wuchs die Sauerstoffkonzentration schnell an. Fünf, zehn, schließlich einundzwanzig Prozent. Die Atmosphäre der Erde bestand aus reinem Gift. Für das Leben absolut unverträglich. Hammond schien irritiert. Was wollen Sie damit sagen, dass auch unsere modernen Schadstoffe integriert werden? Nein, antwortete Malcolm. Ich will damit sagen, dass das Leben auf der Erde für sich selber sorgen kann. Für menschliche Begriffe sind einhundert Jahre eine lange Zeit. Vor einhundert Jahren hatten wir noch keine Autos und Flugzeuge und Computer und Impfstoffe. Es war eine ganz andere Welt. Aber für die Erde sind einhundert Jahre gar nichts. Eine Million Jahre ist gar nichts. Dieser Planet lebt und atmet in einem größeren Maßstab. Wir können uns seine langsamen und mächtigen Rhythmen nicht vorstellen. Und wir haben nicht die Demut, es zu versuchen. Wir wohnen nur einen Liedschlag lang auf dieser Erde. Falls wir morgen verschwunden sind, wird sie uns keine Träne nachweinen. Und es kann durchaus passieren, dass wir verschwinden, sagte Hammond mirrisch. »Ja«, entgegnete Malcolm, »durchaus.« »Aber was wollen Sie damit sagen? Dass wir uns nicht um die Umwelt kümmern sollen?« »Nein, natürlich nicht.« »Was dann?« Malcolm hustete und starrte ins Leere. »Bei uns müssen wir uns klar sein. Der Planet ist nicht in Gefahr. Wir sind in Gefahr. Wir haben nicht die Macht, den Planeten zu zerstören oder ihn zu retten. Aber vielleicht haben wir die Macht, uns zu retten.« Unter Kontrolle Vier Stunden waren vergangen. Es war später Nachmittag. Die Sonne ging unter. Im Kontrollraum lief die Klimaanlage wieder und der Computer funktionierte ordnungsgemäß. Soweit sie das feststellen konnten, waren von ursprünglich 24 Leuten auf der Insel acht tot. Sechs weitere wurden vermisst. Das Besucherzentrum und das Safari-Hotel waren sicher. Der Nordrand der Insel schien frei von Dinosauriern zu sein. Sie hatten die Behörden in San Jose um Hilfe gebeten. Die Nationalgarde von Costa Rica war unterwegs und auch ein Sanitätshubschrauber. Aber am Telefon hatte man von kostarikanischer Seite ein deutliches Zögern gespürt. Mit Sicherheit würde es zu einigen Anrufen zwischen San Jose und Washington kommen, bevor man wirklich Hilfe auf die Insel schickte. Und jetzt wurde es spät. Wenn die Hubschrauber nicht bald kamen, mussten sie bis zum nächsten Morgen ausharren. In der Zwischenzeit konnten sie nichts anderes tun als warten. Das Schiff kehrte zurück. Die Mannschaft hatte drei Raptoren auf dem Achterdeck entdeckt und sie getötet. Auf der Isla Nublar schien die unmittelbare Gefahr gebannt. Die Leute hielten sich entweder im Besucherzentrum oder im Hotel auf. Tim kannte sich inzwischen recht gut mit dem Computer aus und hatte gerade ein neues Bild auf den Monitor geholt. Tiere Gesamt 292 Tyrannosaurier erwartet 2, gefunden einer. Majasaurier erwartet 22, gefunden 20. Stegosaurier erwartet 4, gefunden einer. Triceratopsiden erwartet 8, gefunden 6. Prokomsugnaten erwartet 65, gefunden 64. Ortenielia erwartet 23, gefunden 15. Velociraptoren erwartet 37, gefunden 27. Apathosaurier erwartet 17, gefunden 12. Hadrosaurier erwartet 11, gefunden 5. Dilophosaurier erwartet 7, gefunden 4. Pterosaurier erwartet 6, gefunden 5. Hipsilophodons erwartet 34, gefunden 14. Oioplozephali erwartet 16, gefunden 9. Styrazosaurier erwartet 18, gefunden 7. Kalovusaurier erwartet 22, gefunden 13. Insgesamt erwartet 292, gefunden 203. »Was zum Teufel ist denn jetzt los?«, fragte Gennaro. »Jetzt meldet er auf einmal weniger Tiere?« Grant nickte. »Das war zu erwarten.« »Jetzt kommt der Dinopark doch noch unter Kontrolle,« sagte Ellie. »Und was soll das heißen?« »Natürliches Gleichgewicht,« Grant zeigte auf die Videomonitore. Auf einem von ihnen sah man die Hipsilophodons erschreckt in die Luft springen, als ein Rudel Velociraptoren von Westen her in ihr Weidegebiet einfiel. »Die Zäune waren stundenlang außer Funktion,« sagte Grant. »Die Tiere vermischen sich. Die Populationen kommen ins Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht, wie es in der Kreidezeit tatsächlich herrschte.« »Ich glaube nicht, dass das geplant war,« sagte Gennaro. »Die Tiere hätten nie zusammenkommen dürfen.« »Na, aber jetzt ist es passiert.« Auf einem anderen Monitor sah Grant ein Rudel Raptoren in voller Geschwindigkeit über ein freies Feld auf einen vier Tonnen schweren Hadrosaurier zulaufen. Der Hadrosaurier wollte fliehen, aber einer der Raptoren sprang ihm auf den Rücken und biß ihm in den langen Hals, während die anderen ihn einkreisten, seine Beine anknabberten und an ihm hochsprangen, um ihm mit den mächtigen Klauen den Bauch aufzureißen. Innerhalb weniger Minuten hatten sechs Raptoren das viel größere Tier zur Strecke gebracht. Grant beobachtete den Vorgang schweigend. »Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?«, fragte Ellie. »Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe,« sagte Grant. Er betrachtete den Monitor. »Nein, nicht ganz.« Maldun mischte sich in das Gespräch. »Wissen Sie, es sieht so aus, als seien im Augenblick alle erwachsenen Raptoren draußen.« Grant achtete zunächst nicht darauf. Er stand nur da und beobachtete die Interaktion dieser großartigen Tiere auf den Monitoren. Im Süden schwang der Stegosaurier seinen Zackenschwanz und umkreiste argwöhnisch den kleinen Tyrannosaurier, der ihn etwas verwirrt beobachtete und ab und zu vorsprang, um, mit wenig Wirkung, an den Zacken des anderen Tieres zu knabbern. Im westlichen Quadranten kämpften erwachsene Triceratopsiden miteinander. Ein Tier lag bereits tödlich verwundet am Boden. »Wir haben noch etwa eine Stunde Tageslicht, Dr. Grant,« sagte Maldun, »wenn Sie versuchen wollen, dieses Nest zu finden.« »Ja, richtig,« erwiderte Grant, »das will ich.« »Ich habe mir gedacht,« fuhr Maldun fort, »dass die Costa Ricaner die Insel wahrscheinlich als rein militärisches Problem betrachten, als etwas, das man so schnell wie möglich zerstören muss.« »Da haben Sie auch verdammt recht,« sagte Gennaro. »Sie werden es aus der Luft bombardieren,« fuhr Maldun fort. »Vielleicht mit Napalm, vielleicht auch mit Nervengas, aber aus der Luft.« »Hoffentlich tun Sie das,« sagte Gennaro, »die Insel ist zu gefährlich. Jedes Tier auf dieser Insel muss getötet werden, je eher, desto besser.« »Das ist keine zufriedenstellende Lösung,« entgegnete Grant und stand auf. »Machen wir uns an die Arbeit.« »Ich glaube, Sie verstehen nicht, Alan,« sagte er. »Meiner Meinung nach ist diese Insel zu gefährlich, sie muss zerstört werden. Jedes Tier auf dieser Insel muss getötet werden, und genau das werden die Costa Ricaner tun. »Ich glaube, wir sollten es Ihren Spezialisten überlassen. Verstehen Sie, was ich meine?« »Vollkommen,« erwiderte Grant. »Wo liegt dann Ihr Problem?«, fragte Gennaro. »Es ist eine militärische Operation. Die sollen das erledigen.« Grants Rücken schmerzte an der Stelle, wo ihm der Raptor eine Wunde gerissen hatte. »Nein,« sagte er, »wir müssen uns darum kümmern.« »Überlassen Sie es den Experten,« sagte Gennaro. Grant fiel wieder ein, wie er Gennaro vor nur sechs Stunden verängstigt und zusammengekauert im Führerhaus eines Lastwagens gefunden hatte. Und plötzlich platzte ihm der Kragen, und er stürzte auf ihn zu und drückte den Anwalt gegen die Betonwand. »Hören Sie zu, Sie kleiner Mistkerl. Sie haben eine Verantwortung, und der werden Sie sich jetzt auch stellen.« »Das tue ich ja,« entgegnete Gennaro hustend. »Nein, das tun Sie nicht. Sie haben sich die ganze Zeit vor der Verantwortung gedrückt, von Anfang an.« »Ach was! Sie haben Investoren ein Projekt verkauft, das Sie selber nicht ganz begriffen haben. Sie waren Anteilseigner eines Unternehmens, das zu überwachen Sie versäumten. Sie haben einem Mann freie Hand gelassen, den Sie aus eigener Erfahrung als Lügen erkannten. Und Sie haben ihm gestattet, mit der gefährlichsten Technologie in der Geschichte der Menschheit herumzuspielen. »Nein, ich würde sagen, Sie haben sich vor der Verantwortung gedrückt.« Gennaro hustete. »Na, aber jetzt stelle ich mich hier.« »Nein,« sagte Grant, »Sie drücken sich noch immer, aber das können Sie jetzt nicht mehr.« Er ließ Gennaro los, der sich zusammenkrümmte und nach Atem rang. Grant wandte sich an Maldun. »Was für Waffen haben wir denn?« »Ein paar Netze und Elektroschockstangen,« antwortete Maldun. »Wie gut sind diese Elektroschockstangen,« wollte Grant wissen. »Die sind ähnlich wie die für Haie. Sie haben am oberen Ende einen Kondensator, der bei Berührung einen Stromschlag abgibt. Hohe Spannung, geringe Stromstärke. Tötet nicht, macht aber mit Sicherheit kampfunfähig.« »Das wird nicht reichen,« sagte Grant. »Um welches Nest geht es eigentlich?«, fragte Gennaro hustend. »Das Raptorennest,« antwortete Ellie. »Das Raptorennest?« »Haben Sie Funkhalsbänder?«, fragte Grant. »Soweit ich weiß schon,« antwortete Maldun. »Holen Sie eins. Sonst noch was, das wir zur Verteidigung benutzen könnten?« Maldun schüttelte den Kopf. »Na, dann bringen Sie, was Sie haben.« Maldun verließ das Zimmer, und Grant wandte sich wieder Gennaro zu. »Ihre Insel ist ein Sauhaufen, Mr. Gennaro. Ihr Experiment ist ein Sauhaufen. Man muss ihn aufräumen. Aber dazu muss man erst einmal herausfinden, welches Ausmaß dieser Sauhaufen hat. Und das heißt, man muss die Nester auf der Insel finden. Vor allem die Raptorennester. Sie sind irgendwo versteckt. Wir müssen sie finden, inspizieren und die Eier zählen. Wir müssen Bescheid wissen über jedes Tier, das auf der Insel geboren wurde. Dann können wir alles hier niederbrennen. Aber bis dahin gibt es noch einiges zu erledigen.« Ali stand vor der Glaskarte, die die Aufenthaltsorte der Tiere zeigte. Tim arbeitete am Computer. Sie zeigte auf die Karte. »Die Raptoren halten sich im Südteil der Insel auf, in der vulkanischen Gegend mit den Geysieren. Vielleicht mögen sie die Wärme.« »Gibt es da Stellen, wo sie sich verstecken könnten?« fragte Grant. »Wie es aussieht schon,« erwiderte sie. »Da sind riesige Dammanlagen aus Beton, die eine Überflutung des südlichen Tieflands verhindern sollen. Ausgedehnte unterirdische Kavernen, Wasser und Schatten.« Grant nickte. »Genau da werden sie sein.« »Ich glaube, es gibt da auch einen Zugang vom Strand her,« sagte Ali. Sie drehte sich zu den Konsolen um. »Tim, zeig uns die Detaildarstellungen der Dammanlagen.« Tim hörte nicht zu. »Tim?« Er saß gebückt vor seiner Tastatur. »Ein Augenblick,« sagte er, »ich habe etwas entdeckt.« »Was denn?« »Einen nicht gekennzeichneten Lagerraum. Ich weiß nicht, was da drin ist.« »Vielleicht Waffen,« sagte Grant. Grant stand hinter der Generatorenhalle und sah zu, wie Maldun die stählerne Falltür aufschloss und hochhob. Eine Treppe führte in die Erde hinunter. »Verdammter Arnold!«, sagte Maldun, während er die Stufen hinunterhumpelte. »Er muss doch die ganze Zeit von diesem Bunker gewusst haben.« »Vielleicht auch nicht,« entgegnete Grant. »Er hat nicht versucht, hierher zu kommen.« »Na, dann hat Hammond davon gewusst.« »Irgendjemand muss davon gewusst haben.« »Wo ist Hammond jetzt?« »Noch im Hotel.« Sie erreichten den Fuß der Treppe und entdeckten Reihen von Gasmasken, die in Plastikkontainern an der Wand hingen. Als sie mit ihren Taschenlampen tiefer in den Raum hineinleuchteten, sahen sie mehrere schwere, etwa einen halben Meter hohe Glaswürfel mit Stahldeckeln. In den Würfeln befanden sich kleine dunkle Kugeln, wie riesige Pfeffermühlen,« dachte Grant. Maldun schraubte den Deckel von einem der Würfel, griff hinein und holte eine Kugel heraus. Stirnrunzelnd hielt er sie ins Licht. »Na, das gibt's doch nicht.« »Was ist es?« fragte Grant. »Moro zwölf,« entgegnete Maldun. »Ein Nervengas, das über die Atemwege wirkt. Das sind Granaten, Unmengen von Granaten.« »Dann mal los,« sagte Grant entschlossen. »Er mag mich,« sagte Lex lächelnd. Sie standen in der Garage des Besucherzentrums, neben dem Käfig mit dem kleinen Raptor, den Grant im Tunnel gefangen hatte. Sie streichelte das Tier durch die Gitterstäbe. Es rieb sich an ihrer Hand. »Sei vorsichtig,« sagte Maldun, »die können gemeinbeißen.« »Er mag mich,« erwiderte Lex, »er heißt Clarence.« »Clarence?« »Ja.« Maldun hatte ein Lederhalsband in der Hand, an dem ein kleiner Metallkasten befestigt war. Grant trug einen Kopfhörer, aus dem ein hohes Piepsen drang. »Ist es ein Problem, dem Tier das Halsband umzulegen?« Lex streichelte noch immer den Raptor durch die Gitterstäbe. »Ich wette, mich lässt er,« sagte sie. »Ich würd's nicht versuchen, die sind unberechenbar.« »Wetten, dass er mich lässt,« entgegnete sie. Also gab Maldun Lex das Halsband, und sie ließ den Raptor daran schnuppern. Dann streifte sie es ihm vorsichtig über den Kopf. Der Raptor wurde dunkler grün, als Lex es festschnallte und den Klettverschluss über der Schnalle festdrückte. Danach beruhigte sich das Tier und wurde wieder heller. »Na sowas,« sagte Maldun. »Er ist ein Chamäleon,« sagte Lex. »So ungefähr,« erwiderte Grant. »Die übrigen Tiere konnten das nicht,« bemerkte Maldun stirnrunzelnd. »Das in freier Wildbahn Geborene ist anscheinend anders.« »Ach, übrigens,« sagte er an Grant gewandt, »wenn wir nur Weibchen produziert haben, wie können sie sich dann vermehren? Sie haben die Sache mit der Frosch DNS nie erklärt.« »Es geht nicht um Frosch-DNS,« antwortete Grant, »sondern um amphibische DNS. Das Phänomen ist nur zufällig bei Fröschen besonders gut dokumentiert, vor allem bei westafrikanischen Fröschen, wenn ich mich recht erinnere.« »Welches Phänomen?« »Funktionaler Geschlechtswechsel,« sagte Grant. »Im Prinzip geht's darum, dass aus Weibchen Männchen werden.« Grant erklärte, dass man bei einer ganzen Reihe von Pflanzen und Tieren die Fähigkeit zur Geschlechtsveränderung festgestellt habe. Bei Orchideen, einigen Fischen und Krabben und jetzt auch bei Fröschen. Frösche, die man beim Eierlegen beobachtet hatte, hatten sich im Verlauf einiger Monate in vollkommene Männchen verwandelt. Zunächst nahmen sie die Kampfhaltung von Männchen an, dann entwickelten sie den männlichen Paarungslaut, der Hormonhaushalt veränderte sich, männliche Keimdrüsen wuchsen, und schließlich paarten sie sich erfolgreich mit Weibchen. »Im Ernst?« sagte Gennaro. »Und wie kommt es dazu?« »Anscheinend wird der Wechsel in Populationen ausgelöst, in denen alle Tiere vom gleichen Geschlecht sind. In einer solchen Situation verwandeln sich einige der Amphibien spontan von Weibchen zu Männchen.« »Und Sie glauben, dass das bei den Dinosauriern passiert ist?« »Solange wir keine bessere Erklärung haben, ja«, sagte Grant. »Ich glaube jedenfalls, dass genau das passiert ist.« »Sollen wir jetzt das Nest suchen gehen?« Sie stiegen in den Jeep, und Lex hob den Raptor aus dem Käfig. Das Tier wirkte in ihren Händen ruhig, fast zahm. Sie strich ihm ein letztes Mal über den Kopf und ließ es dann frei. Das Tier blieb, wo es war. »Lauf schon, husch!« rief Lex. »Lauf nach Hause!« Der Raptor drehte sich um und lief in den Dschungel davon. Grant hatte den Empfänger in der Hand und den Kopfhörer über den Ohren. Maldun fuhr. Das Auto holperte in südlicher Richtung über die Hauptstraße. Gennaro fragte Grant. »Wie sieht es eigentlich aus, dieses Nest?« »Das weiß kein Mensch,« antwortete Grant. »Ich dachte, Sie haben welche ausgegraben.« »Ich habe fossile Dinosauriernester ausgegraben,« sagte Grant, »aber alle Fossilien sind entstellt vom Gewicht der Jahrtausende.« »Wir hatten ein paar Vermutungen, haben ein paar Hypothesen aufgestellt, aber niemand weiß wirklich, wie die Nester ausgesehen haben.« Grant horchte auf die Pieptöne und bedeutete Maldun, er solle sich mehr nach Westen halten. Es sah immer noch so aus, als würde Ellie recht behalten. Das Nest war bei den Vulkanfeldern im Süden. Grant schüttelte den Kopf. »Man muss sich vor Augen führen, dass wir nicht bis in alle Einzelheiten über das Brutverhalten lebender Reptilien wie Krokodile oder Alligatoren Bescheid wissen. Es ist schwer, sie auf freier Wildbahn zu beobachten.« Aber es war bekannt, dass im Fall der amerikanischen Alligatoren nur das Weibchen das Nest bewachte und auf den Zeitpunkt des Schlüpfens wartete. Der männliche Alligator verbrachte im Frühjahr einige Tage damit, neben dem Weibchen zu liegen und ihr Wasserbläschen auf die Wange zu blasen, um sie für den Geschlechtsakt bereit zu machen und sie schließlich so weit zu bringen, dass sie den Schwanz hob und ihm gestattete, seinen Penis einzuführen. Wenn dann das Weibchen zwei Monate später sein Nest baute, war das Männchen längst verschwunden. Das Weibchen verteidigte sein kegelförmiges, knapp einen Meter hohes Schlammnest heftig, und wenn die Jungen die Schale durchbrachen und zu Quieken begannen, half sie ihnen oft beim Schlüpfen, schubste sie zum Wasser und trug sie zur Not sogar ein Stück im Maul. »Also beschützen ausgewachsene Alligatoren ihre Jungen?« »Ja«, erwiderte Grant, »und es gibt auch eine Art Gruppenschutz. Junge Alligatoren stoßen, wenn sie in Not sind, einen markanten Schrei aus, auf den jedes ausgewachsene Tier, ob nun ein Elternteil oder nicht, reagiert und mit einem wütenden Angriff auf die Quelle der Bedrohung zu Hilfe eilt. Nicht nur mit Drohgebärden, mit einem ernst gemeinten Angriff.« »Oh«, Gennaro verstummte. »Aber das ist ein in jeder Hinsicht typisches Reptilienverhalten«, fuhr Grant fort. »Das größte Problem der Alligatoren ist es zum Beispiel, die Eier kühl zu halten. Deshalb liegen die Nester im Schatten. Eine Temperatur über 37 Grad ist tödlich für die Eier, und deshalb bewacht die Mutter die Eier vorwiegend, um sie kühl zu halten.« »Und Dinosaurier sind keine Reptilien«, bemerkte Maldun lakonisch. »Genau, das Brutverhalten von Dinosauriern ist möglicherweise dem von Vögeln viel ähnlicher.« »Im Prinzip sagen sie damit doch nur, dass sie es nicht wissen«, sagte Gennaro gereizt. »Sie wissen nicht, wie die Nester aussehen, oder?« »Nein«, antwortete Grant, »ich weiß es nicht.« »Na schön«, sagte Gennaro. »So viel zu den verdammten Experten!« Grant beachtete ihn nicht weiter. Er konnte bereits den Schwefel riechen. Vor sich sah er die aufsteigenden Dampfschwaden der Vulkanfelder. »Der Boden ist heiß«, dachte Gennaro im Gehen. Und er war wirklich heiß. Hier und dort blubberte Schlamm und spritzte vom Boden hoch, und der nach Schwefel stinkende Dampf zischte in schulterhohen Fontänen aus der Erde. Gennaro fühlte sich, als würde er durch die Hölle laufen. Er sah zu Grant hinüber, der den Kopfhörer wieder aufgesetzt hatte und dem Piepton folgte. Grant wirkte in seinen Cowboy-Stiefeln, den Jeans und dem Hawaii-Hemd sehr gelassen, während Gennaro sich ganz und gar nicht so fühlte. Er hatte Angst in dieser stinkenden Hölle, wo überall Velociraptoren lauern konnten. Er verstand nicht, wie Grant so ruhig bleiben konnte. Oder die Frau, diese Settler. Sie ging ebenso gelassen neben ihm und sah sich um. »Macht Ihnen denn das nichts aus?«, fragte er. »Ich meine, haben Sie keine Angst?« »Wir müssen es tun«, antwortete Grant. Sonst sagte er nichts. Sie gingen zwischen den zischenden Geysieren hindurch vorwärts. Gennaro tastete nach den Gasgranaten, die an seinem Gürtel hingen. Er wandte sich an Ellie. »Warum hat er denn keine Angst?« »Vielleicht hat er Angst«, antwortete sie, »aber andererseits hat er sich sein Leben lang so etwas gewünscht.« Gennaro nickte und fragte sich, was ihn wohl in den nächsten Minuten erwartete. »Ob er da auch etwas fand, was er sich sein Leben lang gewünscht hatte?« »Nein«, entschied er schließlich. Grant kniff die Augen gegen das Sonnenlicht zusammen. In den Dampfschwaden hockte ein Tier und sah sie an. Dann hüpfte es weiter. »War das unser Raptor?«, fragte Ellie. »Ich glaube schon. Oder ein anderer. Auf jeden Fall ein Halbwüchsiger.« »Will er uns den Weg zeigen?« »Vielleicht.« Ellie hatte ihm erzählt, wie die Raptoren am Zaun gespielt hatten, um ihre Aufmerksamkeit von denen abzulenken, die sich auf dem Dach zu schaffen machten. Wenn das stimmte, war es ein Verhalten, das mehr Intelligenz verlangte, als es die meisten Lebensformen auf der Erde besaßen. Die Fähigkeit, Pläne zu entwerfen und auszuführen, war nach der Schulmeinung auf drei Säugetiergattungen beschränkt. Auf Schimpansen, Gorillas und den Menschen. Jetzt schien es aber möglich, dass auch ein Dinosaurier dazu in der Lage war. Der Raptor sprang wieder ins Licht hoch und hüpfte dann quiekend weg. Er schien ihnen wirklich den Weg zu zeigen. Gennaro runzelte die Stirn. »Wie intelligent sind die eigentlich?« »Wenn Sie sie als Vögel betrachten«, antwortete Grant, »dann müssen sie auf eine Überraschung gefasst sein. Neueste Untersuchungen des grauen Papageis haben ergeben, dass diese Tiere ebenso viel symbolische Intelligenz besitzen wie ein Schimpanser, und Schimpansen können eindeutig Sprache benutzen. Man hat zwar herausgefunden, dass die emotionale Entwicklung eines Papageis einem dreijährigen Kind entspricht, aber die Intelligenz dieser Tiere steht außer Frage. Es scheint erwiesen, dass Papageien über Symbole kommunizieren können. »Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand von einem Papagei getötet wurde«, brummte Gennaro. In der Entfernung hörten sie das Rauschen der Brandung am Ufer. Die vulkanischen Felder lagen hinter ihnen. Vor ihnen erstreckte sich eine steinige Fläche mit großen Felsbrocken. Der kleine Raptor kletterte auf einen Felsen und verschwand dann plötzlich. »Wo ist er hin?«, fragte Ellie. Grant konzentrierte sich auf den Kopfhörer. Das Piepsen verstummte. »Er ist weg.« Sie liefen zu dem Felsen und entdeckten dahinter ein kleines Loch, etwa einen halben Meter im Durchmesser. Während sie noch hineinsahen, tauchte plötzlich der kleine Raptor wieder auf. Seine Haut schimmerte in der Sonne. Dann huschte er davon. »Ohne mich«, sagte Gennaro, »mich bringen Sie nicht darunter.« Grant schwieg. Er und Ellie begannen, ihre Ausrüstung zusammenzubauen. Eine kleine Videokamera wurde an einen tragbaren Monitor angeschlossen. Die Kamera band er an ein Seil und lieh sie in das Loch hinab. »So können Sie doch nicht sehen«, sagte Gennaro. »Warten Sie, bis die Kamera sich eingestellt hat«, erwiderte Grant. Im oberen Teil des Tunnels war genug Licht, um glatte Erdwände erkennen zu können, und plötzlich weitete sich der Tunnel. Über das Mikrofon hörten sie Quieken und dann ein tieferes Trompeten. Noch mehr Geräusche. Sie schienen von vielen Tieren zu kommen. »Klingt wirklich, als wäre da unten das Nest«, sagte Ellie. »Aber Sie können doch nicht sehen«, sagte Gennaro. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Nein«, entgegnete Grant, »aber hören«. Er lauschte noch eine Weile, zog dann die Kamera wieder hoch und stellte sie auf den Boden. »Also, dann los.« Während Ellie eine Taschenlampe und eine Elektroschockstange holte, stülpte Grant sich die Gasmaske über das Gesicht, ging in die Hocke und streckte dann die Beine nach hinten, auf das Loch zu. »Sie wollen doch nicht ernsthaft darunter«, sagte Gennaro. Grant nickte. »Doch, obwohl ich nicht gerade scharf darauf bin. Ich gehe zuerst, dann Ellie, und dann kommen Sie.« »Einen Augenblick mal«, rief Gennaro erschrocken, »warum werfen wir nicht erst die Nervengasgranaten ins Loch und klettern dann hinunter? Das ist doch sinnvoller, oder?« »Elli, hast du die Taschenlampe?« Sie gab sie ihm. »Was ist damit?«, fragte Gennaro. »Was halten Sie davon?« »Nichts lieber als das«, entgegnete Grant und streckte die Füße ins Loch. »Aber haben Sie schon mal ein Lebewesen an Giftgas sterben sehen?« »Nein.« »Es verursacht Krämpfe. Schlimme Krämpfe.« »Na ja, tut mir ja leid, wenn's unangenehm ist, aber...« »Hören Sie«, sagte Grant, »wir gehen nur darunter, weil wir herausfinden müssen, wie viele Tiere ausgeschlüpft sind. Wenn Sie die Tiere zuerst töten und einige von Ihnen in Ihren Krämpfen auf die Nester fallen, können wir nicht mehr feststellen, was in den Nestern war. Deshalb können wir das nicht tun.« »Aber Sie haben diese Tiere erschaffen, Mr. Gennaro.« »Ich nicht. Aber Ihr Geld, Ihr Engagement. Sie haben geholfen, sie zu erschaffen. Jetzt sind Sie Ihre Geschöpfe, und Sie können sie nicht einfach töten, nur weil Sie ein bisschen nervös sind.« »Ich bin nicht nur ein bisschen nervös«, sagte Gennaro. »Ich mache mir vor Angst in die Hose. Folgen Sie mir«, sagte Grant. »Alli gab ihm die Elektroschockstange. Er schob sich rückwärts in das Loch und grunzte.« »Ganz schön eng«, Grant atmete aus und streckte die Arme in die Luft. Ein dumpfes Zischen war zu hören, und er war verschwunden. Schwarz und leer klaffte das Loch. »Was ist mit ihm passiert?«, fragte Gennaro erschrocken. »Alli wückte sich zu dem Loch und hielt ihr Ohr an die Öffnung. Sie schaltete das Funkgerät an und sagte leise, »Allen?« Eine lange Stille, und dann sehr schwach. »Ich bin hier.« »Ist alles in Ordnung, Allen?« Wieder eine lange Stille. Als Grant schließlich antwortete, klang seine Stimme sehr eigenartig, fast ehrfürchtig. »Alles in Ordnung,« sagte er. Fast ein Paradigma. Ruhelos ging John Hammond in Malcolms Zimmer auf und ab. Ihm war unbehaglich zumute. Seit seinem letzten kräftezehrenden Ausbruch lag Malcolm im Koma. Und jetzt sah es für Hammond so aus, als würde der Mathematiker wirklich sterben. Natürlich hatte man einen Hubschrauber gerufen, aber wer wußte schon, wann der eintreffen würde. Der Gedanke, dass Malcolm in der Zwischenzeit sterben konnte, erfüllte Hammond mit Besorgnis und Angst. Paradoxerweise machte die Tatsache, dass Hammond eine so starke Abneigung gegen den Mathematiker hatte, alles nur noch schlimmer. Es war schlimmer, als wenn der Mann sein Freund gewesen wäre. Hammond hatte das Gefühl, dass Malcolms Tod, sollte es dazu kommen, ein letzter Tadel wäre. Und das war mehr, als er ertragen konnte. Auf jeden Fall war der Geruch im Zimmer abscheulich, wirklich abscheulich. Es roch nach verfaultem, menschlichem Fleisch. Alles Parad... murmelte Malcolm und warf den Kopf auf den Kissen hin und her. Wacht er auf? fragte Hammond. Harding schüttelte den Kopf. Was hat er gesagt? Etwas über das Paradies? Ich habe es nicht verstanden, erwiderte Harding. Hammond ging weiter auf und ab. Er riss das Fenster weit auf und versuchte, etwas frische Luft zu bekommen. Als er es schließlich nicht mehr aushielt, fragte er, Ist es eigentlich gefährlich, hinauszugehen? Ich glaube nicht, sagte Harding. Ich glaube, die Gegend hier ist sicher. Also wissen Sie, dann gehe ich ein bisschen nach draußen. In Ordnung, sagte Harding und regulierte die Antibiotika-Infusion. Ich bin bald zurück. In Ordnung. Als Hammond ins Tageslicht hinaustrat, fragte er sich, warum er sich eigentlich vor Harding gerechtfertigt hatte. Schließlich war der Mann sein Angestellter. Hammond hatte es nicht nötig, seine Handlungen zu erklären. Er verließ den umzäunten Bereich und sah sich im Park um. Es war später Nachmittag, die Zeit, wenn der Nebel sich lichtete und manchmal die Sonne durchbrach. Sie schien auch jetzt, und Hammond nahm es als gutes Omen. Man konnte sagen, was man wollte. Dieser Park hatte etwas Vielversprechendes. Und auch wenn dieser voreilige Trottel Gennaro beschloss, ihn niederzubrennen, änderte das nichts an dieser Tatsache. Hammond wußte, dass in zwei getrennten Saves in der Ingen-Zentrale in Palo Alto dutzende gefrorener Dinosaurier-Embryos lagerten. Es wäre kein Problem, sie wieder heranzuzüchten, auf einer anderen Insel, in einem anderen Teil der Welt. Und wenn es hier Probleme gegeben hatte, würden sie die beim nächsten Mal lösen. Das war der Lauf der Welt. So entstand Fortschritt, indem man Probleme löste. Während er darüber nachdachte, kam ihm die Einsicht, dass Wu nicht der richtige Mann für diese Aufgabe war. Wu war offensichtlich zu schlampig, zu nachlässig an diese große Aufgabe herangegangen. Und er war zu sehr mit dem Gedanken an Verbesserungen beschäftigt. Anstatt Dinosaurier zu schaffen, wollte er sie verbessern. Hammond hatte dunkel den Verdacht, dass das der Grund für den Untergang des Parks war. Wu war der Grund. Außerdem musste er zugeben, dass John Arnold für den Posten des Cheftechnikers nicht geeignet war. Arnold hatte eindrucksvolle Referenzen, aber an diesem Punkt seiner Karriere war er bereits müde und ein ängstlicher Nörgler. Er war nicht mehr konzentriert, hatte immer wieder Dinge vergessen. Wichtige Dinge. In Wirklichkeit besaßen weder Wu noch Arnold die wichtigste Eigenschaft, überlegte sich Hammond. Die Fähigkeit zur Vision. Diese großartige Leistung der Fantasie, sich einen wunderbaren Park vorzustellen und Kinder, die ihre Gesichter an die Zäune drückten und verzaubert die wunderbaren Wesen anstarrten, die aus ihren Bilderbüchern entsprungen und hier zum Leben erwacht waren. Eine wirkliche Vision. Die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Und die Fähigkeit, Mittel aufzutreiben, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Nein, weder Wu noch Arnold waren für die Aufgabe geeignet. Und was das anging, war auch Ed Regis eine schlechte Wahl gewesen. Harding höchstens durchschnittlich. Und Maldun war ein Säufer. Hammond schüttelte den Kopf. Beim nächsten Mal würde er es besser machen. Gedanken verloren spazierte er auf dem Weg, der vom Besucherzentrum nach Norden führte, auf seinen Bungalow zu. Er kam an einem Arbeiter vorbei, der ihn mit einem kurzen Nicken grüßte. Hammond erwiderte den Gruß nicht. In seinen Augen waren die kostarikanischen Arbeiter alle gleich unverschämt. Um ehrlich zu sein, war auch die Entscheidung, den Park in Costa Rica zu errichten, unklug gewesen. Aber so offensichtliche Fehler würde er nicht wiederbegehen. Als er es hörte, klang das Brüllen des Dinosauriers erschreckend nah. Hammond wirbelte so schnell herum, dass er zu Boden stürzte. Und als er den Kopf hob, sah er den Schatten des halbwüchsigen T-Rex im Laubwerk neben dem Steinplattenweg. Der Schatten kam auf ihn zu. Was hatte der T-Rex hier zu suchen? Warum war er außerhalb seiner Einzäunung? Hammond spürte Wut in sich aufsteigen. Doch dann sah er den Arbeiter um sein Leben laufen, und er nutzte den Augenblick, um aufzustehen und blindlings in den Dschungel auf der anderen Seite des Wegs zu rennen. Unvermittelt war alles dunkel. Er stolperte und fiel, sein Gesicht klatschte in nasses Laub und feuchte Erde. Er rappelte sich hoch, lief weiter, fiel noch einmal und rannte schon wieder. Er rannte einen steilen Abhang hinunter und konnte das Gleichgewicht nicht halten. Hilflos taumelnd purzelte und rollte er über weiche Erde, bis er schließlich am Fuß des Abhangs zu liegen kam. Sein Gesicht tauchte in flaches, lauwarmes Wasser, das um ihn herum blubberte und ihm in die Nase lief. Er lag mit dem Gesicht nach unten in einem kleinen Bach. Er war in Panik geraten. Was für ein Trottel war er doch! Er hätte einfach zu seinem Bungalow gehen sollen. Hammond verfluchte sich selbst. Beim Aufstehen spürte er plötzlich in seinem rechten Knöchel einen stechenden Schmerz, der ihm Tränen in die Augen trieb. Er betastete ihn vorsichtig. Vielleicht war er gebrochen. Er zwang sich, ihn mit seinem ganzen Gewicht zu belasten und biss die Zähne zusammen. Ja, der Knöchel war mit ziemlicher Sicherheit gebrochen. Im Kontrollraum sagte Lex zu Tim, »Wenn sie uns bloß zu dem Nest mitgenommen hätten!« »Das ist zu gefährlich für uns, Lex«, erwiderte Tim. »Wir müssen hier bleiben. Hier, hör dir das mal an!« Er drückte auf einen Knopf und ein Tyrannosaurierbrüllen dröhnte aus den Lautsprechern über den Park. »Toll«, sagte Lex, »das ist noch besser als das andere!« »Du kannst das auch«, sagte Tim, »und wenn du da drauf drückst, kriegst du auch noch Hall dazu.« »Lass es mich mal probieren«, sagte Lex. Sie drückte auf den Knopf. Der Tyrannosaurier brüllte noch einmal. »Können wir es auch länger dauern lassen?«, fragte sie. »Klar«, antwortete Tim, »wir brauchen bloß da dran zu drehen.« Hammond lag am Fuß des Abhangs und hörte das Tyrannosaurierbrüllen durch den Dschungel dröhnen. »Mein Gott!« Er zitterte bei diesem Geräusch. Es war entsetzlich. Ein Schrei aus einer anderen Welt. Er wartete ab, was passieren würde. Was würde der Tyrannosaurus tun? Hatte er den Arbeiter schon gefressen? Hammond lag da und hörte nur das Zirpen der Zikaden im Dschungel, bis er merkte, dass er den Atem anhielt und ihn mit einem langen Seufzen ausstieß. Mit seinem verletzten Knöchel konnte er den Abhang nicht wieder hinaufsteigen. Er musste hier am Fuß des Hügels abwarten. Sobald der Tyrannosaurier wieder verschwunden war, wollte er nach Hilfe schreien. In der Zwischenzeit war er hier nicht in Gefahr. Plötzlich hörte er eine durch den Lautsprecher verstärkte Stimme sagen, »Komm, Timmy, lass es mich auch probieren. Komm schon, ich will auch das Geräusch machen.« Die Kinder. Der Tyrannosaurier brüllte wieder, aber diesmal hatte das Geräusch einen deutlich musikalischen Beigeschmack und eine Art Echo, das lange nachhalte. »Diese verdammten Kinder!« Er hätte sie nie mitbringen dürfen. Von Anfang an hatten sie nur Schwierigkeiten gemacht. Niemand hatte sie hier haben wollen. Hammond hatte sie nur mitgebracht, weil er glaubte, es würde Gennaro davon abhalten, den Park zu zerstören, aber der wollte es trotzdem tun. Offensichtlich waren die Kinder jetzt im Kontrollraum und machten dort Unsinn. Wer hatte das nur zugelassen? Er spürte, wie sein Herz zu rasen begann, und eine unangenehme Kurzatmigkeit quälte ihn. Dann zwang er sich, ruhig zu werden. Alles in Ordnung. Obwohl er den Abhang nicht hinaufklettern konnte, war er höchstwahrscheinlich kaum mehr als 100 Meter von seinem Bungalow oder vom Besucherzentrum entfernt. Hammond saß auf der feuchten Erde und lauschte den Geräuschen des Dschungels. Und nach einer Weile begann er, um Hilfe zu rufen. Malcams Stimme war nur noch ein Flüstern. Alles sieht anders aus auf der anderen Seite. Harding beugte sich über ihn. Auf der anderen Seite? Er glaubte, Malcolm würde über das Sterben sprechen. Wenn Wechsel... sagte Malcolm. Wechsel? Malcolm antwortete nicht sofort. Seine trockenen Lippen bewegten sich. Paradigma... brachte er schließlich heraus. Paradigmenwechsel? fragte Harding. Er wusste, was ein Paradigmenwechsel war. In den vergangenen zwei Jahrzehnten war das der Modebegriff für den wissenschaftlichen Wandel gewesen. Ein Paradigma war nur ein anderes Wort für ein Modell. Aber im wissenschaftlichen Sprachgebrauch bedeutete es noch mehr. Eine Weltsicht. Eine umfassende Weltsicht. Zu Paradigmenwechseln kam es, wenn die Wissenschaft eine bedeutende Veränderung ihrer Weitsicht durchmachte. Solche Veränderungen kamen relativ selten vor. Vielleicht einmal in einem Jahrhundert. Darwins Evolutionstheorie hatte einen solchen Paradigmenwechsel erzwungen. Und die Quantenmechanik einen etwas kleineren. Nein, sagte Malcolm. Nicht Paradigma. Hinter... Hinter dem Paradigma? wiederholte Harding. Mir egal, was... Harding seufzte. Trotz all seiner Bemühungen glitt Malcolm immer tiefer in ein terminales Delirium. Das Fieber stieg immer weiter, und Harding hatte schon beinahe keine Antibiotika mehr. Was ist Ihnen egal? Alles, flüsterte Malcolm, weil alles anders ist auf der anderen Seite. Und er lächelte. Abstieg Sind Sie verrückt? Sagte Gennaro zu Alice Hedler, während er zusah, wie sie sich rückwärts in das Loch zwängte und dann die Hände ausstreckte. Sind Sie verrückt, so was zu tun? Sie lächelte. Wahrscheinlich, sagte sie. Sie machte die Arme noch länger, ruckte ein wenig mit den Beinen im Loch und war verschwunden. Das Loch klaffte schwarz. Gennaro fing an zu schwitzen. Er drehte sich zu Maldun um. Ich mach das nicht, sagte er. Doch. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Die warten auf Sie, sagte Maldun. Sie müssen. Wer weiß, was dort unten ist, entgegnete Gennaro. Ich sag Ihnen, ich kann es nicht. Sie müssen. Gennaro drehte sich um, sah das Loch an und dann wieder Maldun. Ich kann nicht. Und Sie können mich nicht zwingen. Vermutlich nicht. Maldun hielt die Stahlstange in die Höhe. Schon mal eine Elektroschockstange gespürt? Nein. Tut nicht viel, sagte Maldun. Töte fast nie. Leg deinen nur flach. Kann passieren, dass man in die Hosen macht. Hinterlässt aber für gewöhnlich keine bleibenden Schäden. Zumindest nicht bei Dinos. Aber Menschen sind ja um einiges kleiner. Gennaro sah die Stange an. Sie würden es nicht wagen. Ich glaube, Sie gehen besser darunter und zählen diese Tiere, erwiderte Maldun. Und zwar schnell. Gennaro starrte wieder das Loch an. Eine schwarze Öffnung. Ein Maul in der Erde. Dann drehte er sich noch einmal zu Maldun um, der groß und mit ausdrucksloser Miene dastand. Gennaro schwitzte. Ihm war schwindelig. Er ging auf das Loch zu. Aus einem gewissen Abstand sah es nur klein aus, aber je näher er kam, desto größer wurde es. So ist's gut, sagte Maldun. Gennaro schickte. Gennaro kroch rückwärts in das Loch. Dann wurde das Loch immer enger. Viel enger. Viel enger. beton. Beton. Gennaro schickte. Gennaro. Gennaro schickte. Er lag auf einem Betonsims. Eine Art Damm, gute zwei Meter über dem Boden. Große, stählerne Verteilerkästen boten einen provisorischen Schutz vor den beiden ausgewachsenen Velociraptoren, die kaum eineinhalb Meter von ihnen entfernt standen. Die Tiere waren dunkelgrün mit bräunlichen Tigerstreifen. Sie standen aufrecht und stützten sich mit steifen, ausgestreckten Schwänzen ab. Sie gaben kein Laut von sich und sahen sich mit großen, dunklen Augen wachsam um. Zu den Füßen der Großen hopsten quiekende Babys herum. Weiter hinten in der Dunkelheit tollten Halbwüchsige, die im Spiel knurrten und fauchten. Gennaro wagte nicht zu atmen. Zwei Raptoren. Der Sims, auf dem er kauerte, befand sich nur einen knappen halben Meter über ihren Köpfen. Die Raptoren waren unruhig. Ihre Köpfe wippten nervös auf und ab. Von Zeit zu Zeit schnaubten sie ungeduldig. Dann drehten sie sich um und gingen zur Hauptgruppe. Inzwischen sah Gennaro, dass sie sich in einer riesigen, unterirdischen Kaverne befanden, aber keiner natürlichen. Man sah die Stoßkanten von Gussbeton und die Enden vorstehender Stahlträger. Und in diesem riesigen, hallenden Raum hielten sich viele Tiere auf. Gennaro schätzte etwa dreißig Raptoren, vielleicht sogar noch mehr. Es ist eine Kolonie, flüsterte Grant, vier oder sechs ausgewachsene Tiere, der Rest Halbwüchsige und Babys. Mindestens zwei Gelege, eins vom letzten Jahr und eins von diesem. Die Babys sind ungefähr vier Monate alt, wahrscheinlich im April geschlüpft. Eins der Babys krabbelte neugierig auf den Sims und kam quiekend auf sie zu. Es war nur noch drei Meter entfernt. »Mein Gott«, sagte Gennaro. Doch sofort kam eines der großen Tiere, hob den Kopf und stieß es sanft an, damit es zurückkehrte. Das Baby quiekte protestierend und sprang dann dem Großen auf die Schnauze. Der bewegte sich langsam vorwärts und ließ das Baby über den Kopf, am Hals entlang und auf den Rücken klettern. Von dieser geschützten Position aus quiekte das Baby die Eindringlinge geräuschvoll an. Die ausgewachsenen Tiere schienen die Eindringlinge überhaupt nicht zu bemerken. »Ich verstehe das nicht«, flüsterte Gennaro. »Warum greifen Sie uns nicht an?« Grant schüttelte den Kopf. »Wahrscheinlich sehen Sie uns nicht. Außerdem haben Sie im Augenblick keine Eier. Da sind Sie entspannter.« »Entspannter?«, wiederholte Gennaro. »Wie lange müssen wir eigentlich hierbleiben?« »Bis wir sie gezählt haben«, erwiderte Grant. Soweit Grant das feststellen konnte, gab es drei Nester, die von drei verschiedenen Elterngruppen bewacht wurden. Der Umkreis der einzelnen Nester schien ein von den anderen abgetrenntes Territorium der entsprechenden Gruppe zu sein, doch der Nachwuchs nahm es mit der Abgrenzung offensichtlich nicht so genau, denn die Jungen liefen zwischen den Territorien hin und her. Die Erwachsenen waren nachsichtig mit den Babys, aber strenger mit den Halbwüchsigen. Sie schnappten gelegentlich nach ihnen, wenn ihr Spiel zu ungestüm wurde. In diesem Augenblick kam ein junger Raptor zu Elli und rieb seinen Kopf an ihrem Bein. Sie sah nach unten und bemerkte das Lederhalsband mit dem schwarzen Kästchen. Das Halsband war an einer Stelle feucht, es hatte die Haut am Hals des jungen Tiers durchgescheuert. Das Junge wimmerte. Die erwachsenen Tiere in der Kaverne unter ihnen reckten neugierig die Hälse, als sie das Geräusch hörten. »Glaubst du, dass ich es abnehmen kann?«, fragte sie. »Ja, aber mach schnell.« »Okay«, sagte sie und kauerte sich neben das Tier. Es wimmerte wieder. Die ausgewachsenen Tiere schnaubten und wippten mit den Köpfen. Elli streichelte das kleine Tier, sie versuchte es zu trösten, damit es nicht mehr wimmerte. Sie ließ die Hand zu dem Lederband gleiten und löste die Klettlasche mit einem reißenden Geräusch. Die Großen warfen die Köpfe herum. Einer kam auf sie zu. »Oh, Scheiße«, murmelte Gennaro. »Bewegen Sie sich nicht«, sagte Grant, »und bleiben Sie ruhig.« Der Saurier ging an ihnen vorbei. Seine langen, gebogenen Zehenkrallen klapperten über den Beton. Er blieb vor Elli stehen, die hinter einem Stahlkasten direkt neben dem Jungen kauerte. Das Junge war zu sehen, und Elli hatte die Hand noch am Halsband. Der ausgewachsene Saurier hob den Kopf und schnupperte in die Luft. Sein großer Kopf war sehr nahe an ihrer Hand. Wegen des Verteilerkastens konnte er sie aber nicht sehen. »Tastend«, schnellte die Zunge vor. Grant nahm eine Gasgranate vom Gürtel und hielt den Daumen an den Zündstift. Gennaro legte ihm die Hand auf den Arm, schüttelte den Kopf und nickte zu Elli hinüber. Sie hatte ihre Gasmaske nicht auf. Grant legte die Granate ab und griff nach der Elektroschockstange. Das große Tier war noch immer sehr nahe bei Elli, wich aber dann unvermittelt ein Stück zurück. Elli löste das Lederband. Die Metallschnalle klirrte auf dem Beton. Der Saurier ruckte kaum merklich mit dem Kopf und neigte ihn dann zur Seite. Neugierig und suchend näherte er sich wieder Elli. Doch plötzlich quiekte das Junge fröhlich auf und hüpfte davon. Das ausgewachsene Tier blieb zunächst bei Elli, drehte sich aber schließlich um und ging zu seinem Nest zurück. Gennaro atmete erleichtert auf. »Oh Gott, können wir jetzt verschwinden?« »Nein«, erwiderte Grant, »aber ich glaube, wir können uns jetzt an die Arbeit machen.« Grant hatte die Nachtsichtbrille aufgesetzt und spähte hinunter zum ersten Nest. Im fluoreszierend grünen Schein der Brille sah er, dass das Nest aus Schlamm und Stroh bestand und die Form eines flachen Korbs hatte. Er zählte vierzehn Eier. Natürlich konnte er aus dieser Entfernung nicht die eigentlichen Schalen zählen, die ja außerdem längst zerbrochen und verstreut waren, aber er konnte die Eindrücke im Schlamm zählen. Offensichtlich hatten die Raptoren die Nester erst kurz vor dem Eierlegen gebaut. Die Eier hinterließen deshalb einen dauerhaften Eindruck im Schlamm. Er entdeckte auch Hinweise darauf, dass mindestens ein Ei zerbrochen war. Ameisen krabbelten über eine Masse, die aussah wie vertrockneter Dotter. Er ging deshalb von dreizehn Tieren aus. Das zweite Nest war in der Mitte durchgebrochen, aber Grant schätzte, dass es neun Eier enthalten haben musste. Im dritten waren es fünfzehn gewesen, doch offensichtlich waren drei schon früh zerbrochen. »Wie viele sind es insgesamt?« fragte Gennaro. »Fierunddreißig sind geschlüpft.« »Und wie viele sehen Sie?« Grant schüttelte den Kopf. Die Tiere liefen in der riesigen Kaverne hin und her, tauchten an einer Stelle ins Licht und verschwanden an einer anderen wieder im Schatten. »Ich habe sie beobachtet,« sagte Elli und richtete die Taschenlampe auf ihren Notizblock. »Eigentlich müsste man sie ja fotografieren, um ganz sicher zu gehen, aber ich habe gesehen, dass die Schnauzen der Babys alle unterschiedlich sind. Ich komme auf dreiunddreißig.« »Und wie viele Halbwüchsige?« »Zweiundzwanzig. Aber, Ellen, hast du nichts Komisches an ihnen bemerkt?« »Was denn?« flüsterte Grant. »Wie sie sich im Raum verteilen? Sie stellen sich in einer bestimmten Ordnung oder nach einem bestimmten Muster auf.« Grant runzelte die Stirn. »Es ist ziemlich dunkel.« »Nein! Schau! Schau es dir selber an. Sieh den Kleinen zu, wenn sie nicht spielen. Wenn sie spielen, laufen und stolpern sie in alle Richtungen durcheinander. Aber dazwischen, wenn sie nur herumstehen, orientieren sie sich in eine ganz bestimmte Richtung. Siehst du es denn nicht? Sie stehen mit der Schnauze entweder zu der einen oder zu der gegenüberliegenden Wand, so als würden sie sich in einer bestimmten Ordnung aufstellen.« »Ich weiß nicht, Ellie. Glaubst du, es gibt eine Metastruktur innerhalb der Kolonie, wie bei den Bienen?« »Nein, eigentlich nicht«, sagte sie. »Es ist subtiler. Nur eine Tendenz.« »Und? Nur die Babys tun es?« »Nein, alle, auch die Großen. Sieh ihnen zu. Ich sag's dir, die stellen sich auf.« Grant runzelte die Stirn. Es sah aus, als hätte sie recht. Die Tiere zeigten die meiste Zeit ein sehr unterschiedliches Verhalten, aber in Pausen, in Augenblicken, da sie nur beobachteten und sich ausruhten, schienen sie sich in eine bestimmte Richtung zu orientieren, beinahe so, als gäbe es auf dem Boden unsichtbare Linien. »Das verstehe ich nicht«, sagte Grant. »Vielleicht gibt es einen Luftzug.« »Ich spüre keinen Ellen.« »Was machen Sie dann? Wird da ein soziales Gefüge als räumliche Struktur dargestellt?« »Das ergibt keinen Sinn«, erwiderte Elli, »weil alle das Gleiche tun.« Gennaro klappte seine Armbanduhr hoch. »Ich wusste doch, dass ich das Ding noch einmal würde brauchen können.« Unter der Uhr kam ein Kompass zum Vorschein. »Haben Sie im Gerichtssaal viel Verwendung für so was?« »Nein«, Gennaro schüttelte den Kopf, »meine Frau hat mir das geschenkt«, erklärte er, »zum Geburtstag.« Er sah auf den Kompass. »Also«, sagte er, »nach einer bestimmten Himmelsrichtung scheinen Sie sich nicht auszurichten. Es ist irgendwie Nord-Ost-Süd-West, so ungefähr.« »Vielleicht horchen Sie auf etwas«, sagte Elli, »und stellen sich dabei so, dass Sie am besten hören können.« Grant runzelte die Stirn. »Vielleicht ist es auch nur ein rituelles Verhalten, artenspezifisches Verhalten, das zur Identifikation untereinander dient. Vielleicht hat es überhaupt keinen tieferen Sinn.« Elli seufzte. »Vielleicht sind Sie einfach komisch. Vielleicht sind Dinosaurier komisch. Oder es ist vielleicht eine Art Kommunikation.« Grant dachte das Gleiche. Bienen konnten räumlich kommunizieren mittels einer Art Tanz. Vielleicht konnten das auch die Dinosaurier. Gennaro beobachtete die Tiere und fragte dann, »Warum gehen Sie eigentlich nicht nach draußen?« »Es sind Nachttiere.« »Schon, aber es sieht ja fast so aus, als würden Sie sich verstecken.« Grant zuckte die Achseln. Im nächsten Augenblick begannen die Babys zu quieken und aufgeregt auf- und abzuhüpfen. Die ausgewachsenen Tiere sahen ihnen einige Sekunden lang zu. Und dann liefen alle Dinosaurier so laut lärmend und schreiend, dass es in der riesigen Kaverne widerhallte, an ihnen vorbei in die Dunkelheit des Betontunnels. Hammond John Hammond setzte sich schwerfällig auf die feuchte Erde der Hügelflanke und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. »Mein Gott, ist das heiß«, dachte er, »heiß und feucht.« Er fühlte sich, als würde er durch einen Schwamm atmen. Er sah hinunter zu dem Bach, der inzwischen beinahe fünfzehn Meter unter ihm lag. Es schienen Stunden vergangen zu sein, seit er das plätschernde Wasser verlassen und den Aufstieg auf den Hügel begonnen hatte. Sein Knöchel war inzwischen geschwollen und violett angelaufen. Er konnte ihn nicht mehr belasten und war gezwungen, auf dem gesunden Bein, das bereits vor Anstrengung schmerzte, den Hügel hinaufzuhüpfen. Außerdem war er durstig. Bevor er den Bach hinter sich ließ, hatte er daraus getrunken, obwohl er wußte, dass es unvernünftig war. Jetzt war ihm schwindelig, manchmal drehte sich alles. Er hatte Gleichgewichtsstörungen. Aber er wußte, dass er den Hügel hinaufklettern und zu dem Pfad zurückkehren mußte. Er glaubte in der vergangenen Stunde mehrmals Schritte auf dem Pfad gehört zu haben und hatte jedes Mal um Hilfe gerufen. Über seine Stimme trug offensichtlich nicht weit genug. Man hatte ihn nicht gerettet. Und während der Nachmittag fortschritt, wurde ihm allmählich klar, dass er den Hügel hinaufklettern mußte, ob nun der Knöchel gebrochen war oder nicht. Genau das tat er jetzt. Hammond schüttelte heftig den Kopf, um den Schwindel zu vertreiben. Seit über einer Stunde kletterte er jetzt schon und hatte erst das erste Drittel hinter sich. Er war müde und keuchte wie ein alter Hund. Sein Bein schmerzte. Er war benommen. Natürlich wußte er sehr gut, dass er nicht in Gefahr war. Er war fast in Sichtweite seines Bungalows. Gott sei Dank. Aber er mußte zugeben, dass er müde war. Während er so auf der Erde saß, merkte er, dass er eigentlich nicht mehr weiter wollte. Und warum soll ich nicht müde sein, dachte er. Er war 75 Jahre alt, kein Alter, in dem man noch auf Hügeln herumkletterte, obwohl er für einen Mann seines Alters in erstklassiger Verfassung war. Er persönlich erwartete, 100 Jahre alt zu werden. Es war alles eine Frage der richtigen Lebensführung, dass man die Dinge eins nach dem anderen anging. Grund zu leben hatte er jedenfalls genug, um andere Parks zu bauen, andere Wunder zu schaffen. Er hörte ein Quieten und dann ein zwitscherndes Geräusch, irgendwelche kleinen Vögel, die im Unterholz herumhüpften. Den ganzen Nachmittag hatte er schon kleine Tiere gehört. Es gab alle möglichen hier draußen, Ratten, Opossums, Schlangen. Das Quieken wurde lauter. Kleine Erdstückchen rollten an ihm vorbei, den Abhang hinunter. Etwas kam näher. Er sah ein dunkelgrünes Tier den Hügel herunter auf ihn zuhüpfen. Dann ein zweites und ein drittes. Kompis, dachte er, und es lief ihm kalt über den Rücken. Aasfresser. Die Kompis sahen nicht gefährlich aus. Sie waren etwa so groß wie Hühner und bewegten sich mit den kleinen, ruckartigen Bewegungen von Hühnern. Aber er wußte, dass sie giftig waren. Mit ihren Bissen übertrugen sie ein langsam wirkendes Gift, das verletzte Tiere kampfunfähig machte. Verletzte Tiere, dachte er stirnrunzelnd. Der erste der Kompis hockte sich auf die Hügelflanke und starrte ihn an. Es blieb gut eineinhalb Meter von ihm entfernt, außerhalb seiner Reichweite, und beobachtete ihn nur. Andere kamen dazu und stellten sich in einer Reihe auf, beobachtend. Sie hüpften auf und ab und quiekten und wedelten mit ihren klauenbewährten Händen. »Husch! Verschwindet!« rief er und warf einen Stein. Die Kompis wichen zurück, aber höchstens einen halben Meter. Sie hatten keine Angst. Sie schienen zu wissen, dass er ihnen nichts tun konnte. Wütend riss Hammond einen Ast von einem Baum ab und schlug damit nach ihnen. Die Kompis wichen aus, nagten an den Blättern und quiekten fröhlich. Sie schienen es als Spiel zu betrachten. Wieder dachte Hammond an ihr Gift. Er erinnerte sich, dass einer der Tierpfleger von einem Kompi in einem Käfig gebissen worden war. Der Pfleger hatte gesagt, das Gift wirkte wie eine Droge. Man werde friedlich und schläfrig. Kein Schmerz. »Du wolltest doch eben noch schlafen«, sagte eine innere Stimme. »Zum Teufel damit«, dachte er. Hammond hob einen Stein auf, zielte sorgfältig und traf einen der Kompis an der Brust. Das kleine Tier kreischte verängstigt auf, während es rückwärts zu Boden geworfen wurde. Die anderen wichen sofort zurück. Besser so. Hammond kümmerte sich nicht weiter um die Kompis, sondern fing wieder an den Hügel hinaufzuklettern. Er hielt sich mit beiden Händen an Ästen fest und hoppelte auf seinem linken Bein vorwärts. Den Schmerz spürte er bis in den Oberschenkel. Er war noch nicht weiter als zehn Meter gekommen, als ihm einer der Kompis auf den Rücken sprang. Mit wild wählenden Armen schüttelte er das Tier ab, verlor aber dabei das Gleichgewicht und rutschte wieder ein Stück den Abhang hinunter. Als er dann etwas weiter unten liegen blieb, sprang ihn ein zweiter Kompi an und biss ihn in die Hand. Entsetzt sah Hammond, wie ihm das Blut über die Finger lief. Ein dritter Kompi sprang ihm auf die Schulter, und er spürte einen kurzen Schmerz, als das Tier ihm in den Nacken biß. Er schrie auf und stieß ihn weg. Dann drehte er sich schwer atmend auf den Rücken und sah die Tiere in einem Kreis um sich herumstehen. Sie hüpften auf und ab und legten die Köpfe schief und sahen ihn an. Von der Bisswunde im Hals spürte er etwas Warmes zwischen den Schulterblättern hindurch und das Rückgrat hinunterfließen. Allmählich wurde er eigentümlich gelassen und wie von sich selbst losgelöst, und er erkannte, dass alles in Ordnung war. Keiner hatte Fehler gemacht. Nur Malcoms Analyse war nicht korrekt gewesen. Hammond lag sehr still da, so still wie ein Kind in seinem Bettchen, und er fühlte sich wunderbar friedlich. Als ein Kompi ihn in den Knöchel biß, versuchte er nur halbherzig, ihn zu verscheuchen. Die kleinen Tiere kamen immer näher. Bald umquiekten und umzwitscherten sie ihn wie aufgeregte Vögel. Er hob den Kopf, als ihm ein Kompi auf die Brust hüpfte. Das Tier war eigenartig fein und zart. Hammond spürte nur einen leichten Schmerz, einen sehr leichten, als der Kompi den Kopf senkte und seinen Hals anknabberte. Der Strand Bei der Verfolgung der Dinosaurier durch die Windungen des Betontunnels öffnete sich plötzlich eine geräumige Öffnung, und Grant sah vor sich den Strand und den Pazifik. Die jungen Velociraptoren tummelten sich im Sand. Aber bald wichen die Tiere, eins nach dem anderen, in den Schatten der Palmen am Rand des Mangrovensumpfs zurück und stellten sich dort in ihrer eigentümlichen Art auf. Sie starrten gebannt nach Süden. »Ich verstehe das nicht«, sagte Gennaro. »Ich auch nicht«, sagte Grant, »außer, dass sie offensichtlich die Sonne nicht mögen.« Es war gar nicht sehr sonnig auf dem Strand. Ein leichter Nebel lag in der Luft. Das Meer war dunstig. Aber warum hatten sie plötzlich das Nest verlassen? Was hatte die ganze Kolonie an den Strand getrieben? Gennaro klappte wieder seine Uhr hoch und kontrollierte die Richtung, in der die Tiere standen. »Nord-Ost-Süd-West«, »genau wie zuvor.« Hinter sich, tiefer im Dschungel, hörten sie das Summen des Elektrozauns. »Wenigstens wissen wir jetzt, wie sie aus der Umzäunung herauskommen«, sagte Elli. Dann hörten sie das Stampfen von Schiffsdieseln und sahen im Süden ein Schiff aus dem Nebel auftauchen, ein großer Frachter, der sich langsam nach Norden bewegte. »Sind Sie deshalb hierhergekommen?«, fragte Gennaro. Grant nickte. »Offensichtlich haben Sie es kommen gehört.« Still, bis auf ein gelegentliches Quieken und Piepsen, beobachteten die Tiere den vorbeiziehenden Frachter. Grant war verblüfft von der Koordiniertheit ihres Verhaltens, von der Art, wie sie sich als Gruppe bewegten. Aber vielleicht war das Phänomen gar nicht so geheimnisvoll. Grant rief sich die Ereignisse, die in der Höhle begonnen hatten, noch einmal ins Bewusstsein. Zuerst waren die Babys aufgeregt gewesen. Dann waren die ausgewachsenen Tiere darauf aufmerksam geworden. Das schien darauf hinzudeuten, dass die Jungtiere mit ihrem besseren Gehör das Schiff zuerst bemerkt hatten. Dann hatten die Großen die Gruppe zum Strand gebracht. Und jetzt sah man deutlich, dass sie auch die Führung übernommen hatten. Hier auf dem Strand war eine klare, räumliche Organisation zu erkennen. Die Tiere ließen sich nicht mehr einfach an beliebigen Stellen nieder, wie sie es in der Höhle getan hatten. Es war eine fast regelmäßige Aufstellung. Die Großen Tiere standen etwa zehn Meter voneinander entfernt, jeder umgeben von einer Gruppe Babys. Die Halbwüchsigen standen zwischen und knapp vor den ausgewachsenen Sauriern. Aber Grant sah, dass auch Letztere nicht alle gleichberechtigt waren. Ein Weibchen mit einem markanten Streifen am Kopf stand genau in der Mitte der Gruppe. Dieses Weibchen hatte sich auch schon in der Höhle immer in der Mitte des Lagers aufgehalten. Er nahm an, dass bei den Raptoren, ähnlich wie bei gewissen Affen, eine matriarchalische Hackordnung herrschte und dass dieses Weibchen das ranghöchste Tier der Kolonie war. Die Männchen standen schützend am Rand der Gruppe. Aber im Gegensatz zu den Affen, die nur locker und flexibel organisiert waren, herrschte unter den Dinosauriern eine strikte Ordnung, fast eine militärische Formation, wie es aussah. Dazu kam die eigenartige nordöstlich-südwestliche Ausrichtung. Das konnte sich Grant zwar nicht erklären, es überraschte ihn aber eigentlich gar nicht. Paläontologen gruben schon so lange immer nur Knochen aus, dass ihnen gar nicht mehr bewusst war, wie wenig man von einem Skelett eigentlich ablesen konnte. Knochen sagten einem vielleicht etwas über das ungefähre Aussehen des Tieres, über dessen Größe und Gewicht. Sie sagten einem vielleicht etwas darüber, wie die Muskeln an diesem Knochengerüst befestigt waren, und damit konnte man sich ein ungefähres, sehr pauschales Bild vom Verhalten des Tieres machen. Doch ein Skelett nützte wenig, wenn man präzise, detaillierte Angaben über das Verhalten eines Organismus machen wollte. Da den Paläontologen nichts anderes als Knochen zur Verfügung standen, beschäftigten sie sich auch nur mit Knochen. Wie andere Paläontologen auch, war Grant ein Experte bei der Arbeit mit Knochen geworden. Und irgendwann, im Lauf dieser Arbeit, hatte er einfach vergessen, wie viele unbeweisbare Möglichkeiten es gab, dass die Dinosaurier vielleicht ganz besondere Tiere waren, dass sie möglicherweise Verhaltensweisen und soziale Organisationsformen besessen hatten, die mit denen ihrer späteren säugenden Nachfahren absolut nichts zu tun hatten. Dass die Dinosaurier, weil sie im Wesentlichen Vögel waren... Mein Gott, sagte Grant. Er starrte die Raptoren an, die in ihrer straffgeordneten Formation am Strand standen und dem Schiff nachsahen, und plötzlich begriff er, was er da sah. Diese Tiere, sagte Gennaro kopfschüttelnd, wollen aber wirklich unbedingt von hier fliehen. »Nein«, erwiderte Grant, »sie wollen überhaupt nicht fliehen.« »Nicht?« »Nein«, sagte Grant. »Sie wollen wandern. Wie Zugvögel.« Vor Anbruch der Nacht »Wandern«, rief Ellie. »Das ist ja fantastisch!« »Ja«, erwiderte Grant. Er grinste. »Was denkst du, wohin sie ziehen wollen?« fragte sie. »Ich weiß es nicht«, antwortete Grant, und dann brachen die großen Hubschrauber durch den Nebel und donnerten landeinwärts davon, ihre Unterseiten strotzend von Waffen. Die Raptoren stoben erschrocken auseinander, als eine der Maschinen abdrehte, am Ufer entlang flog und dann auf dem Strand zur Landung ansetzte. Eine Tür wurde aufgestoßen, und Soldaten in olivgrünen Uniformen liefen auf sie zu. Grant hörte hastig gerufene Befehle auf Spanisch und sah, dass Maldun und die Kinder bereits an Bord waren. Einer der Soldaten sagte, »Bitte kommen Sie mit uns, wir haben keine Zeit zu verlieren.« Grant sah noch einmal zum Strand, wo die Raptoren gestanden hatten, aber sie waren nicht mehr da. Alle Tiere waren verschwunden, so als hätten sie nie existiert. Die Soldaten zerrten ihn vorwärts. Er ließ sich unter den donnernden Rotoren hindurchführen und kletterte dann durch die große Tür in den Hubschrauber. Maldun schrie ihm ins Ohr, »Sie wollen uns sofort von hier weghaben! Die werden die Sache sofort erledigen!« Die Soldaten schoben Grant, Ellie und Gennaro in Sitze und halfen ihn beim Anlegen der Gurte. Tim und Lex winkten ihm zu, und plötzlich sah er, wie jung sie eigentlich waren und wie erschöpft. Lex gähnte und legte den Kopf auf die Schulter ihres Bruders. Ein Offizier kam auf Grant zu und rief, »Senior, sind Sie hier der Verantwortliche?« »Nein«, sagte Grant, »ich bin nicht der Verantwortliche.« »Wer dann bitte?« »Ich weiß es nicht.« Der Offizier ging zu Gennaro und stellte ihm die gleiche Frage. »Sind Sie hier der Verantwortliche?« »Nein«, erwiderte Gennaro. Der Offizier sah Ellie an, sagte aber nichts zu ihr. Die Tür stand noch offen, als der Hubschrauber vom Strand abhob, und Grant lehnte sich hinaus, um zu sehen, ob er noch einen letzten Blick auf die Raptoren erhaschen konnte. Aber dann war der Helikopter schon über den Wipfeln der Palmen und flog nordwärts über die Insel. Grant beugte sich zu Maldun und rief, »Was ist mit den anderen?« Maldun schrie zurück, »Harding und ein paar Arbeiter haben sie bereits mitgenommen.« »Hammond hatte einen Unfall, haben ihn an dem Hügel in der Nähe seines Bungalows gefunden, ist wahrscheinlich hingefallen.« »Ist er in Ordnung?« fragte Grant. »Nein, die Kompis haben ihn sich geschnappt.« »Was ist mit Malcolm?« Maldun schüttelte den Kopf. Grant war zu müde, um viel zu empfinden. Er wandte sich ab und sah wieder zur Tür hinaus. Es wurde allmählich dunkel, und in dem schwächer werdenden Licht konnte er gerade noch den jungen Rex erkennen, der am Ufer der Lagune mit blutigem Maul über einem Hadrosaurier stand, zu dem vorüberfliegenden Hubschrauber hoch sah und ihn anbrüllte. Irgendwo hinter sich hörten sie Explosionen, und dann sahen sie vor sich einen zweiten Hubschrauber aus dem Nebel auftauchen. Er kreiste über dem Besucherzentrum, das einen Augenblick später in einem leuchtend-orangefarbenen Feuerball explodierte. Lex begann zu weinen, doch Ellie legte den Arm um sie und versuchte, das Mädchen dazu zu bringen, nicht hinzusehen. Grant schaute auf die Insel hinunter und erhaschte einen letzten Blick auf die Hypsilophodons, die anmutig wie Gazellen über eine Wiese hüpften, bevor ein weiterer Feuerball grell mitten unter ihnen aufloderte. Der Hubschrauber gewann an Höhe und drehte nach Osten ab. auf das Meer zu. Grant lehnte sich zurück. Er dachte daran, wie sich die Dinosaurier am Strand aufgestellt hatten und fragte sich, wohin sie wohl ziehen würden, wenn sie könnten. Dann wurde ihm bewusst, dass er es nie erfahren würde, und er war gleichzeitig traurig und erleichtert. Der Offizier kam noch einmal zu ihm und bückte sich zu ihm herunter. »Sind Sie der Verantwortliche?« »Nein«, antwortete Grant. »Bitte, Senor, wer ist der Verantwortliche?« »Niemand«, sagte Grant. Der Hubschrauber beschleunigte und nahm Kurs auf das Festland. Es war kalt geworden. Die Soldaten wuchteten die Tür zu. Kurz bevor sie zuschnappte, sah Grant noch einmal hinunter auf die Insel, die sich Nebel verhangen vom satten Violett des Himmels und des Meers abhob. Der Nebel war so dicht, daß darin die weißglühenden Bälle der Explosionen verschwammen, die in schneller Folge aufblitzten, bis die ganze Insel zu glühen schien, ein immer kleiner werdender Lichtpunkt in der hereinbrechenden Nacht. Epilog San Jose Tage vergingen Die Regierung behandelte die Amerikaner mit großer Höflichkeit und brachte sie in einem hübschen Hotel unter. Sie konnten kommen und gehen, wann sie wollten und anrufen, wen sie wollten. Aber sie durften das Land nicht verlassen. Jeden Tag besuchte sie ein junger Mann von der amerikanischen Botschaft, um sie zu fragen, ob sie etwas brauchten und ihnen zu versichern, daß Washington alles tue, um ihre Abreise zu beschleunigen. Aber die Tatsache blieb bestehen, daß auf einem kostarikanischen Territorium viele Leute umgekommen waren. Die Tatsache blieb bestehen, daß man ein ökologisches Desaster nur mit knapper Not hatte abwenden können. Die Regierung von Costa Rica fühlte sich von John Hammond und seinen Plänen für die Insel hinters Licht geführt und getäuscht. Unter diesen Umständen war die Regierung nicht geneigt, Überlebende vorschnell freizulassen. Sie gestattete nicht einmal Hammonds und Ian Malcolms Beerdigung. Sie wartete einfach ab. Grant kam es so vor, als würde er jeden Tag zu einer anderen Regierungsstelle gebracht und dort von immer neuen, höflichen und intelligenten Regierungsbeamten befragt. Immer und immer wieder ließen sie ihm seine Geschichte erzählen. Wie Grant John Hammond kennengelernt hatte, was Grant von dem Projekt wusste, wie Grant das Fax aus New York erhalten hatte, warum Grant auf die Insel geflogen war, was auf der Insel passiert war. Dieselben Einzelheiten immer und immer wieder, Tag für Tag. Lange Zeit war Grant der Ansicht, sie glaubten, dass er sie belüge und dass es etwas gäbe, was sie von ihm hören wollten, obwohl er es sich nicht vorstellen konnte, was das sein könnte. Andererseits schien es aber auch, als würden sie einfach abwarten. Schließlich kam eines Nachmittags, als Grant am Swimmingpool des Hotels saß und Lex und Tim beim Planschen zuschaute, ein bärtiger Amerikaner auf ihn zu. Wir sind uns nie begegnet, sagte der Amerikaner. Mein Name ist Marty Guitierrez, ich bin Wissenschaftler an der Forschungsstation in Carrara. Sie sind der, der die Überreste dieses ersten Procomsognaten gefunden hat, erwiderte Grant. Das stimmt, ja. Guitierrez setzte sich neben ihn. Sie warten doch bestimmt ungeduldig darauf, nach Hause zu können. Ja, sagte Grant, wir bleiben nur noch wenige Tage für meine Ausgrabungen, bevor der Winter einsetzt. Wissen Sie, in Montana fällt meistens schon im August der erste Schnee. Ist das der Grund, warum die Hammond-Stiftung Ausgrabungen in nördlichen Gegenden gefördert hat? fragte Guitierrez. Weil es wahrscheinlicher ist, dass man in kalten Klimazonen intaktes Genmaterial von Dinosauriern findet? Ja, das nehme ich an. Guitierrez nickte. Er war ein intelligenter Mann, dieser Mr. Hammond. Grant erwiderte nichts. Guitierrez lehnte sich in seinem Gartenstuhl zurück. Die Behörden werden es Ihnen nicht sagen, sagte Guitierrez schließlich, weil sie Angst haben und weil sie Ihnen möglicherweise übel nehmen, was sie getan haben, aber in den ländlichen Regionen passiert etwas sehr Eigenartiges. Werden wieder Babys gebissen? Nein, das ist Gott sei Dank vorbei, aber etwas anderes. Dieses Frühjahr haben sich in der Region Ismaloja, das ist nördlich von Punta Arenas, einige unbekannte Tiere auf eine sehr eigenartige Art durch die Felder gefressen. Sie bewegten sich über Tage hinweg in gerader Linie, fast schnurgerade, von der Küste zu den Bergen in den Dschungel hinein. Grant setzte sich aufrecht. Eine zielgerichtete Wanderung, fast wie bei Zugvögeln, sagte Guitierrez. Meinen Sie nicht auch? Was haben Sie gefressen? fragte Grant. Na, das war eigenartig. Sie fraßen nur Agama und Sojabohnen und manchmal Hühner. Lysinreiche Nahrung, sagte Grant. Was ist mit diesen Tieren passiert? Wahrscheinlich sind Sie im Dschungel verschwunden. Gefunden hat man Sie auf jeden Fall nicht. Mit einer Suche im Dschungel wäre natürlich schwierig. Ein Suchtrupp könnte Jahre in den Bergen von Ismaloja zubringen und mit leeren Händen zurückkehren. Und wir werden hier festgehalten, weil... Guitierrez zuckte die Achseln. Die Regierung ist besorgt. Vielleicht gibt es noch andere Tiere und neue Probleme. Die Behörden sind einfach vorsichtig. Glauben Sie, dass es noch andere Tiere gibt? fragte Grant. Das kann ich nicht sagen. Können Sie es? Nein, entgegnete Grant. Das kann ich nicht. Aber Sie vermuten es? Grant nickte. Vielleicht gibt es welche. Ja. Ich bin Ihrer Meinung. Guitierrez stand auf und winkte Tim und Lex zu, die im Pool spielten. Wahrscheinlich schicken Sie die Kinder nach Hause, sagte er. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Er setzte die Sonnenbrille auf. Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns, Dr. Grant. Es ist ein wunderbares Land. Wollen Sie mir damit sagen, dass wir nicht gehen dürfen? fragte Grant. Keiner von uns geht irgendwo hin, erwiderte Guitierrez lächelnd. Dann drehte er sich um und ging zum Hoteleingang zurück. Auf Wiederhören bei Audible. Auf Wiederhören bei Audible. Untertitelung des ZDF, 2020